so sieht es aus freunde das hier ist das menü und ihr seht ich habe auch schon mal ganz ganz kurz noch mal so geguckt dass das spiel quasi läuft ich habe technische einstellungen vorgenommen ich bin bis zu dem ersten dialog gekommen den habe ich beendet und danach bin ich stehen geblieben haben die steuerung gecheckt mehr habe ich noch nicht gemacht und damit beginnen wir nun ein neues spiel vorher zeige ich euch noch ganz ganz kurz was man hier alles einstellen kann also ihr seht das hier ist auf deutsch eingestellt es gibt so viel was hier eingestellt ist also was man einstellen kann das also wenn man wo die sich echt nicht lumpen lassen ist in ob sachen optionen grafik wie ihr seht ist ja alles hoch aber das ist tatsächlich auch etwas wo dieses spiel jetzt hier sage ich jetzt mal nicht unbedingt mit einem keine ahnung cyberpunk konkurrieren will denn das ist ja alles hier quasi so zweckmäßig und deswegen gehen wir jetzt in ein neues spiel hauptgeschichte ja schließe dich beim kampf gegen die weltenwunde an dem seit über 100 jahren wütenden epischen krieg zwischen golarion und dem abyss bis jetzt konnten die armeen der kreuzfahrer die erdrückte übermacht des feindes mit mühe im zaum halten aber das soll sich nun ändern denn die dämonen herrscher bereiten einen entscheidenden schlag vor du musst legendäre kräfte entfesseln das kommando über den fünften kreuzzug übernehmen und deine truppen gegen die dämonischen horn in die schlacht führen und ja dieses spiel soll auch teilweise strategie spiel sein so ein bisschen might and magic like sage ich jetzt mal wie ich schon mitbekommen habe und was ich auch mega geil finde dieses spiel hat berittenen kampf ja berittenen kampf in einem d&d spiel hallöchen kinder und feke schönen guten tag schön dass ihr im chat seid willkommen ja schwierigkeit kann man einstellen normal wäre mit einigen anpassungen also normal bedeutet wie ihr seht dass die gruppe weniger schaden bekommt ich habe aber schon gesagt dass ich das so nicht akzeptieren möchte ich werde auf waghalsig spielen auch wenn wir da wahrscheinlich jammern werden nein nicht auf unfair bist du wahnsinnig da kommt auch schon eine warnung wir machen das hier tatsächlich so weil ich möchte dieses spiel ähnlich wie kingmaker damals so erleben wie es halt auch auf dem brett stattfinden würde was natürlich auch heißt dass wir wahrscheinlich mehr probleme bekommen unfair ist immer unfair genau krieg ist immer unfair also wie gesagt das hier soll jetzt unsere schwierigkeit sein und dann schauen wir einfach mal also wenn wir gleich am anfang am ersten trash mob goblin scheitern oder sowas in der art und weise dann können wir immer noch überlegen ob wir auf geschichte runter spaß so und damit sind wir jetzt schon in der charaktergenerierung es werden uns hier sechs verschiedene charaktere als archetypen mehr oder weniger schon mal vorgeschlagen die können wir auch wählen und individualisieren oder wir können von anfang an schon komplett einen eigenen charakter stellen ich werde natürlich einen komplett eigenen charakter erstellen klar was ich aber schon mal geil finde es gibt den ritter und ritter sind hier tatsächlich mit einem tiergefährten gesegnet die man auch soweit ich weiß reiten kann ich habe nur noch nicht in diesen wenigen zwei minuten die ich mal rein gedadelt und den techcheck gemacht habe nicht herausgefunden wie ich aufsitze das kann aber auch daran liegen dass es vielleicht innerhalb einer stadt gar nicht geht das habe ich auch noch nicht rausgekriegt also wie gesagt da werden wir gemeinsam jetzt einfach ein bisschen auf die reise gehen ihr seht hier gibt es erstmal also wie gesagt ritter ist auch hier ist eine sehr sehr schöne ausrichtung die man schon sieht wie die charaktere funktionieren also ob sie ihr nahkämpfer sind ob sie ihr magielastig sind ob sie ihr unterstützer sind ob sie ihre kontrolle ausüben also crowd control und so sachen fernkampf oder die tank rolle übernehmen und wir sehen auch wie schwer die nominell zu spielen sind laut einschätzung der entwickler zum beispiel ist ein menschlicher kämpfer nach der einschätzung sehr leicht zu spielen hier in diesem spiel währenddessen ein schurke auch sehr sehr leicht zu spielen ist und auch ein attentäter wobei ich nicht weiß ob das wirklich stimmt währenddessen ein hexenmeister hier schon wieder ein bisschen durchschnittlich zu sein scheint was aber wahrscheinlich auch daran liegt dass sie sehr viel weniger hit points haben ist zumindest meine einschätzung hallöchen an rio tresar herzlich willkommen und auch schönen guten tag an jersinja pestis ich grüße euch alle wir gehen das hier mal in die eigenen charaktere und ja da ist der charakter übrigens noch völlig unbeschämt es ist übrigens auch möglich sein eigenes profilbild wenn man das möchte hier rein zu packen habe ich jetzt nicht vorbereitet weil ich habe da jetzt irgendwie nichts passendes wobei doch ich hätte etwas moment aber das müsste ich jetzt erst umbauen das will ich euch gerade mal zeigen also theoretisch hätte ich so eine fresse von mir als comicfigur aber das muss jetzt nicht unbedingt sein das können wir im zweifelsfall später ja noch einbauen im notfall wäre ja gar kein problem aber das ist tatsächlich möglich so wir gehen mal weiter und da ist es dann auch schon also das hier sind die standard charakter bilder das hier wäre dann der eigene wohlgemerkt wo ich gerade eben schon gesagt habe hier sind die standard bilder und da gucken mal ihr könnt die von kingmaker nehmen ich glaube aber dafür brauchst du kingmaker hallöchen donnerprinz schönen guten tag oder ihr könnt natürlich jetzt hier die aus rest of the righteous nehmen wobei man dazu sagen muss dass ich glaube dass es wahrscheinlich ähnlich ist wie hier dass die bilder wahrscheinlich von manchem charakter hier schon besetzt sind und dadurch eine doppelbelegung stattfindet und ja es gibt hier diese fuchs menschen kizune heißen die glaube ich tatsächlich die kann man tatsächlich auch spielen es ist bloß interessant dass man jetzt hier quasi schon das bild auswählt noch bevor ich die rasse gewählt habe das können wir aber später noch ändern wir gehen es einfach erst mal keine ahnung nehmen wir erst mal den gut da fürs erste können später ändern so jetzt kommen wir nämlich zur charakterklasse und da gibt es jetzt hier diese verschiedenen ja überkategorisierungen alchemist haben ganz viele unterarten wie ihr seht alchemisten also hier wie ihr seht sind eher die unterstützer können bomben benutzen mutagene zauber extrakte und so weiter und so fort dann haben wir die arkanisten arkanisten sind spezialisten für arkane magie sie setzt eine große vielfalt von zaubern ein also es ist eine art zauberer klasse dann gibt es die attentäter die haben wir gerade am anfang schon mal gehabt hallöchenulte grüß dich der grenadier war im bar okay krass ja natürlich donnerprinz das bild ist sieht mir ähnlich da hat meine frau tatsächlich mich getunt sozusagen das ist das bild aus dem renke spiel wo ich zusammen mit der gamestar und co crusader kings gespielt habe das ist meine fresse dort von dem thumbnail das hat sie getunt barbaren gibt es baden gibt es blutwüter gibt es das ist eine sehr sehr interessante art von berserker druiden sind bekannt hexen ja natürlich natur magie hexen meister die auch so eine art natur magie machen inquisitor jäger kämpfer kampf magus kinetiker das ist auch eine sehr sehr interessante sache von denen habe ich noch nie zuvor gehört kleriker kriegspriester magier mönch mystiker paradingsbums ritter und ich muss ganz ehrlich sagen ich würde so gern einen ritter spielen alleine nur wegen dem mount ganz im ernst alleine nur wegen dem mount würde ich gerne einen ritter spielen gebe ich offen zu ist auch von der schwierigkeit her durchaus okay wie man hier gerade eben so sieht schamane schurke skalde ein dämonentänzer weiß es nicht ob wenn wir gegen dämonen kämpfen sollten wir ein dämonentänzer sein dürfen und waldläufer so donnerprinz schlägt eine art gerald von riva vor einem schwertkämpfer der sich mutagene reinballert ja aber dann macht doch mal einen vorschlag donnerprinz also was wäre aus deiner sicht so eine sinnvolle so ein sinnvoller charakter an der stelle also um das hier zu ermöglichen das ist passfinder ja das ist passfinder aber wie gesagt passfinder sarellion ist ja auch nur ein baukasten und dieser baukasten ändert sich ja ständig das ist ja nicht so dass es ein stein gemeißeltes regelwerk ist sondern da wird ja ständig immer wieder mal was geändert der horny bart horny bart würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen paladin da würde ich dann doch eher klar ganz ganz klassischen rittern nehmen wollen genau passfinder basiert auf a d und d richtig aber ist keine in sich homogene geschlossene welt sage ich jetzt mal die soweit ich zumindest weiß die einfach quasi ein stein gemeißelt ist also tatsächlich würde ich ungern eine caster klasse spielen heute und gar eine caster klasse weil caster sind sehr schwer das sagt auch das spiel schon die ganze zeit also die werden die werden als nicht leicht hier eingestellt da bist ja auch ganz ganz schnell geworden hittet und deswegen möchte ich das wirklich ungern machen an der stelle aber sie sind natürlich auch stark wenn sie eine weile überleben hat die große frage guck mal es gibt hier was haben wir denn bei den arkanisten weiß mag ja alles klar spontane heilung natur magos gestaltwandel der arkanist phantommagier magische quell attentäter brutattentäter was auch immer das ist generationen von krieger haben gegen die chance die stellung erhalten eng einige ihre uralten techniken wurden bis heute überliefert arkaner vollstrecker einige attentäter studieren das arkane wissen um neue effiziente wege zu finden ihre ziele zu jagen diese attentäter sind als arkane vollstrecker bekannt grundangriffsbonus plus 1 zähigkeit 2 reflex 2 wir haben ein arkanes reservat und da geht es schon los mit den texten ein arkan ist hat einen natürlichen vorrat magische energie für seine arkanisten tricks und die verbesserung seiner zauber ist das de facto eigentlich nichts anderes als die anzahl der zauber die man kasten kann oder ist das wie beim hexenmeister dass das eine mischung aus beidem ist die maximale magische energie richtig nach arkaner also aufnehmen kann entspricht drei plus stufe des arkanisten bei der täglichen vorbereitungen zauber füllt sich der arkaner reservat des arkanisten mit magischer energie auf wodurch drei plus drei halbe arkanisten stufen punkte alt restpunkte bis vortages verfallen das klingt genauso wie das was beim hexenmeister abgeht hallöchen firom schönen guten tag herzlich willkommen grüße dich eine prestigeklasse das problem ist da sagt das spiel nein weil irgendetwas fehlt attribut spontan arkane zauber zu wirken also da da muss da muss ich auf jeden fall auch dahin höllen ritter alles klar mystischer ritter arkane zauber zu wirken stufe 3 umgang mit kriegswaffen hallöchen sommeles schönen guten tag grüß dich ne tatsächlich nicht reviora das ist ja genau der springende punkt also das ist alleine das hier ist schon ein abenteuer alleine das hier ist schon ein abenteuer was was kann denn der also wie gesagt das ist schon etwas was ich schon nicht ganz verstanden habe aber wir können uns ja mal durchklicken guck mal den mystischen ritter an ob wir den bauen können das ist für mich die einzige frage weil das weiter hier ihr seht die voraussetzungen sind nicht erfüllt und das ist halt schon mal der springende punkt das heißt also ich muss wahrscheinlich jetzt erstmal hier arkane zauber zu wirken irgendwie auf stufe 3 bringen und kriegswaffen irgendwie her zu bekommen das heißt ich muss jetzt in die ich kann aber hier noch nicht hin wie ihr seht also die prestigeklassen gehen aus irgendeinem grund noch nicht und ich weiß nicht warum dankeschön checker für deinen resub im vierten monat okay bald für more das ist das macht sinn so rum macht das sinn also dann weiß ich aber nicht warum die schon hier drin sind wahrscheinlich einfach nur um zu zeigen dass es sie gibt nehme ich mal an ja so ein mystischer ritter können wir trotzdem gerade immer reingucken kritischer zauber stand auf der verteidiger arkana betrüger assassine also ihr seht da darf man man darf nicht gut sein man muss irgendwie neutral oder chaotisch oder böse sein wenn man ein richtiger assassine werden genau damit planen kann richtig jetzt bin ich so schlecht im plan also tatsächlich ich weiß nicht könntet ihr euch mit einem arkanen vollstrecker anfreunden fein studieren hinterhältiger angriff oder seite der meinung bisher was kommt wir machen mal ein toll wir haben ja zeit nur ich habe heute vor dass hier auszureizen grob welch welcher archetyp fragezeichen nahkämpfer fernkämpfer magier in anführung also wie gesagt magier ist nicht die klasse magier sondern ganz grob schurke oder kleriker ich mache es mal ein toll der geht eine minute dürfte jetzt abstimmen was wir machen ja wie gesagt das ist jetzt erstmal quasi nur so grob in welche richtung wahlfammer hybrid können wir immer noch machen bloß dass ich schon mal sehe wenn die meisten sagen ich hätte gerne eine nahkämpfer dann machen wir was mit nahkämpfern dann bleiben aber geben aber nicht auf den krieger sondern dann gucken wir mal weil das wäre mir auch zu langweilig dann gucken wir mal quasi was können wir dann sozusagen aus dieser nahkampf situation herausholen und eine kombination daraus machen so würde ich das tatsächlich jetzt hier vorschlagen und handhaben hallöchen battle bars schönen guten tag grüß dich herzlich willkommen ich denke das ist nämlich das beste hallöchen beowulf so da da ja ja das spiel darf ich ab 14 uhr streamen um 18 uhr kommt es angeblich raus okay es gibt also so wie es auch okay nah kämpferschurke dann sind wir doch eigentlich schon hier bei genau gleichstand beide 35 prozent das habe ich so auch nicht gesehen dann sind wir doch eigentlich hier schon bei einem attentäter schon ganz ganz gut dabei vorhutkämpfer was macht der denn taktische vorhutkämpfer also er braucht beweglichkeit wahrnehmung athletik überzeugen wissen heimlichkeit und noch mehr wissen welt und natur schattenmörder ein schattenmörder löst sich aus dem dunkelsten schatten um den herzen ehrbarer bürger mit frucht zu erfüllen er ist ein gnadenloser mörder der sich der magie bedient um sich unbemerkt zu nähern seine opfer zu töten und unbekannt er unerkannt zu verschwinden okay der hat auch natürlich hinterhaltiger angriff unsichtbarkeit kommt aber bei ihm erst relativ spät ein untoter inquisitor er ist immer ja schon da prinz ist immer ja schon hier festgelegt in diese richtung so halbwegs auf einen nahe kämpfer der auf schurkenartige sachen geht also die kombination guck mal ob der kämpfer hier irgendwas hat ne ich glaube da ist nichts schurkiges dabei wir können auch noch mal ganz ganz kurz gucken ob hier irgendwo der schurke noch was hat allwissner meister messerstecher ein wüter manchmal ist die ruhe gewalt ebenso effektiv wie tricks und heimlichkeit umgang mit kriegswaffen kann der dadurch schon das ist natürlich schon krass so bist du aber schon krass auf untote gerade fixiert oder ja es geht gegen dämonen das ist richtig ja das ist absolut richtig deswegen war ja auch mein ursprünglicher gedanke sowas wie einen ritter zu nehmen ne also ich finde die idee mit den rittern halt und weil es halt auch berittenen kampf gibt halt mega gut guckt euch mal an also was da gibt es gibt da halt alle haben halt ne war der hat hier kein tiergefährte vom archetyp entfernt lanzenreiter wie ihr seht piken hier ritter von der mauer ritter der tatze ja also komm lasst uns mal einen ritter probieren das ritter der tatze sind übrigens halblinge halblings ritter ich finde es eigentlich sehr sehr cool wenn wir vielleicht sogar einen furchterregenden anführer nehmen das sind das hier liest du sogar eine furchterregende inspiration ein furchterregender anführer kann seinen verbündeten durch seine bloße gegenwart helfen feindliche furchteffekte abzulegen also wir sind der strahlende anführer zu dem alle aufblicken jack sparrow als ritter ne moment verdammt dann geht schief das kann gut sein ja das kann gut sein alleine deswegen finde ich das hat mega geil also komm lasst uns mal wir gehen als furchterregender anführer hinein ist ja de facto auch nahe kämpfer dann fällt halt der schurke hinten runter aber dafür haben wir dann noch mal andere möglichkeiten drin er hat auf jeden fall viel zähigkeit wie wir sehen kann bedrohliche darbietung machen furchterregende inspiration hat automatisch den tiergefährten hat einen orden hat herausforderungen waffenrüstung kennenzulernen so die große frage welches volk menschen da kann ich mir frei wählen was wir wollen die sind haben ein talent und sind geschult man könnte einen elfen spielen da wären die elfen waffen noch mit drin wir könnten einen zwergen spielen da wären die zwergen waffen noch mit drin wobei ein zwerg und ritter also ich weiß es ist in dieser welt sicherlich möglich aber irgendwie wäre es auch schräg ein gnomen ritter bitte keine elfen zwerge was sonst geht schon gut los halb elf halb orc orcische wildheit dieses mal möchte ich kein halb orc spielen das letzte mal waren wir ja schon in halb orc mit dem oge otto die asimar also wenn ihr einen paladin spielen wollt seid ihr mit denen hier voll dabei mit der aura des lichts und die celestische resistenz die übrigens säure kälte und elektrizitätsresistenz noch verleiht dann gibt es noch die tieflinge das ist quasi eine art diabolische gefieche die oriaden gibt es halb vampire könnt ihr spielen und die kitzone das finde ich die die interessant ist das sind selber gestalt wandler wobei ich behaupten möchte dass sie wahrscheinlich mit einem ritter nicht so viel bringen halb vampire haben eine untote resistenz halb vampire erhalten einen volksboden von plus zwei auf rettungswürfe gegen krankheits- und geistes beeinflussende effekte was sehr sehr stark sein kann lebenskraftentzug widerstehen an halbvampir erleidet durch entzug von lebenskraft effekte keine mali verbundenheit mit negativer energie obwohl sie lebende kreaturen sind reagieren halbvampire wie untote auf positive und negative energie während sie positive energie verletzt werden sie durch negative energie geheilt das heißt also wir könnten uns wahrscheinlich durch bestimmte schadenszauber heilen und hände auflegen wäre ganz schrecklich ja haut einfach mal ganz ganz kurz mal in den chat eure präferenz sein ich weiß das kenne ich das weiß dass das kenne ich die zune beim piet zu einem gnome zwerg gezune halbvampir oriade halbvampir zwerg vampir 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 zwerg zune oder vampir zwerg ok ich sehe schon wohin die reise geht wir machen einen einminütigen poll ihr habt euch auf drei sachen hier eingeschossen welche rasse also kenne also kenne halbvampir zwerg ihr dürft abstimmen sind ja nur halbvampir ja aber immerhin schon mal ein halbvampir das sind also quasi die die kinder von äh äh wie heißt sie nochmal von bella und von 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 äh diesen glitzer prinz ihr wisst ja nicht mein äh äh kitzune sind äh so fuchs menschen das fuchsvolk furries genau das sind furries so zwerge wie ihr seht die sind sehr stabil haben auch sehr sehr viele boni haben auch zwergenwachen vertrautheit haben mehr konstitution damit mehr lebenspunkte ok wir haben uns ja den halbvampir entschieden das ist also jetzt hier die sache wir sind ein halbvampirischer ritter wir sind de facto ein blutritter wenn ihr so wollt gut dann sind wir ein halbvampir halbvampir blutlinie jetzt gucken wir mal was hier los geht jetzt kommen wir nämlich ins eingemachte halbvampir yanshi der halb yanshi oder ru shi sind für gewöhnlich das resultat eines unheilvollen rituals oder einer magischen besessenen vaters und nicht der abkümmling eines menschen und eines yanshi 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 haben keine natürliches bedürfnis sich fort zu pflanzen ah asexuell was ans gesicht ihrer verfaulenden inneren organe ohnehin nur schwer vorstellbar wäre uuuuuuuu uuuuuuuu äh volksbonus plus 2 auf stärke und intelligenz einen malus von 2 auf geschicklichkeit und plus 2 auf beweglichkeit und willenswürfe ok also wir sind stärker und intelligenter die halbmroy svethocher wir haben einen bonus auf stärke und charisma oh das wäre für uns sehr sehr cool äh minus 2 auf konstitution überzeugungswürfe wissenswürfe von einem roi abschneiden der halbvampire werden svethocher genannt und haben nichts von scham und schönheit ihres vampirischen ahnen verloren svethocher haben es im umgang mit sterblichen für gewöhnlich leichter als andere halbvampire müssen aber aufpassen dass ihre vergleichsweise schamlosen gesellschaftlichen beziehungen nicht zu eifersucht, missgunst und verachtung führen ok dann die halb nosferatu haben einen volksbonus auf stärke und weisheit ähm hallöchen marzipanbibel herzlich willkommen grüß dich die vereinigung aus der eine brut der uralten hervorgeht ist eine entsetz ist zu entsetzlich um sie auch nur vorzustellen selbst eine vergleichsweise junge nosferatu ist so ein schrecklicher anblick ja wobei die machen wir minus 2 konstitution und nicht auf charisma so interessant einfach nur so halbvampir volksbonus auf geschicklichkeit und charisma was auch nicht schlecht wäre aber auch ein minus auf konstitution warum stecken die immer so wenig ein die vampire warum sind die alle so glaskannons das ist doch interessant halbvampirkönig heilige abstammung vom vampirkönig abstammung der halbvampire sind äußerst selten halbvampire mit heiliger abstammung sind wunderschöne aber finstere schattenwesen im grenzbereich zwischen menschen und vampir oft handelt es sich um einzelgänger die unbeirrbar ein festes ziel verfolgen starke intelligenz bonus malus auf geschicklichkeit mhm oder die aiebechana die bringen einen volkson auf intelligenz und geschicklichkeit ganz im ernst ich finde eigentlich für unseren furchterregenden anführer entweder den halb moroi also den zwetocher oder den halbvampirkönig sehr sehr geil hallo ich bin okta gaming grüß dich ja ich danke dir dass du da gekauft hast und ich hoffe du hast sehr viel spaß damit oh taulichenscheikorax hm halbvampirkönig oder zwetocher was ist so euer was ist so eure tendenz haut mal runter hau mal rein zwetocher oder vampirkönig ok also es sind schon ein paar mehr vampirkönige dabei der nosferatu ist raus ob da gaming der könig wenn man auf den führer gehen will meinst du wirklich haben boni auf überzeugungswürfe und wissen ja die meisten sagen wirklich ne die meisten haben hier wirklich könig gesagt also wir sind ein halbvampirkönig heilige abstammung jetzt gehts los weiter gehts so dann hintergrundwahl natürlich adeliger hehehe die ganzen kind pass ich gelehrter pass ich das passt alles nicht so wirklich ich glaube hier ist es klar dass wir ein adeliger ein anführer sind wir sind aus unserem grab gestiegen um den untergang der welt zu verhindern nicht weil wir gut sind sondern weil die vampir die dämonen uns vampiren ansonsten die nahrung stehlen die nahrung stehlen deswegen verbünden wir brauchen aber auch ein bisschen was auf charisma deswegen verteile ich hier gerade eben schon mal die punkte so hin intelligenz ist etwas was man brauchen wir intelligenz für wissen ja wir brauchen intelligenz für wissen ich möchte aber auch hier kein minus haben also wenn schon dann hier ein klar eine klare null gehe ich auf 16 auf extra lebenspunkte das hier wird es schon zu teuer die große preisfrage ist ob wir ob wir sagen quasi wir brauchen sowas wie weisheit nicht ne brauchen wir auch für wissenswerte ganz im ernst das wäre für mich ein charakter mit dem ich leben könnte das bild passt überhaupt nicht ja ich weiß das können wir noch ändern das können wir noch ändern keine sorge das ist nur eine arbeitsbild weil an dem porträt musste ich vorbei an dem musste ich vorbei so jetzt kann ich nämlich noch mal hin und mal gucken was würde denn da passen ja der hat leider so rapier gedöhnt das ist auch nicht so ganz richtig das wäre ja ein zwerg ich versuche halt gerade mal zu gucken was hier ein vampir wäre ja scrollen das sind halt noch die kingmaker dinge können wir mal gucken ob es bei den kingmaker irgendwas dabei wäre das hier würde vielleicht sogar noch passen oder das wäre noch nah dran für so einen dunklen helden ja sieht adelig aus nehmen wir mal erstmal den da bis wir vielleicht meine eigene fresse da rein nehmen so also wir sind ein halbvampirischer ritter furchterregender anführer mit adeliger also adelige abstammung eines halbvampir königs wir sind voll bescheiden hier unterwegs so gucken wir mal weiter so jetzt kommen hier die Fertigkeiten zuweisen wir brauchen auf jeden fall athletik das ist gar keine frage und beweglichkeit das sind so ziemlich unsere wichtigsten sachen und auch überzeugen deswegen setze ich da überall schon mal einen punkt rein haben natürlich ist ja auch schon boni wie ihr seht überzeugen sieben beweglichkeit fünf athletik sieben wissen haben wir jetzt nicht so viel aber das ist okay naja heilige abstammung kann ja aus der sicht von vampiren für dich unheilig sein weil ich in holland sind sehr grüß dich oh prozent rechnen das ist das ist eine knackige angelegenheit für kinder das ist richtig einen punkt haben wir glaube ich noch oder ne maximal rangwert 1 mehr haben wir nicht okay weiter und jetzt kommen wir zu unseren talenten hm ich habe einmal sogar das ist aber schon ein paar jahre her da war ich noch an der uni da habe ich mal im stream jemanden einen schüler der gesagt hat er kann prozent rechnen nicht lernen habe ich tatsächlich geschafft innerhalb einer halben stunde dem prozent rechnen beizubringen was sein lehrer nicht fertig gebracht hat aber das machen wir jetzt nicht weil wir sind jetzt hier so waffenfokus wird mir hier vorgeschlagen ich denke dass wir als also ich denke komm wir gehen ganz ganz klassisch auf ein langschwert oder denn wir sind ja ein ritter wir reiten ja ich bin dafür dass wir voll klassisch auf ein langschwert gehen bis äh glaube ich nicht dass das sinn macht hallo ich in pinsi schönen guten tag grüß dich ich war mal tatsächlich mathe nachhilfe lehrer als student habe ich über ein jahr lang gemacht hatte zwei schülerinnen als h2 ein schwert ich weiß nicht zwei hands schwert ich weiß nicht als reiter echt also ich finde eigentlich ich finde eigentlich schwert eigentlich ziemlich geil vor allem wir haben wir haben schon oder haben wir nicht sogar schon schwert als beim anführen dabei waffen umgang schwert aber warte mal aber waffen umgang gucken wir gerade eben mal nochmal bedeutet du kannst mit langschwert umgehen und diese als waffe benutzen jetzt gucken wir mal was das hier beim talent bedeutet langschwert das ist ein waffen fokus wohlgemerkt und das heißt wir haben dadurch es geht nicht nur darum dass man es benutzen kann sondern das bringt uns von du kannst auch einen waffenlosen angriff oder als zauberkunde einen berührungsangriff im nahe und fernkampf als waffe auswählen vorteil jetzt bei einem bonus von plus eins auf die angriffswürfe ja deswegen sollten wir dringendes langschwert nehmen alles andere ist quatsch wenn wir da schon auf schwert gegangen sind wäre es jetzt idiotisch her zu gehen und zu sagen hey komm lass uns faustkampf nehmen mächtiger durchschlagender hieb bedrohliche darbietung genau bedrohliche darbietung ist ziemlich gut weil dann können wir nämlich den gegnern angst machen verteidigung zerschlagen mächtiger waffenfokus waffenspezialisierung waffenfokus legende also es es muss auf jeden fall der schwertkampf sein also das langschwert so und jetzt kommt unser orden dem wir angehören der totenschleier orden geht aus leider irgendwie nicht ritter dieses ordens suchen und vernichten untote ach so deswegen nicht da hätten wir so eine autoaggression ich muss mich töten ich muss mich töten ich muss mich halb töten weil ich bin ja halbvampir ok der sternenorden ritter die sich dem sternenorden anschließend widmen sich dem schutz der und der verteidigung eines glaubens und ein seiner anhänger angehörige dieses ordens neigen dazu viele grundsätzen und lehren ihrer religion zu folgen der schwert orden i take this ritter die sich dem schwert orden anschließend widmen ihr leben dem kodex der ritterlichkeit und vertreten werte wie ehre tapferkeit und gerechtigkeit ritter dieses ordens schwören für gewöhnlich einen fürsten oder einer fürsten ewige treue vor allem ja ich schwöre mir selber ewige treue ich bin ja denn ich bin ja ein kann man beritten im meisterschaft fedehandschuh warte mal was was ist fedehandschuh fedehandschuh auf stufe 15 kann okay das dauert eine weile kann der ritter einmal pro tag einen fedehandschuh werfen dies funktioniert wie eine normale herausforderung aber der ritter führt allen angriffs und schadenwürfen gegen das ziel seiner herausforderung seinen karischma bonus hinschuh den wir haben darüber hinaus erhält er einen situations bonus von plus vier auf angriffswürfe das ist ziemlich cool also das ist mächtig der pfauen orden ein ritter dieses ordens dient nur sich selbst und strebt danach seine eigenen ziele zu erreichen das wäre auch nicht schlecht und ritter dieses ordens neigen zur selbstsucht und befassen sich ausschließlich mit persönlichen zielen und anliegen okay prale heraus und der löwen orden für den könig ein ritter des dieses ordens hat sein leben für den dienst eines königs einer königin einer örtlichen kriegsherrin oder einer anderen herrscher gestellt die standhaften und ihre sache treu ergeben den ritter dieses ordens sind bereit alles zu tun was die sicherheit ihres herren und des reiches gewährleistet der pfauen ordner der klingt für uns am besten wir sind voll und ganz in unseren eigenen diensten unterwegs so wir können auch eine herausforderung aussprechen wir bin ich gespannt wie das läuft erhält einen moral bonus von plus eins auf alle nahkampf angriffswürfe gegen das ziel okay dann bedrohliche darbietung dein geschick mit der bevorzugung war für kann gegen angst machen aber warte mal das ist ja doppelt gemoppelt oder bin mir nicht sicher weil ich dachte die bedrohliche darbietung hätten wir schon benutzt warte mal also dein geschick mit dem okay ich muss das ist alles ein geschicklichkeitstest das ist wieder blöd das ist wieder blöd praler auf stufe 2 kann der ritter die bedrohliche darbildung als bonus talent des ritters erhält einen moral bonus von plus auf nahkampf angriffswürfe gegen furchteffekten gegen mit furchteffekten belegte ziele ruhm stehlen auf stufe 8 kann der ritter den ruhm für die erfolgreichen angriffe an das andere kreatur stehlen fliegt eine andere kreatur einem ziel dass der ritter bedroht einen kritischen treffer zu kann der ritter gegen dasselbe ziel einen gelegenheitsangriff durchführen okay augenblick des triumphes auf stufe 15 kann der ritter mit einem freien aktion einen augenblick des triumphes verkünden der ritter halt eine runde lang einen kompetenz bonus in höhe seines charismamodifikats auf alle attributs angriffs schadens rettungs und fertigkeitswürfel das ist ja mächtiger als der fehdehandschuhe würde ich mal behaupten dieser bonus wird auch zu einem zu seiner rüstungsklasse addiert außerdem werden alle seine kritischen bedrohungen okay es ist der pfau wir sind der stolze pfau gut weiter geht's der tiergefährte ja wir haben ein tiergefährten können jetzt auch gleich erschaffen übrigens wir können unseren tiergefährten erschaffen pferd wir können natürlich nur pferd wählen und jetzt müssen wir eine gottheit wählen jetzt bin ich gespannt gibt es irgendeine dunkle gottheit die irgendwie noch eine bevorzugte waffe schwert hat hier rapier rapier sternenmesser langen bogen um zweihänder streitflegel dreizack dolch langschwert iomede domänen herrlichkeit gutes ordnung sonne krieg langschwert aber das ist mir zu gut das sind ja so lichtritter urgata ich guck mal ob da und du meinst urgator ja aber das ist eine sense da krieg ich boni auf sensen krummsäbel zweihändige axt dolch kurzschwert kampfstab voraus urgator die fallen präzessen und herren der verzweiflung ist die göttin der körperlichen ausschweifung der krankheit und der untoten sie wird vor allem von dunklen nekromanten untoten und solchen die als untot werden wollen verehrt manchmal richten anhänger der völlerei oder schwer erkrankte mit gebete an sie ihre anhänger glauben dass sie die erste kreatur war irgendwie naja passt nicht passt nicht so richtig zum charakterkonzept das ist einfach zu zu böse zu schräg ja aber wir sind ja schon aufs schwert jetzt fixiert wir sollten jetzt nicht auf die idee kommen zu sagen ach komm scheiß auf das schwert wenn wir jetzt hier schon quasi diese ganze schwert sachen genommen haben dann auf eine sense setzen ich meine wir können durchaus noch was zweites nehmen aber dann bitte irgendetwas was passt dunkler fürst und prinz der schmerzen ist gott der finsternis des neids des verlusten der schmerzen verfügt über einen verschlagenen und bösartigen verstand der größte des großen jenseits hallöchen morschen schönen guten tag grüß dich mord 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 torack kriegs hammer schellen klev eine schönheitsgöttin Herrlichkeit, Gutes, Sonne Zerstörung, Heilung Norgobär, Verzauberung Tod, Böses Wissen, Tricks Nethes Mit Magie, Lamashtu Falki und Kukri Irori Also man kann ja auch rechtschärfend Neutral oder neutral gut sein Die Ronna Chaos Chaos will ich nicht, ich will ja nicht Urböse sein, ich will in meinem eigenen Ding unterwegs sein und dann sollte es eher so Neutral sein Meinetwegen chaotisch neutral oder neutral Einfach irgendwie nur so neutral Wisst ihr? Irgendjemand wo man einfach nur Neutral sein kann Gesetz, Schutz, Stärke, Krieg Erastil Desna Rapier Chaos, Verzauberung, Wissen, Glück, Tricks Altheismus Hey, wir gehen auf den Atheismus Ein Ungläubiger Erworbene Fähigkeit In Golarion bezeichnet man im Begriff Altheismus Den Glauben, dass die gemeinen als Götter Bekannten Wesen der Achtung und Verehrung Nicht würdig sind Ey, das ist geil Die ihnen andere entgegenbringen Altheisten bezweifeln die Existenz von Göttern nicht Und erkennen ihre Macht durchaus an Mehr aber auch nicht Anstelle von Göttern verehren sie Ideale Wie Freiheit, Philosophie Ja, das finde ich cool Das finde ich geil Hey Candy Schönen guten Tag Grüß dich Ey, das passt super zu unserem Konzept Äh, ein Rahadumischer Ungläubiger Fügt der Liste seiner Klassenfertigkeiten Wahrnehmungen zu Darüber hinaus Erhält er einen Bonus von Plus 2 Auf Rettungshof Gegen göttliche Zauber Äh, ein Rahadumischer Ungläubiger Kann keine Klasse angehören Äh, die göttliche Zauber wirken kann Oder äh, die Wahl einer göttlichen Äh, Gottheit voraussetzt Verfügt der Charakter Aufgrund der gewählten Hintergrundes Seiner Klasse Er kann bereits eine Klassenfertigkeit Umgang mit Waffen oder äh Okay, okay, okay Ohne Hintergrundes Das ist fertig Und ich kann nur Plus 1 Umgang mit Waffen Äh Okay, nochmal Das muss ich nochmal lesen Verfügt der Charakter Aufgrund der gewählten Hintergrundes Einer Klasse Bei der Charaktererstellung Bereits über die Klassenfertigkeit Umgang mit Waffen Oder Umgang mit Rüstungen Werden die entsprechenden Boni Des Hintergrundes Bei Fertigkeiten Zu einem Kompetenzbonus Von Plus 1 Beim Umgang mit Waffen Zu einem Verbesserungsbonus Von Plus 1 Und zu einer Senkung Das ist Rüstungsumgang Mit Rüstungen Und zu einer Senkung Hä? Aber ich nehme das Weil das am besten Zu uns passt Wir sind ein Ungläubiger Wir sind Wisst ihr Wir sind quasi Ein Halbvampirkönig Wir stammen quasi Von dieser heiligen Blutlinie ab Götter Hahaha Ihr wisst nichts Über Götter So in der Art und Weise Das finde ich gut So Neutral Wir sind Komplett neutral Die grundlegende Moralische persönliche Disposition einer Kreatur Ne Warte mal Was ist neutral Was heißt neutral Also neutral Das wurde früher Besser beschrieben Rechtschaffende Charaktere Also de facto Sind wir komplett neutral Uns ist Gut Böse Rechtschaffend Chaotisch Wo kehrs Das ist uns Das ist nicht unser Ding So und jetzt kommt Unsere Körperform Also erstmal auch noch Unser Geschlecht Warte mal Habe ich irgendwo schon Das Geschlecht Wählen können Achso ich bin schon Männlich Ich bin schon Männlich Das sieht halt nicht so Männlich aus Also gut Jetzt können wir Die verschiedenen Körperformen Ihr seht Gibt es auch In massig Ich denke Ich nehme den da Narben will ich keine Ganz bleich Oder Ja komm Ich glaube Ich bin ganz bleich Jetzt können wir mal Welche Frisur Wir nehmen wollen Ich nehme diese Frisur hier Wir können auch Einen Bart nehmen Ne Bart können wir Nicht nehmen Oh schade Hier können wir auch Die Frisur nehmen Blaue Haare Wir Sie nannten ihn Rezo Gucken wir mal Was wir hier nehmen können Ich finde das eigentlich Mit den weißen Haaren Auch ganz cool Der weiße Vampir Kriegsbemalung Brauchen wir nicht Primärfarbe Da hätte ich ganz ganz gerne Hier so das schicke Mörbblau Das ist eher so dieses da Die sekundärfarbe Nehmen wir schwarz Als Kontrast Wobei Wo ist das blau? Ich sehe das blau Nicht richtig Ja so Ja so So finde ich das gut So finde ich das gut Was kann ich da noch machen? Ah Da kann ich die Kopfbedeckung Rucksack anzeigen Und so weiter Und so fort Okay Also so soll er mal aussehen Rot hätte was Meint ihr? Ja aber das Rot Sieht ja so ein bisschen Komisch aus Das ist ja so komisch aus Wir können aber mal gucken Ob hier noch ein Rot geht Dieses turkis ist halt aus irgendeinem Grund immer da Und irgendwie Finde ich passt das dann nicht Nehmen wir mal den Also der Kontrast Ich finde der Kontrast ist cool Diesen komplett weißen Typen da Weiter I'll take care of it Oh Gottesfürchtig Bestimmt nicht I'm always ready You're done for Weise I need to concentrate And off we go I didn't even break a sweat Enemy near I feel faint Let us bide our time A solid plan I won't give up Adventures await Let us be off I have no use for this Their life ends here We do it my way Ich glaube der Selbstbewusste ist es ja So und dann kommt Jetzt natürlich der Name Und ihr dürft das Geburtsdatum auch bestimmen Was für einen Namen wollen wir wählen Ähm Ja gut Ich könnte natürlich jetzt erstmal mich selber nehmen Oder Little Dracula Ah nee Nicht Little Dracula Ah nee Hm Halaios Flatepsch Bin sie ist der Meinung Lucky Buster Das würde am besten passen Was schon Ich hatte doch mal so einen Charakter Der äh Ich muss gerade nur mal auf den Namen kommen Der auch für solche bösen Rollen geeignet ist Äh Das Problem ist es wird alles nicht reingehen So der böse Rich Von Fiesenstein Aber ihr seht es geht nicht rein Das geht nicht rein Merpius An An Anlehnung an Morbius Guck mal wie das aussieht Merpius Van Merp Warte mal Wir machen es mal so Van Merpenstein Also wenn dann Merpenstein Kommt Sein Vorname ist Fun Und sein Nachname ist Merpenstein So Van Merpenstein Habt ihr so eine Idee Was wir Wann wir Geburtstag haben sollen? Alucard ist halt voll und ganz Nach Äh Diesem Äh Castlevania Äh Anime Ne Das ist halt der Charakter Ich kenne die Serie 17.4 Der 6.6 Ich kann der 6.6 6.6 Nicht machen Mal gucken Also das wäre dann 66 Kann ich ja nicht machen Also wäre hier Der 6.6 26.5 Das ist Blutmond Komm dann machen wir das Der 26.6 Nuss Ah dann endlich Hätte ich auch noch einen coolen Namen Kurt Blue Steel Gehabt Ja stimmt Kurt Blue Steel Wäre auch geil Äh Das ist Dieser Name ist entstanden In einem Ähm Total War Warhammer 2 Let's Play Äh Wo mir ein Normaler Kommandant Quasi mehr oder Also dem Hauptcharakter Malekith Bei den Dunkelhelfen Voll den Rang abgelaufen hat Und äh Dem habe ich einfach Irgendwann mal den Namen Also der hieß eigentlich Kohl Und dann habe ich immer Die Namen um Dann habe ich ihn Kurt Genannt Und Blue Steel Deswegen so eine Abwandlung Quasi aus Ähm Suländer Weil der Charakter stand Einmal da Gegen eine gesamte Armee Und die Gegner Die KI traute sich nicht Über den Fluss Solange der Typ da stand Er war ganz alleine Und deswegen habe ich Damals gesagt quasi Sein blauer Sein stahlblauer Blick Hat sie davon abgehalten Den Fluss zu überqueren Deswegen stimmt es Kurt Blue Steel Eigentlich Ach komm Wir nehmen Dann nehme ich das Kurt Blue Steel So Das ist Kurt Blue Steel Das ist äh Nicht sein echter Name Das Damit Damit gibt er sich Nur unter Menschen aus Das ist wirklich super ey Stimmt Daran Daran habe ich nicht mehr gedacht Also Kurt Blue Steel Soll es sein Das weiß ich Das weiß ich Thewes Das weiß ich Deswegen war ja der Gag Gewesen Quasi dass Fun Einfach sein Vorname ist So Also Kurt Blue Steel Und das ist er jetzt So wie es aussieht Er kann auch in Gnadenstoß Versetzen Das ist sehr sehr witzig Gegner können nämlich Getötet werden Wenn sie irgendwie Kampfunfähig sind hier So Interessanterweise Habe ich aber noch Kein Pferd Ich hätte eigentlich Noch ein Pferd Bauen müssen können Gucken mal Ob das jetzt hier noch kommt Ne Scheinbar nicht Das fängt übrigens schon Voll gut an Ja ja natürlich Aber das war nicht Das geht erst ab 18 Uhr Wir kommen halt gleich Schon mal verletzt an So Also das Schöne ist Das hier Zumindest am Anfang Ich weiß nicht wie es später ist Am Anfang ist alles Auf Englisch mit Sprache Da sind nur noch Sachen Texte die so leicht Gegraut sind Wo er noch so Beschreibungen dazwischen sind Ich werde einfach nicht Vorlesen Was die sagen Das lernen wir einfach Vom Englischen her Quasi Übernehmen Ich werde nur das vorlesen Was ich selber antworten kann Da kommt der nächste an So Du hörst die Strenge Also du hörst die Strenge Stimme Eines älteren Mannes Aber du bist so geschwächt Dass du nicht einmal Den Kopf in seine Richtung Wenden kannst Also wir sind ziemlich Im Arsch Warum weiß ich nicht Ich kann gar nicht sterben Und schon haben wir keine Waffen mehr Das sind immer die besten Abenteuer Wenn sie so beginnen Kann sie gleich schon mal Keinen Scheiß bauen Der hat einen Heilzauber auf mich gesprochen Eigentlich Eigentlich müsste er es jetzt verschlimmert haben Ne nicht Wasser Blut Er hat Ja 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 schon Araton Weißt du was ich meine So Woher weiß er Dass ich ein Vampir bin Ich weiß auch gar nicht Ob die darauf reagieren Ob das eigentlich auch cool ist Dass ich ein Vampir bin Das war ein Schadenszauner Er heilt mich schon klar Ich sage einfach nichts Ich tue stumm Die Zähne knirschen Also ihr seht auf jeden Fall Dass hier schon einige wichtige Charaktere Uns hier direkt am Anfang vorgestellt werden Weil ansonsten hätten die keine Bilder Ich glaube wir sagen Ich bin aus privaten Gründen In die Stadt gekommen Finde ich eigentlich am besten Das ist ja auch meine Privatangelegenheit So ein Kreuzzug Tote Geheilung My dear prelate Please For the sake of the festivities Stop interrogating this poor man He has been through enough already Go on I'll take care of him Der alte Mann sieht mürrisch und grummelt von Dannen Ja eine schöne Frau mit silbernen Haaren beugt sich über dich Sie scheint alterslos zu sein Ihr Gesicht trägt keinerlei Falten Doch in ihren Augen schimmert eine jahrhundertalte Traurigkeit Je länger sie spricht Desto fester wird ihre Stimme Ähm Wer seid ihr? Mein Name ist Tarendalev Ich bin der Protektor der Stadt Danke Was ist mit mir geschehen? Ich glaube ja Dass wir draußen an einem Priester begegnet sind Der versehentlich eine Heilung auf uns gesprochen hat Und das hat uns umgebatscht Nachdem wir vorher nur so einen Spreißen im Finger hatten Wisst ihr so Seid ihr wirklich ein Drache? Ja nachvollziehbar Ich zeige auch nicht meine wahre Form Kann ich gehen Das heißt also wir haben eine Art offene Wunde Okay So Das ist der Gründungstag. Knebrez ist eine Stadt an der Grenze zweier Welten. Die ungewöhnliche Welt. Okay, das war schon schnell weg. Und damit sind wir zum allerersten Mal im Spiel drin. Tagebuch. Wenn du ein... Da sind noch die Tutorials gerade eben. Die kann man auch ausmachen, wie ihr seht. Ja, Spiel sagt halt quasi, ich kann mich jetzt hier bewegen. Ich kann so weit reinzoomen. So weit rauszoomen. Das sind wir. Man sieht hier quasi, dass ich hier so einen Radius habe für einen Sturmangriff. Dass ich hier Herausforderungen aussprechen kann. Bedrohliche Darbietung geht auf diese Reichweite. Defensivkämpfen kann ich machen. Und ich kann Reittiergefährte machen. Das Problem ist bloß. Hier in der Stadt scheint das nicht zu funktionieren. Deswegen muss der Gaul mir jetzt wie ein Hundchen hinterherlaufen, so wie es aussieht. So, die Kamera brauche ich gerade eben nicht. Kann ich eigentlich ins Inventar gucken? Also das sind jetzt erstmal wir. Wie man hier seht. Wir haben 14 Lebenspunkte. Das sind unsere Fertigkeiten, unsere Kampffähigkeiten, Kampfmanöver. Das ist nochmal unsere Klasse. Wow, unsere Geschichte ist geheim. So, Inventar. Wir besitzen gravierte Armschienen des Glücks. Wahrscheinlich haben wir deswegen überlebt. Gibt uns einen Bonus von Plus 1 auf die Rüstungsklasse, sowie auf Reflex und Willens- und Zähigkeitswürfe. Hossi für den Pferd, für das Pferd. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das machen kann. Darüber hinaus tragen wir einen Schuppenpanzer mit einem Rüstungswert von 5. Minus 4 auf den Rüstungsmalus. Arcana Zauber-Fehlschlag-Chance. Ja, wir zaubern ja zum Glück nicht. Darüber hinaus haben wir nochmal einen Trank für leichte Wunden heilen. Gilt das für uns auch? Dürfen wir sowas trinken? Und Trank der leichten Wunden verursachen? Ich hoffe mal, dass ich sowas trinken darf. Das muss ich gerade mal gucken. Den Gaul kann ich den Namen des Pferdes ändern? Ah, hier kann ich jetzt das Pferd noch bauen, wie ihr seht. Hier kann ich jetzt noch den Charakter des Pferdes bauen. Todesgezeichnet. Als Ergebnis einer zur Zeit erfolgreichen Wiederbelegung eines seltsamen Seuch oder des wiederholten Kontakts mit Untoten sind todesgezeichnete Gefährten lebende Tiere, die ähnlich wie Halbvampire mit dem Makel des Untodes gezeichnet sind. Ich glaube, das ist das, was ich nehmen möchte. So. Weiter. Dann seine Skills. Ja, komm, ich gebe ihm mal Heimlichkeit auf jeden Fall. Athletik. Wobei, nee, Beweglichkeit ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oder? Ja, mach mal mit ein Minus. Das Pferd sollte schon schleichen können, in meinen Augen. Was bringt mir mehr? Was sind die Gleichgewichtsgefühle und die Koordination? Athletik. Springen, Klettern. Nee, dann nehmen wir hier Athletik. Weiter. So. Äh, hier geht es jetzt einfach darum, was das Pferd halt alles kann, ne? Und ich denke, mir geht es bei diesem Pferd auf jeden Fall darum, dass es mehr aushält. Plus drei Trefferpunkte. Dass es nicht so leicht stirbt. Wachsamkeit, Waffenfinesse. Alles, was ich halt theoretisch machen kann, ist nicht erlaubt, wie ihr seht. Das macht unverwüstlich. Ein besonderes Schwert, dich zu töten. Wenn dein gesamtes Trefferpunkt auf 0 sinkt und du aber nicht getötet wirst, soll ich eine Runde lang weiterkämpfen. Äh, eine Runde lang. Wir nehmen die Abhärtung. Mehr Hitpoints. Oh, das ist jetzt hier der Name. Äh, wir haben schon einen Namen. Komm, wir nehmen das... Dann nehme ich beide Namen, wenn es geht. Also, Hossi, Rosinante. Das ist also Hossi Rosinante. Mehr Namen gehen eh nicht hier rein. So, was für ein Geburtsdatum? Für alle, die gerade eben so Namen reinhauen, bei mir muss man normalerweise Kanalpunkte von Namensgebungen ausgeben. Damit diese Kanalpunkte für irgendwas gut sind. So, der siebte, achte. Weiter. Das hier ist also Hossi Rosinante. Unser untoter Gaul. Fertig. So, damit haben wir das ist ja auch schon mal geschafft. Und es... Werden wir einfach so in diese Welt geworfen. Das sind diverse Bürger. Pause ist mit Leertaste drin. Schauen wir uns mal um. Da sind Namen, die... Leute, die Namen haben. Okay, das nennen die eine Feier. Ein magerer Abklatsch des üblichen Geschenks... Äh, okay, fehl. Wache, Bürger... Oh Gott, sind hier viele Leute. Das ist auch jemand mit Namen. Charakter und interaktive Objekte. Du kannst mit verschiedenen Objekten, wie zum Beispiel Türen... Also ihr seht, da gibt's... Äh... Ah, das ist schon mal gut zu wissen. Äh... Der Moment, wo man erschlagen wird. Ähm... Mit Tab kann man sich erschlagen lassen. Mit Informationen. So, gucken wir mal. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird. Wie immer. Ja, aber dann... Hast du ja immer dieses Gefühl. Das nochmal Tyrandelef. Das wird euer Leid lindern. Das ist der Hullrun. Eine seltsame Wunde. Verflucht vielleicht. Kommt mir fast so vor. Ja, aber was mache ich jetzt hier? Ich kann ja offensichtlich nichts tun. Adelige Bauer, Bauer, Adelige Bürger, Bauer, Bauer, Wache. Irgendwas Gedöns. Da ist ein interaktives Objekt. Ah! Also, ich trinke gerne mal einen Humpen. Vor allem, wenn die Stadt bezahlt. Was sagt ihr? Noch eine Runde? Okay. Wir haben einen vom besonderen Festtrunk gekostet. Das hat sich übrigens gerade eben von alleine gedreht. Das heißt also, ich soll wohl jetzt hier gerade eben erstmal mit der Welt interagieren, oder? Das interpretiere ich mal so. Ich bin jetzt halt... Ah, da ist nochmal was. Komm, dann gehen wir mal dahin. Ich gucke gleich danach, Moschen. Ich gucke gleich danach. Verpasse ich meine! Uff! Ah, das ist also so eine Art Hauden-Lukas. Nur ohne Lukas. Und? Bumm! Genau, aufs Kinn! Hahaha! Das nennt sie einen Kinderhaken. Ich zeig dir mal, wie das geht. Und mit diesem Knall kommt der Turk rein. Oh-oh! Oh-oh! Das sind aber jetzt mal Party-Crashen. Das ist die Tyrande-Left, genau. Die fragt mit dem paar Dämonen. Oh boy! Let the feast begin! Abgang Brünelings! Hahaha! Das ist die Figur. Blimey! One minute we had a dragon. The next, bam! She was gone. What are you gonna do? Fight or flee? If flee is your plan, let me help you out. I've got a scroll here with a good protective spell. Okay, wir reden anscheinend hier gerade mit so einem Halbling. Die Rüstung des Halblings ist voller Blutspritze und er ist bis an die Zähne bewaffnet. Mit einem Schwert, einer Klinge, einem Beilei am Gürtel und einer Armbrust auf dem Rücken. Seine Stimme kommt dir bekannt vor. Äh, hab ich dich schon mal irgendwo gesehen? Ja, du hast. Du hast mir dein Leben gewonnen. Ich bin derjenige, der dich außerhalb der Wälder gefunden hat und dich in den Zähnen gebracht hat, um dich heilt zu werden. Ich sehe, dass sie dich aufgerissen hat. Gut, dass sie es vor der Atmosphäre getan haben. Oder sonst hätte du das gemacht. Okay. Wie ist die Lage in der Stadt? Dümmste Frage ever. Aber das zeigt nur, wie abgebrüht wir sind. Ja, würde ich auch mal sagen. Wer ist der Skaren? Wurde es gerade im Sackstuh genial. Ja, es gab tatsächlich mal so die Rollenspiel-Situation bei uns im Pen & Paper, wo wir wirklich mal in einer solchen Situation, wo wir angegriffen wurden, eine Diskussion angefangen haben. Und der SL uns anguckte und der SL uns anguckte und so zerknirschte und meinte, ja, ihr seid inzwischen mächtig genug, dass die Gegner auf euch warten. Bis ihr zu Ende gesprochen habt. Ihr könnt euch das leisten. Das zeigt nur, wie badass wir von Anfang an sind. Hey, was für ein Start, ey. Das ist ja mal, also ich dachte, das ist jetzt erstmal wieder so ein gemütlicher Anfang. Äh, sondern, ey, lauf uns aber ein bisschen auf die Stadt und dann gucke ich mal, dingelingeling und so. Und nein, okay. Okay, die Leute, die ich kennengelernt habe, sind einfach gleich schon mal tot. Okay, könnt ihr mir vielleicht eine Waffe borgen? Dann versuche ich, äh, die Dämonen zu bekämpfen. Warum gibst du mir die leichte Armbrust, Mann? Das gibt's ja wohl nicht. Wahrscheinlich sind wir einfach zu schwach in der Ecke, um hier eine Chance zu haben. Okay, ich hab eine Armbrust. Eigentlich wären wir ein Schwert lieber. Klar, wir legen uns gleich hier mit dem Herr der Fliegen an. Ah! Ein mortalser Halt schnappt seine Kacke an den Herrn der Lokusen. Das war geplant, so sieht er uns nicht mehr. Oh, mein Gott! Ich bin, das ist schon anfänglich. Tja, Gefangenen in der Dunkelheit. Der Silberdrache Terendele, Verteidiger von Canabris, fiel in der Schlacht in den ersten zwei Minuten. Kaum verwunderlich war der Gegner, doch der Dämonenherrscher des Kari persönlich. Er teilte das Land und verschlang alle, die es wagten, ihm in den Weg zu stehen. Nur uns nicht. Wir haben ihnen eine Wunde verpasst. Daran würde er sich erinnern, ich sag's euch. Doch der Krieg war noch lange nicht vorbei. Hui, Hallöchen Atompilz. Schönen guten Tag, grüß dich. So, Spiel hat immerhin automatisch gespielt. Wir sind wohl jetzt hier irgendwie in einen Dungeon gefallen. Da sind wir. Wir haben... Da ist wohl jemand. Da liegt jemand. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich sehe fast nichts. Da sind zwei... Ah, die zwei, warte mal, doch, die zwei kenne ich vom Namen her. Eine kleine Frau mit zerzausten, braunen Haaren und schmerzverzerrten Gesicht stößt durch zusammengebissene Zähne eine wahre Flut an Flüchen aus. Sie liegt unter einigen schweren Felsen eingeklemmt auf dem Boden. Ja, schade. Ich nehme ihre Ausrüstung. Hey, hey, stehe mit mir. Du hast eigentlich ziemlich Glück. Du fällst in ein schwarzes Hohle. Aber zumindest bist du nicht auf deinem eigenen. Du hast einen großen Kampanien. Alles wird einfach gut sein. Sag mir was. Kannst du deine Beine fühlen? Das ist, glaube ich, egal. Das... Das ist ihm einfach egal. Also, die junge Frau in der Ritterrüstung studiert die Felsen nachdenklich. Offenkundig überlegt sie, wie man sie bewegen kann. Wir haben Erfahrung erhalten. Das ist das Wichtigste. Rücken und Kopf sind das Wichtigste. Genau, untotes Pferd springt einfach hinterher. So. Pferd macht Schulterzucken. Spring. Das ist alles, was wichtig ist. Jetzt. Wir werden... Hey! Fancy meeting you down here. You're the one that Tarendalev healed today, right? You are an injured, are you? Will you help me get her out from under the boulders? So. Letztenlos helfe ich niemandem. Entweder bezahlt oder er bleibt unter dem Schutt liegen. Nee, das machen wir... Wir sind ja neutral. Das ist einfach so... Komm. Ich suche einfach irgendwas, um sie da rauszuhebeln. Das hat wohl geklappt. Ist aber wahrscheinlich gescriptet. Wurf erfolgreich. Du findest rasch einige geeignete Stöcke, um die verwundete Frau ohne große Anstrengungen aus dem Geröll zu befreien. Gibt ihr 48 Extraerfahrung? Schau an dich. Es ist gut, dass jemanden zu treffen, der erst die Gehirn und die Bronze zweckend benutzt. Verdammt alles. Ich denke, es ist verbrannt. Oh, gut. Ich habe es noch schlimmer gehabt. Ich werde mir einfach nur einen Splint aus etwas machen. Danke für die Hilfe. Ich hätte nicht lange auf meinem eigenen Stuck unter da. Ich bin Nevia Tirabait von der Eagle Watch. Ich habe die Sicherheit in der Festival-Square vorgelegt. Ich dachte, vielleicht Spie oder Demon-Warschippers hätten etwas zu verbrannt. Was eigentlich passiert, doch... Das habe ich nicht gesehen. Tja, und deswegen hast du deinen Job auch hart verkackt. Sie war verantwortlich für die Sicherheit da oben. Ja, du hast verkackt. Keine Ausreden. Du hast einfach hart verkackt. Hast du nicht kommen sehen, dass da der Dämonenkönig kommt? Okay. Okay. Ich bin Selah, Paladin bei der Grace of Iomadee. Ich habe den ganzen Kontinent um zu Mendeb und kämpfen Dämonen. Und, naja, ich habe jetzt schon seit einem Zeitpunkt kämpft. Ich kann gerade eben mal gucken, über die Worte, über welche Worte. Hier sind doch gar keine Worte in Klammern. Und, um... Ich werde ja gleich sehen, ob da noch mal Worte sind, die in Klammern stehen. Okay, also hier sehen wir zum Beispiel, dass wir jetzt schon mal Sachen Maus aufmachen können. Es gibt noch Hintergrundwissen. Zum Beispiel Schutzsteine, eine Kette. Mächtige Artefakte, die die Ausdehnung der Weltwunde unter Kontrolle halten. Da ist wahrscheinlich irgendwas kaputt gegangen, würde ich mal sagen. Also gut, ich bin gekommen, um gegen den Abyss zu kämpfen. Definitiv. Oh, du unterschätzt mich, Mädel. Ich bin nicht hier, um mit euch zu kämpfen. Ich bin hier, um euch anzuführen. Das ist gleich der Anspruch, den Kurt-Blues-Stil hier an den Tag legt. Das ist eine gute Sache, dass du noch deine Hoffnung hast. Weil gerade jetzt, um total ehrlich zu sein, die Hoffnung ist wahrscheinlich das einzige, was wir haben. Ey, da sind wir als Altheist garantiert hier richtig. Die reden jetzt von Glauben und wir so, oh Gott. Nee, nicht oh Gott, sondern... Das wäre ja dann schon wieder ironisch. So, gut. Muss mir nur noch was einschenken. Ab Durst. Also, es gibt drei von uns, mit fünf Arbeitsplänen, drei Pären von Händen, zwei Händen, und eine von Wälder. Das ist meine. Untergrund von Glauben, beware! Anevia, du bleiben uns hinter uns. Du bist in eine gute Lage, um zu kämpfen. Wenn wir etwas tun haben, die zwei von uns versuchen, zu machen, zu machen. Well, auf geht's! May the good deities and leaders back to the open sky soon. Interessante Fähigkeiten, wir gucken mal was sie kann, sie hat Stärke 18, Geschicklichkeit 13, Konstitution 14, Weisheit und Charisma, ist nicht so intelligent, sie ist eine fahrende Ritterin, okay, man kommt also auch schon mal mit einer Ritterin hier in Kontakt, sie hat von Anfang an ein Langschwert, was ich am liebsten wegnehmen wollen würde, weil wir selber auch eine Langschwert Spezialisierung haben, Fertigkeiten hat sie, ja sie ist ein Mensch, Paladin Kenntnisse, oh mein Gott, Gesinnungsbeschränkung, Sturmangriff, Taschendieb und sie glaubt an diesen Iomedae, ja sie sieht voll auf Schwertkampf aus, wie wir gerade eben sehen, ihre Klasse ist, äh, nicht Enzyklopädie, zurück, Charakter, Wo steht denn das, was sie exakt für eine Klasse ist? Ne, fahrende Ritterin war es glaube ich, ne? Ja, fahrende Ritterin, sie ist auch gut im Überzeugen, hat auch ein bisschen Wissen, aber Heimlichkeit, Beweglichkeit, was? Minus Athletik? Ach, das liegt an ihrer Ausrüstung, gucken wir mal was im Inventar hat, also sie hat von Anfang an schon mal ein Langschwert, einen schweren Schild, eine ewige Fackel und einen Bänderpanzer, wir sind geschlagen mit einer Armbrust, ich könnte kotzen, eine Waffe, die uns überhaupt nicht geeignet ist, aber egal, ich glaube, das ist eine Spielentwicklerentscheidung, weil sie jetzt halt tanken soll und wir sind halt hinten und schießen. Ist so meine persönliche Vermutung. So, dann kommt mal her, Leute. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch, oh, hier gibt es schon Kisten, wie ich gerade feststelle. Also, da machte ich mal nützlich, Mädel. Wie geil! Okay, wir haben schon mal unsere Ausrüstung hier gerade eben komplett verändert. Damit ist es uns nun möglich, ebenfalls mit Schwert und Schild zu agieren. Äh, auch eine ewige Fackel in die andere Hand. Was ist das? Der Resistenzumhang. Dieser Mantel gewährt einem Träger eine Resistenz und plus eins auf alle Rettungswürfe. Oh, nein. Also, ihr seht, hier ist schon mal für die meisten Waffen gleich am Anfang schon mal ein Versteck angelegt worden. Was ich schon mal gar nicht so schlecht finde. Kann man das eigentlich auch da rüberziehen? Ne, das geht nicht. Aber immerhin haben wir es hier mal an den Waffen, die den Namen auch verdient. Jetzt bin ich gerade eben bloß mal überlegen. Genau hier schaltet man um. Sehen wir auch mal was. So, was ist das hier? Beutel. Terrandelefs Schuppe. Du holst einen Todeskumpel ins Leben zurück. Die Treffer einer wiederbelebten Kreatur entsprechen... Oh, okay. Das ist die Möglichkeit, jemanden wiederzubeleben. Packen wir mal da unten in die Schnellzugriffsleiste. Da ist die Camellia. Okay, die lag gerade eben da noch rum. Hallöchen Shinigami. Äh, ja, Shinigami, das ist schon so grob so halbwegs wie Baldur's Gate. Halt bloß in Moderne. Kann man schon so sagen, ja. Also nicht eins zu eins, aber das selbe D&D-Regelsystem liegt im Grunde zugrunde mit leichten Abwandlungen. So, also. Die edle Kleidung der jungen Halbelfen ist zerrissen und voller Blut, Staub und Schmutz. Aber sie hat eine solche innere Würde, dass man denken könnte, man sei auf einen Empfang in feinster Gesellschaft, nicht in den feuchten Katakomben unter der Stadt. Ihre Finger umschließen selbstbewusst und kampfbereit den Griff ihres Rapiers. Vor ihr liegt eine Leiche, die derart verstümmelt ist, dass es auf den ersten Blick schwer zu sagen ist, ob es sich um ein Tier oder einen Menschen handelt. Das ist eine gute Frage, Don Antony. Genau, es ist halt Pathfinder, aber sie haben de facto ein sehr ähnliches, oder quasi sie basieren auf dem selben Würfelsystem. Ja, Morschen, Ausrufezeichen Rabatt, steht alles im Dingenskirchens, du weißt schon, in der Stream-Beschreibung. Es gibt einen 15% Rabatt bei meinem Partner-Shop. So, also gut. Tja, also die Schutzsteine haben wohl aus irgendeinem Grund versagt offensichtlich. Ich tippe mal, dass es sich dabei schon irgendwie um eine Art von Sabotage handelt, aber das ist nur so ein Gedankenspiel. Hm, nicht viele überleben den Angriff eines Dämonenherrschers, nicht einmal Tyrandelev. Erzähl mal mehr über euch, was ist mein Mann geschrieben, wer seid ihr? Ja, ich sag's einfach ganz zynisch, ja, Dämonenherrscher, ja, die sind hart. Ich finde es halt so krass, wie halt dieser Dämonen-Halbgott. Sie hat weggeholzt, ich meine, sie ist ein Drache, ne, gewesen. Der hat sie weggeholzt wie ein Drache, so ein Level-1-Charakter wegholzt. Uff, tsch. Ähm, wollt ihr euch uns anschließen? Und jetzt würde ich dann noch ganz, ganz gerne wissen, wer diese Leiche hinter ist, die nicht mal mehr aussieht wie ein Mensch. Ja, so wie der aussieht, wie das beschrieben wurde, glaube ich das. Also ist hier wohl was unten. Okay, ich möchte noch ein bisschen was von dieser Rabche-tragenden Halbelfe bissen. Hallöchen übrigens, der Lostius. Ja, 18 Uhr bei euch erst. Ich weiß. Ne, es ist definitiv kein Spielverleger, das ist richtig. Man muss schon einiges lesen, aber das ist ja normal bei solchen Rollenspielen. Also haben wir hier so eine Art Magier-Diebin, irgendwie so eine Mischung. Gut, dann müssen wir weiter. Solosius, der Name Kurt Blue Steel hat eine Geschichte auf meinem Kanal. Also das ist jetzt nicht für den Charakter nur erfunden, sondern der Name passt aufgrund der Historie super eigentlich zu unserem Charakterkonzept. So, jetzt haben wir dir. Die hat schon ein bisschen Schaden, wie wir sehen. So, was bist du eigentlich? Die Kamelia ist blaues Blut. Was bist du für eine Klasse? Halbelf, nicht bestimmbare Gesinnung. Wir wissen also nicht, was sie ist. Es ist Schamane, Geistsucher. Ah, okay. Sie hat wie gesagt einen Rapier aus kaltem Eisen. Das hat doch sicherlich noch einen Effekt. Halbelf, grüner Glaube. Höfling. Waffenumgang Rapier. Umgang mit Tartchen. Tricks. Also sie ist so eine Art magischer Dieb. Als Höfling. Könnte man sagen. Boah, ja, Tricks hat die ohne Ende. Diese Fertigkeit hängt von der Geschichtlichkeit Attributswert ab. Der Fertigkeit kann ohne spezielle Ausbildung nicht eingesetzt werden. Bei diesem Fertigkeitswurf gelten Rüstungsmali. Der Trickswert bestimmt folgende Sachen können... Okay, Schlösser öffnen, Türen öffnen, Truhen öffnen, Entschärfung von Fallen. Sie ist also unser Dieb. Dann Inventar. Was hat sie für eine Ausrüstung? Trank Person vergrößern. Das halte ich bei ihr jetzt irgendwie für halbsinnvoll. Sie ist gut mit sowas hier. Was ist, wenn ich ihr... Sie ist halt nicht ganz so gut. Kettenhemd. Das Amulett ist an sie gebunden. Ein Amulett. Das wird wohl noch eine Geschichte haben. Also gut, komm. Du behältst hier deine Tartsche. Und ich gebe dir trotzdem noch die Armbrust. Falls ich der Meinung bin, du solltest lieber schießen. So. Pferdchen, komm her. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie ich auf diesen Gaul aufsteigen soll. Jetzt! Oh mein Gott, ich reite endlich! Haha, ihr Trottelmisslaufen. Hahaha, ist das geil. Wisst ihr, ich könnte ja auch die mit dem gebrochenen Fuß auf den Gaul setzen. Nein, dafür bin ich zu edel. Hahaha. Oh, wie geil. Ach, da ist ja noch Loot, genau. Ja, da ist nochmal ein Dolchmeisterstück. Hm, nehmen wir mit. Ist das cool, ey. Ich kann übrigens die Kamera freidrehen. Da geht's los, Leute. Ähm, ich kann einen Sturmangriff ausführen. Hm, böses Niederstrecken. Sturmangriff, was machst du? Geistwaffenverzauberung. Zauber aufheben. Person vergrößern. Leichte Wunden heilen. Erstmal auf dich selbst. Das erste Vieh ist schon mal down. Endlich der erste Kampf, ey. So, Kampf ist vorbei. Oder? Ja, jetzt ist es vorbei. Da ist nochmal jemand. Mit einem Waffenrock. Goldmünzen und eine Ölflasche. Ein Gegenstand, äh, für Handwerker. Okay, okay. Kann man einfach verkaufen. Weiter geht's. Wir haben auch keinen Schaden genommen, so wie es aussieht. Da liegt nochmal irgendwas rum. Das ist wieder eine Schuppe von Tyrandelef, so wie es aussieht. Äh, eine Riesenfliege. Dann würde ich aber mal sagen, äh, auch hier machen wir jetzt einen Sturmangriff. Du machst auch einen Sturmangriff. Und du reißt auch nur so an. Angriff. Das war's schon für das Vieh. Also gut, bis jetzt sind wir eigentlich ganz, ganz gut dabei. Bis jetzt sind wir recht stark gegen diese Biester. Das gefällt mir. Du machst jetzt mal ohne Sturmangriff. Mal gucken, ob das was ändert. Ob es dient. Also dafür, dass wir schon auf waghalsig spielen, finde ich das bis jetzt ganz cool. Nein! Zu schnell. Oh, ohne Risiko. Habe ich hier eigentlich noch Loot übersehen? Ich glaube nicht. Äh, wir spielen noch waghalsig. Also wir bekommen eins zu eins den Schaden, den du auch im Pen & Paper bekommen würdest. Da ist ein Lann. Nein, ich kann nicht einfach weggehen. Es muss hier irgendwo sein. Du hast Mühe in der Dunkelheit, die Gesichtszüge des Mannes zu erkennen. Sobald er aber in den Schein des Lichts tritt, wird dir schlagartig bewusst, dass du einem solches Geschöpf noch nie begegnet bist. Der Fremde sieht aus wie das Werk eines Vivezierers, der versucht hat, eine Echse mit einem Menschen zu kreuzen. Two-Face. Wendorch. Der Mann bemerkt dich und hält inne. Das gekrümmte Horn auf seinem Kopf wirft einen bedrohlichen Schatten an die Höhlenwand. Die Frau sieht genauso absonderlich aus wie ihr Gefährte. Eine Kombination aus Katze und Spinne. Als sie dich sieht, nimmt sie sofort eine kauende Kampfhaltung ein. Ihre Bewegung offenbart die tödliche Anmut einer wilden Raubkatze. Die Frau ist hier, um unsere mongrelten Seelen zu retten. Warte. Sie wissen, was passiert. Okay, er bedeutet ihr mit einer Geste zu schweigen. Hm. Ich sage einfach nur, da oben legen Dämonen gerade eben Canabras in Schuhe und Asche. If things are as bad as you say, then we all have to hurry. You didn't come from the direction of the shield maze. Dammit. I couldn't care less about what's happening on the surface but the maze. I realize that you guys have your own troubles. But we need to be in Canabras. People are dying up there. Please, show us the way out. Seid ihr Tieflinge? Tieflinge sind die Tieflinge der Menschen, die sich selbst mit dem Dämonen verbringten. Unsere Ancestoren würden nie so hoch sinken. Wir sind die Untergrund-Krussade. Die Kinder der Kruzade. Okay, sie sind also die Kinder der stärksten aller Kreuzfahrer. Alles klar. Okay, Mischlinge. Okay, also sie sind die Niederwälzler. Könnt ihr euch mal auf einen Namen einigen, den ich mir merken kann? Das ist wohl richtig. Ich habe noch nie von euch gehört. Ich glaube, das sind noch am Märchen. Und für was? Oh, das ist super passend. Also so wie es aussieht, wenn es wirklich stimmt, was sie sagen, haben die Vorfahren schon mal eine Dämonen-Invasion abgewährt und wurden dadurch halt letzten Endes mutiert. Also mehr oder weniger ein Fluch. Und die Menschen so, ihr seid hässlich, weg mit euch. Voll glaubwürdig. Mendef. Mendef ist ein Land, das sich durch seinen Konflikt mit dem Horn der Ebbes definiert, der im Rest von Golarion seinesgleichen sucht. Die Bewohner dieses belagerten Landes befinden sich im ständigen Kampf mit der Weltenwunde. Das ist im Grunde die Grundgeschichte einer dämonischen Kluft jenseits der westlichen Grenze. Ja, und Golarion ist die Welt, in der wir uns befähigen. Okay, und was macht ihr hier? Spider-Cat, genau. Wie nennt sie Spider-Cat? Und Lizard-Horn. Arathorn, wie wär's mit Lizard-Horn? Oder Lizard-Goat? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Der Himmel ist eine Ebene in der äußeren Sphäre, ein Reich der reinen Rechtschaffenheit. in dem sich die Mächte des Guten versammeln und weniger tugendhaften Ebenen beizustehen und würdige Seelen zur ewigen Ruhe zu geleiten. Okay, wir sind dafür zu neutral. Wir werden dadurch wahrscheinlich nichts haben. Ja, und Engel ist klar. Ja, bilden in der Gruppe der altruistischen Himmelswesen, die auf allen drei oberen Ebenen beheimatet sind. Ja, sie stehen für die vielfältigen Interpretationen von Göttlichkeit. Die ältesten Engel zählen zu den Geschöpfen der urzeitlichen Götter und Guten. Wir glauben ja an sowas nicht. Ja, und was macht... Was ist das jetzt hier? Ja, aber es ist so eine große Höhle, das muss man verstehen. Na, da kann man einfach nicht alles wischen. Das ist das, wo die Relicke der ersten Krustiererinnen und Krustier sind. Unsere Leben sind kurz, unsere Glorien sind schnell vergessen. Aber dieser Ort hilft uns zu erinnern, dass wir nur so wertvoll sind als jemand anderes. Und dass unsere Leben nicht leben in vain. Nachvollziehbar. Oh, die ersten Krustiererinnen? Du bist hier so lange da? Das ist verrückt. Tja, erstmal die wichtigste Frage. Ein Schwerdus heiligem Feuer, wie ist es denn hier unten gelandet? Es kam hier mit seinen Göttern. Ein langer Zeit vor. 50.000 Gongs, um genau zu sein. Ich bin jetzt mit der Zeitrechnung Gongs nicht vertraut. Das kann sehr schnell sein, wenn man den Gong schnell schlägt. Oder auch sehr lang, wenn man ihn selten schlägt. 70 Jahre vor, in Uplander-Zeit. Danke. 50.000 Gongs ago, our forebears found a dead angel here, along with the bodies of his comrades. The tribe gave them a dignified burial, and they were laid to rest with their weapons. But the flaming angelic sword was stuck in a rock, and no one was able to pull it out. Ach, weißt du Nitram, ich sehe das von der Seite. Vor allem für diesen Charakter. Die sterben da oben gerade eh. Wir können überhaupt nichts dagegen machen. Wenn Tarendalev nichts dagegen machen konnte. Jetzt ist der Moment, um erstmal Ruhe zu bewahren. Maybe the angel will dig himself out and find the sword for us. That might be our best shot in this chaos. So, also ihr redet von einem Labyrinth. Führt das wirklich an die Oberfläche? Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich liebe die Vertonung. Und ich hoffe, das zieht sich so durch und endet nicht irgendwann mal. Ja, also Spider-Cat, also Wendwark ist schon cool. Die heißt also Wendwark. Irgendwie ist die cool. Wenn die Schöne und die Schöne angefangen haben, die Jungen in unserer Truppe verloren haben. Sie haben gedacht, dass die Schöne zerstört, also es war Zeit, um auf die Schöne zu gehen. Sie haben die Schöne zu holen, und die Schöne zu gehen. Sie denken, die Schöne ist nicht mehr ein gefährlich für sie. Sie haben zu viel zu hören, Wendwark zu hören. Oh, das hat sie berührt tatsächlich. Zum allerersten Mal, an diesem Punkt, hat man eine Gefühlsregung laut Text in ihrer Stimme gehört. Also gut, ich bin der Meinung, gemeinsam finden wir dieses Schwert schneller. Ich werde euch helfen und dann das Schwert behalten. Danke, ein extra Paar von Augen kann nur helfen. Dieses Schwert wird es einfach genug zu spoten. Es sieht, äh, schade. Hilf uns und in Rückkehr werden wir dich rauskommen. Jetzt sprechen wir. Lass uns arbeiten. Es ist eine gute Sache, dass wir uns alle in den anderen, nicht wahr? Oh ja. Was? Du willst schnell die Schwert finden, damit die Untergrundmonster dich zurückbringen. So be es. So, übrigens, ich sehe gerade eben, Hallöchen Atompilz und Kai, ne? Falls ich das noch nicht gemacht habe. Ich grüße euch. Okay, Verschlungene in der Dunkelheit. Jetzt gucke ich mal gerade eben mein Tagebuch. Verschlungene in der Dunkelheit. Das letzte Kapitel für den Abschluss der Quest oder sie sche... Was? Das letzte Kapitel für den Abschluss der Quest oder sie scheitert. Das Fest, den Lebensgeister der Stadt wecken sollte, endete mit Totenzerstörung. Wer das Glück hatte zu überleben, endete in den uralten Katakomben unter Canabris. Katakomben, unter denen eine Brut blutrünstiger humanoiden Kreatur in den Unwesen treiben soll. Den Weg nach oben finden, andere Überlebende finden. Das ist jetzt also momentan unsere Aufgabe. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas... Da liegt noch etwas rum. Ich bin mal im Gaul, ey. Ich kann da nicht mal hin. Geh du da hin. Hä? Oh, nice. Die hat hier schon gerade eben was entdeckt. Meine Skills sind absolut. Starte eines unbekannten Ritters. Handwerklich ist sie zwar recht einfach, aber sie wurde offenkundig. Mit Liebe angefertigt. Hier liegt Flammenzunge. Das ist eine Kochzutat. Du kannst sie benutzen, um während einer Rast etwas zu... Oh, wir dürfen bei der Rast wieder Dinge kochen. Kannst du diese Fallen entschärfen? Zauberbuch. Attribute. Moment. Geistverzauberung. Geist... Geisthafte Berührung. Akrobatische Beweglichkeit. Defensiv kämpfen. Geist der Schlacht. Gnadenstoß. Gnadenstoß kann man auf jeden Fall mal reinnehmen. Demoralisieren. Überzeugen. Hm. Fokus. Das ist wie beim Vorgänger. Da können wir quasi... ...solche Fähigkeiten mit reinnehmen. Gebrechen behandeln. Nehme ich mal mit rein. Da haben wir Geistwaffe, Verzauberung. Geistverzauberung, geisterhafte Berührung. Der Geistersucher kann eine Waffe die Eigenschaft geisterhafte Berührung suchen. Allerdings verbraucht dies einen Punkt Verbesserungsbonus der Waffe. Okay. Wie dem auch sei. Hier haben wir noch Zauber. Benommenheit. Resistenz. Eine befreundete Kreatur in Griffweite. Erschöpfende Berührung. Licht. Zehn Minuten lang kann sie Licht machen. Das finde ich gut. Göttliche Führung. Hm. Diese Zauber beseelt das Ziel. Gibt einen Kompetenzbonus von plus eins. Tugend. Göttliche Entladung. Eine feindliche Kreatur. Es ist ein Schadenszauber. Ein schwacher, aber es ist ein Schadenszauber. Den nehmen wir mal rein. So. Und jetzt möchte ich das da drüben. Mal untersuchen. Da liegt ein Kupferring. Okay. Ein Kupferring. Da liegt noch mehr Gedöns. Der Raum sieht aus wie ein improvisiertes Museum. Oder eine Art Tempel. Edelsteine. Da nehmen wir alles mit. Noch mehr Beute. Schleifstein. Warte mal. Ah ne. Ich dachte man kann es vielleicht benutzen um die Waffen zu verbessern. Aber das ist wohl nicht so. Wir suchen mal weiter. Ich nehme jetzt erstmal alles mit. Bis irgendwann mal was auftaucht. Was irgendwie besonders aus sieht. Oh. 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 Ja. 4715. Ein seltsamer Blitz durchzuckt die Dunkelheit und Kurt Blue Steel spürt Blut an seiner Brust. Die Wunde die Terendelef geheilt hatte platzt wieder auf und stößt ein rotes Rinnsaal aus. Allerdings ohne Schmerz oder Schwächung. Eine verschwommene Szenerie erscheint. Eine Höhle. Diese oder eine völlig andere? Kurt Lusil spürt, wie sein Herz schneller schlägt und zahllose Gedanken seinen Geist durchströmen. Gedanken, die augenscheinlich zueinander gehören. Verrate, sie haben mich verraten. In eine Falle gelockt und mir eine Klinge in den Rücken gestoßen. Meine Verbündeten, meine teuren Freunde, meine Schutzbefohlenen, die für die ich vom Himmel herabgestiegen bin, hinunter in diese turbulente Welt der Sterblichen. Da sind sie, da vorne in der Dunkelheit der Höhle. Worauf warten sie? Haben sie Angst, näher zu kommen? Denken sie, ich werde durch die verräterischen Hiebe sterben? Neben mir ein leises Stöhnen. Ein Mädchen mit einem goldenen Zopf liegt auf dem Felsen und drückt ihre Hand auf eine klaffende Wunde. Sie hat sich geweigert, sich den Verrätern anzuschließen und teuer dafür bezahlt. Ich könnte meinen Heil in der Flucht suchen, aber das werde ich nicht. Solange ich noch Kraft habe, muss ich... Wir erleben offensichtlich das, was dieser Engel erlebt hat. Ich entscheide mich dafür, das Mädchen zu heilen. Ein Funken heilender Magie erhält die unheimliche und düstere Szene von Kurt Blustiel. Das vermundete Mädchen öffnet die Augen und flüstert. Lariel, ihr, ihr habt gesagt, alles würde sich bald ändern. Ihr habt gesagt, ihr und die anderen Krieger des Himmels würden uns eine wichtige Mission entsenden, um die Dämonen für alle Zeit aufzuhalten. Ist das wahr? Die fremden Gedanken brannten einen reißenden Fluss gleich immer schneller heran. Ein Bild nach dem anderen blitzt auf. Eine Priesterin in einer farbenprächtigen Robe, die in die Sterne blickt. Ein junger Paladin. Eine Frau, die ihr leuchtende Schwert umklammert. Ein majestätischer Engel mit goldenen Flügeln, der in die Ferne blickt. Sein Gesicht ist von einem Helm verhüllt, aber seine Stimme ist laut und klar. Nur wenn ihr gewillt und bereit seid, es gibt kein Zurück. Dann vergeudet eure Kraft nicht damit, mich zu heilen, flüstert das Mädchen. Eure Mission ist wichtiger. Seid auf der Hut. Es ist nah. Dort in der Vision beginnt sich die Dunkelheit in der Höhle zu bewegen. Aus ihren Tiefen erhebt sich etwas Gewaltiges. Ein vager Schatten, ein Umriss, ein zum Leben erwachter Albtraum. Der Schatten macht abscheuliche Geräusche, die sich wie glühende Eisenlanzen durch Fleisch und Knochen bohren. Die Verräter fallen in... Moment, kann ich das scrollen? Ah, fallen in ekstatische Verehrung vor dem Schatten auf die Knie. Und das verwundete Mädchen windet sich im Todeskampf. Die klaffende Wunde in der Brust von Kurt Bluestil brennt gluteiß. In seinem Schädel pocht ein heftiger Schmerz. Aber ein... Aber um wessen Schmerz handelt es sich? Den Schmerz von L'Ariel, dem Urheber dieser Version? Oder den Schmerz des... Ihres unglückseligen Empfängers? Okay, also wir können es gerade eben gar nicht auseinanderhalten. Das ist nochmal irgendwo ein Wort, wo ich drüber ziehen muss. Wo? Ja, hier kann ich halt ein Roll machen. Da sehe ich... Du meinst das, Araton, oder? Weil hier ist ja nichts. Wo ich... Ah doch, ja Himmel. Klar, Himmel wissen wir. Also ich kann jetzt hier Willen machen, aber Kurt Bluestil ist entschlossen, die Illusion abzuwehren. Ja, ja, ich weiß. Meine Chance ist halt hier plus zwei. Wissen Arcanum plus eins. SG10. SG10. Ja, ich weiß, das sehe ich ja. Das sehe ich ja schon hier. Also ich habe eine 50-50 Chance gerade eben. Ähm... Aber Kurt Bluestil weiß, wie man dessen bösartigen Einflüssen widersteht. Egal welchen Ursprung sie auch sein mögen. Ich würde aber mal sagen, es ist relativ egal. Geh auf Willen. Gescheitert. So oder so. Wie gesagt, war in dem Fall egal. Die Kraft dieses grauenhaften Angriffs entspringt zwar einer Vision, aber sie ist zu groß, als dass Kurt Bluestil ihr trotzen könnte. Lähm der Erschöpfung zieht ihn zu Boden. Seine Hände zittern. Eine eisige Kälte bohrt sich in seinen Schädel und kriecht langsam seine Wirbelsäule hinab. Der Urheber dieser Vision erlebt etwas Ähnliches. Er ist gebrochen und erschöpft. Ich weiß, dass die Proben XP bringen, wenn man sie schafft, aber bei 50-50 ist es halt einfach 50-50. Ein monströser Schatten taucht aus dem Schatten der Höhle auf. Er ist nicht real. Er existiert nur in dieser seltsamen Vision, dieser Erinnerung. Doch die Furcht, die er entfesselt, ist mehr als nur real. Die Züge des Schattens gleichen dem Anliegen des Dämonenherrschers Deskari. Mit einer gedankenschnellen Bewegung packt das Monster den Mann, den sie Lariel nennen, am Hals. Der törichte Engel windet sich auf dem Fels wie eine Fliege, der man die Flügel ausgerissen hat, verkündet der Schatten. Ach ne, Entschuldigung, das machen wir so. Der törichte Engel windet sich auf dem Fels wie eine Fliege, der man die Flügel ausgerissen hat. Seine Stimme verändert sich, als er sich bewegt. Sie steigt von einem leisen Flüsten zu einem volltönenden Rufen an, ehe sie zunächst jung und dann alt und brüchig wird. Wo ist eure Göttin, Engel? Wo ist ihr selbstgerechter Herold? Wieso sterbt ihr hier einsam und weit entfernt vom Licht eures Himmels? Deskari, können wir gerade mal gucken, ist ein riesiger, insektenartiger Albtraum, den haben wir kennengelernt, ist größer als ein Elefant, das haben wir auch gemacht, und schwingt eine Knochensensur und kann einen Drachen töten. Während seine Schwingen aus Schwärmen von Fliegen bestehen, funkt ihm in seinen unmenschlichen Augen eine grausägliche Intelligenz. Ja, das beschreibt ziemlich gut den Typen, den wir gesehen haben. Weiterlesen. Eine seltsame Ruhe umhüllt die Gedanken des Mannes namens Lariel. Er erkennt, wer vor ihm steht und weiß, dass er sich diesem Feind niemals beugen wird. Das flammende Schwert in seiner Hand erwacht zum Leben, hell und rein umgeben von vielfarbenen Funken, wie ein Sonnenstrahl, der durch Buntglas fällt. Ching! Die Klinge durchschneidet das Fleiß der dämonischen Kreatur. Das Monster weicht mit einem Aufschrei zurück und lockert seinen Griff um Lariels Hals. Der Engel sinkt auf, den Steinen in sich zusammen. Seine Lebenskraft schwindet, doch sein Stolz ist ungebrochen. Er greift nach dem Schwert und stößt es mit letzter Kraft in den Fels. Kurt Blue Steel spürt, dass die Vision schwindet und der Gedankenstrom verebbt, wie ein Fluss in der Hitze des Sommers. Das letzte, was er hört, ist folgendes. Ihr werdet mich töten, Monster. Das weiß ich. Aber eines Tages wird jemand den Weg hierher finden und mein Schwert erheben. Er wird es erheben, um... Ja, die Verbrecher und den Verräter zu bestrafen oder die Unschuldigen zu retten und zu beschützen. In dem Fall die Verbrecher und Verräter zu bestrafen. Die Vision verschwindet in einer Explosion von Farben. Kurt Blue Steel hört die letzten Worte nicht, scheint sich den Gedanken aber zu Herzen zu nehmen. Die Worte fliegen von seinen Lippen und mit ihnen noch etwas. Die Hitze, die in der Brust von Kurt Blue Steel lodert, erkaltet. Die Ränder der roten Wunde schließen sich, bis nicht einmal eine Narbe zurückbleibt. Kurt Blue Steel senkt den Blick und sieht das flammende Schwert in seiner Hand. Oder vielmehr seinen Umriss. Die Erinnerung daran, wie das Schwert aussah. Mit einem letzten Auflackern eines warmen, tröstlichen Lichts verschwindet das Schwert und das Licht wird in seine Hand gezogen. Kurt Blue Steel spürt, dass es zurückkehren wird. Er muss es nur rufen. Also, das ist echt geil geschrieben, das stimme ich dir zu, Nitram. Das ist geil geschrieben, ey. Ich war auf einmal noch weißer als vorher. Hey, are you all right? You were kind of glowing just now. Ja, das habe ich gemerkt. Oh. Sie kniet vor mir nieder und betet zu ihrer Gottheit Iomedae. Okay, warum? That, that was it. The light of heaven. But how? Ich finde die Situation so absurd geil. Wir spielen diesen Vampirkönigabkömmling als Ritter, mega arrogant, der Götter ablehnt. Und jetzt, na toll. Jetzt habe ich ein göttliches Schwert. Verdammt. Dieser Gedanke, wo du so, ich lehne Götter ab und jetzt habe ich göttliche Macht. Danke ihr da oben. Ist das genial, ey. Wenn die Götter dir halt einfach mal sagen, hm, ihn zu strafen wird nicht bringen. Wir zeigen ihm einfach, was wir können. Ja, ja, das ist so geil, ey. Was hast du damit gemacht? Wo ging es? Äh, ich glaube, es ist Teil von mir selbst geworden. Okay, ähm. Ihr habt es auch gesehen. Die Verräter, das sterbende Mädchen. Oder ich glaube, ich habe die Erinnerung von L'ariel gesehen. Dem Engel, der hier gestorben ist. Das sage ich, ja. Das ist so geil, ey. Oh, du irrst dich sehr, sehr stark. Ich bin garantiert nicht nur aus Fleisch und Blut, du kleine Katzenspinne. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich frage auch mal, habt ihr das auch gesehen? Die Verräter und das sterbende Mädchen? Ich weiß, dass ich es einfach rufen kann. Dieses Gefühl hatten wir am Ende der Vision. Sorry, I crack jokes when I get nervous and when I'm upset and when I'm happy. Anyway, what I said, it came out wrong. We need to bring you to Chief Sol. You can show everyone the light of heaven. We'll rally the tribe and go into the maze and we'll get back our kin. Und was, wenn er nicht eine zweite Mal kann? Was dann? Tja, erfordert Legendenweg Engel. Das Licht des Himmels zeigen. Ich kann es anscheinend kontrollieren. Ja, habe ich auch gemerkt, toll. Das palavra nur este Himmels ovat. Es ist einehöriger Rolle. Das ist das Verein. Ja, es ist ähnlich. Aber diese Lichter ist eher... goldene? Herr Sol muss das sehen. Jetzt haben wir die Macht von Angeln auf unserer Seite, er kann nicht sagen. Er muss eine Truppe auf dem Maze einstellen. Sie, Uplanders, interessieren über deine Kinder, richtig? Hilf uns, unsere Hunde zu retten. Ohne sie werden wir nicht überleben. Und dann... Die Schmerzen der Maze werden nicht so schlecht, wenn wir zusammen gehen. Wir machen unseren Weg durch und finden den Weg nach Canabras. Los geht's. Wir nehmen die kurze Route. Well, die einzige Route wirklich. Was haben wir hier? Ich bin niemals falsch. Wir müssen gehen. Licht der Engel. Alle Kreaturen innerhalb eines 20-Fuß-Rattes tendiert auf... Das ist also geil, ne? Wir haben jetzt Engels-Fähigkeiten als Vampir. Und als... Jemand der Götter ablehnt. Ich guck mal grade nur bei Attributen, ob ich da noch irgendetwas machen kann. Nee. Ja gut, dann... Wie gesagt, es gibt ja noch ganz viel, was wir durchsuchen können. Ich hab auf jeden Fall vorher noch einige Dinge zu finden. We do it my way. I did it my way. Da ist nochmal ne Beute. Nehmen wir auch einfach mit. Follow, if you dare. Also ich bin, so wie es aussieht, schon versehentlich richtig gelaufen. Weil hier unten war ja auch noch irgendwie so ein Ort. Eine... Abzweigung. Würfeln! Ja, das Spiel würfelt, ich weiß. Attacke! Der nächste, bitte. Da hat's nochmal Loot. Der hat nochmal Rüstungsarmschienen. Geld. Trank, leichte Wunden heilen. Einen leichten Streitkolben. Und Schriftrolle leichte Wunden verursachen. Der Zauber ist verfügbar für Camilla. Das ist super, weil damit heilt man uns ja. Ähm... Hat sie das Ding schon genommen? Ne, noch nicht. Das ist gut. Streitkolben... Ach, die können wir uns ja auch mal angucken. Also... Der Lan ist, so wie es aussieht, ein Bogenkämpfer. Was bist du von der Klasse her? Lan hat auch schon einige seiner Erfahrung, wie wir sehen. Entstellt nicht gebrochen. Ein Mönch-Zennbogen-Schütze. Okay. Also immerhin haben wir schon mal unseren Archer hier. Das ist auf jeden Fall mal was ausgefallenes. Und du... Du kleine Katzenspinne... ...du bist... ...einfach nur ein ganz... ...simpler Kämpfer. Du gehst aber auch hier voll auf Fernkampf, habe ich so den Eindruck. Kannst du irgendwas Nahkampftechnisches? Nur aus Neugier? Also sie hat Fernkampf als Basis, das ist offensichtlich. Die ist voll auf Fernkampf gegangen. Okay. Ich geb ihr trotzdem mal eine Nahkampfwaffe. Die Frage ist bloß, was? Speer... Schwert... Bolchmeisterstück... Streitflegel. Ich geb ihr noch mal Streitflegel. Einfach nur, falls in den Nahkampf gerät. Dann noch ein Waffenrock. Und du bekommst jetzt hier noch diese Rüstungsarmschienen. Plus eins. Weil du bist ja auch vorne mit dabei. So, jetzt muss ich bloß gucken, wo ich jetzt hin muss. Ich kann auch jetzt so hier hinlaufen. Warte mal, da liegt noch Loot? Da muss noch Loot liegen. Ja! Und den kann ich jetzt auch noch looten. Häuten? Alles nehmen. Ey, das ist cool, dass das so angezeigt wird. Die Spinne hat acht Hände, genau. Ja, und wo geht's jetzt hin? Da geht's jetzt hin, oder? Ja. Überqueren. Beweglichkeitsprobe. Ich muss jetzt zweimal klicken, dass wir drüber kommen. So, da wird mal Zeit für einen Speicherstand, ne? Äh, 001. Oh boy. Es geht schon los. Ja, dann. Sturmangriff. Sturmangriff. Ich denke, das wird so reichen, oder? Die Spinne hält auf jeden Fall mehr auf. Wann kann ich das Kampf noch gar nicht vergrößern? Ne, die ist jetzt schon tot. Okay. Ich merke übrigens, dass der Gaul hier den Schaden bekommt, ne? Unser Gaul ist auch untot. Das heißt, ich muss ihn eigentlich auch durch Schadenszauber heilen. Ich bin weg. Okay, hier liegt nochmal Lutrum. Feenpilz, Ätzschimmel, Harball. Voll die Dinge, die ich schon immer haben wollte. So, hier gibt's noch mehr leichte Wunden verursachen. Okay, also man muss jeden einzelnen da reinziehen. Soll mir recht sein. Warte mal, wir machen nochmal ganz, ganz kurz Speichern. Ich überspeichere das hier gerade eben nochmal. Äh, ich möchte mal versuchen, so eine Heilung zu sprechen. Weil das macht ja, also eine Heilung in Anführungszeichen. Ja, so heilen wir den Gaul. Okay. Und ihr beide sollt auch mal hierher kommen. Hier geht's weiter und hier gibt's Geröll. Aber ich will erstmal schauen, was da drüben noch kommt. Warum ist eigentlich die vorne? Ich weiß es nicht, aber es ist mir egal. Wieder so eine fette Spinne. Äh, fliege. Ich werde dir wegziehen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Erledigt. Okay. Da liegt nochmal eine Leiche. Nochmal Armbrust. Geldgedöns. Hallöchen, ist ja Goldi. Ist schon wieder irgendwo jemand? Schießen wir für irgendjemanden? Das brauche ich auch nicht mehr sehen. Ich weiß, wie man angreift. Also, ihr könnt jetzt auch alles von Anfang an ausschalten, ne? Ich habe es bloß eingeschaltet, um es zu zeigen. Und falls da irgendwas kommt, was ich noch nicht kenne. Uff! Sie sind auch widerlich. Du bist heute der Sacrifice! Uff, kann ich hier eigentlich... Der hat keinen besonderen Schuss, so wie es aussieht. Nö, dann... Geh auf den los, du kannst... Kernschuss, ja, beziehungsweise für den Gegner... Okay. No match for me. They'll beg me to stop! Attacke. Mein armer, armer Gaul, bekommt ihr schon echt übel Damage, ey. Ich sag's euch. Jetzt ist es aber wieder voll. Und wir können wieder was tun. Was ist denn das? Ein Zweihänder-Meisterstück. Und hier ein Karma. Und ein leichter Schild. Na gut. Ich bin los. Wir sind ja noch nicht mal ansatzweise raus aus dieser Sache hier, ne? Wir sind ja noch komplett am Anfang. So. Okay, ab jetzt hören anscheinend die Texte auf. Okay, jetzt muss ich vorlesen. Und also, Venduag sagt... Venduag wirft mit Lan einen Blick zu... Wirft mit Lan einen Blick zu... Der gerade seinen Bogensehne spannt und kommt dann rasch zu dir herüber. Ihre katzenhaften Augen leuchten unter ihrer Kapuze. Hört mal her. Ich weiß nicht, wer ihr seid oder woher ihr kommt, aber... Wir zwei sind hier wohl die einzigen, die noch klar sehen. Deshalb bitte ich euch. Zeigt Sul das Licht des Himmels nicht. Okay. Oh, und Dankeschön für das Geschenk-Abo. Sehe ich gerade eben. Dankeschön an... Sir Goldi hat gerade eben Malkaf Drake ein Geschenk-Abo geschenkt. Dankeschön. Wären wir fast entgangen hier in der Action. Dankeschön. Lan ist sicher, dass man Missverfolg das Licht zeigen sollte, sage ich jetzt mal. Lan, Venduag verzieht das Gesicht und stößt ein kehliges Knurren aus, will den Helden spielen. Sein erster Vorschlag, falls ihr euch erinnert, war es, mit dem Schwert ins Labyrinth zu laufen. Klingt das für euch nach einem guten Plan? Für mich klingt das nach Selbstmord. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass der Stamm auf ihn hören und ihm folgen könnte. Und danke an Malkaf für den Follow. Und alle anderen Freunde auch. So, okay. Ich dachte, ihr vom Mischvolk seid große Krieger. Die nachfahren großer Krieger. Ich glaube, dass das Mischvolk zu großem fähig ist, dass wir stark sind und vieles können. Deshalb wurden wir hier nach unten verbannt. Wir haben den Leuten Angst gemacht. Aber es ist eine Sache, in den Höhlen auf die Jagd zu gehen, aber eine völlig andere im Schildlabyrinth zu kämpfen. Venduag beugt sich näher zu dir. Ihre Pupillen weiten sich. Ich war dort. Ich habe mein ganzes Leben damit zugebracht, mich vorzubereiten, damit ich es bis zum Ende schaffen kann. Anfangs waren wir noch eher Fährtenleser. Wir waren jung und dumm. Was sind schon ein paar Monster, wenn da draußen eine ganze Welt auf uns wartet? Das dachten wir uns jedenfalls. Aber wir waren nicht vorbereitet. Das Labyrinth ist nicht nur eine körperliche Herausforderung. Es ist listenreich und voller Fallen. Es ist finster wie die Urnacht. Und wenn ihr eure Augen schließt und lauscht, hört ihr hinter euch ein Flüstern und einen leisen Gesang in der Ferne, der mit dem Pochen eures Herzens anzuschwellen und zu verstummen scheint. Venduag wendet ihren Blick ab. Ich musste aus den Fehlern meiner Freunde lernen. Ich musste über ihre Leichen steigen und weitergehen. Das will ich nicht noch einmal tun müssen. Aber es wird wieder geschehen, wenn eine Gruppe schlecht vorbereiteter Kämpfer in das Labyrinth stürmt, ohne den Hauch einer Ahnung, wohin sie gehen. Und das nur, weil Lan glaubt, ein leuchtendes Schwert könnte all unsere Probleme lösen. Hm. Wollt ihr denn nicht die Kinder retten, die sich im Labyrinth verirrt haben? Das sage ich jetzt eher zynisch. Ich will, aber ich werde nicht für einen Haufen törichter Kinder die Zukunft des Stammes riskieren. Häuptling Sol zögert und das aus gutem Grund. Auch er weiß, wie gefährlich das für den Stamm ist. Lan ist der Einzige, der von diesem kindischen Heldenspielchen profitiert. Wenn es nötig ist, gehe ich alleine und finde sie. Oder was von ihnen übrig ist. Ohne Heldengetue. Einfach nur auf mich gestellt. Ist das nicht sogar mehr, das Heldengetue? Dann riskiere ich nur mein Leben. Vendorak senkt die Stimme. Ihr und eure Freunde, ihr könnt mitkommen. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam durch das Labyrinth und finden den Weg an die Oberfläche. Ich denke darüber nach. Sie nickt. Wenn ihr dem Häuptling das Licht nicht zeigt, führe ich euch durch das Labyrinth an die Oberfläche. Das schwöre ich. Okay, es gibt also schon eine frühe Entscheidung, die ich treffen muss. Es gibt also schon frühe Entscheidungen, die wir treffen müssen. Warte mal, hier geht es jetzt hoch. Okay. Oder nach Unterholm. Das will ich aber noch nicht. Okay, wir gehen nochmal ganz, ganz kurz zurück. Denn hier gab es nämlich nochmal, direkt hier am Anfang, eine Geschicklichkeitsprüfung. Und die hätte ich ganz, ganz gerne gemacht. Da. Geroll. So, wir haben hier etwas freigeräumt. Und da sind kleine Erdelementare. Attacke! Die relativ wenig Chancen haben, so wie es aussieht. Sehr gut. Und hier gibt es nochmal Loot. Stab, leichte Wunden heilen. Hey, das ist cool. Nicht für uns, aber grundsätzlich mal. Eine coole Sache. Okay, ich glaube, ich mache das tatsächlich aus hier. Moment, das fängt an mich zu stören. Mit den Pausen. Ich habe extra einige Autopausen eingeschaltet, die ich jetzt aber nicht mehr will. Pause bei entdeckter Falle. Ein, bei Kampfbeginn pausieren. Pause nach jeder Runde. Ne, brauche ich nicht. Pause, wenn der Zauberung beendet wird. Pause, wenn ein neuer Feind erscheint. Ja. Pause, wenn ein Gruppenglied niedrige Helferpunkte hat. Ja. Pause, wenn der letzte verbleibende Gegner schläft. Automatische Runde beenden. Was? Runde automatisch beenden. Ja. Okay, anwenden. So. I'm gone. So, müssen wir das hier wieder überqueren. Oh, jetzt gehen wir wieder da hoch. Ja, also Basenbau wird es hier ja auch wieder geben, ne? Die, soweit ich weiß, übernehmen die das ja auch vom Vorgänger. Da habe ich zumindest schon in der GameStar Preview was dazu gesehen in dem Video. Bin selber gespannt. Weiter geht's. Dahin. Armeeaufbau auch. Ja, definitiv. Mit so strategischen Kämpfen, so Might and Magic-like. Und wir sind im nächsten Raum. Kommt, wird wieder Zeit von Speichern. Ich bin da ganz, ganz groß darin, bei solchen Spielen immer zu speichern. Sollte man sich angewöhnen. Und da sind wir angekommen. Ich glaube tatsächlich, dass ich es ihm nicht zeigen werde. Wobei, die große Preisfrage ist halt, ob wir der Spinne trauen können. Die ist neutral böse. Der ist rechtschaffen neutral. Okay, vielleicht kann man der gar nicht trauen, Leute. Neutral böse. Die grundlegende moralische persönliche Diskussion. Okay, okay. Hm, 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 hm. Ich bin auf Umkehren gegangen? Was? Echt? Wo? Wo? Wo habe ich denn jetzt hier was umgekehrt? Ich habe doch Anwenden gemacht. Hey, äh, Kampfbeginn, pausieren ein. Warten wir mal so und so. Ich habe meine Pausen abgeschaltet. Aber die sollten doch eigentlich... Die sind doch hier immer noch ein. Die sind doch immer noch ein. Autopause. Bei entdeckter Falle. Ein. Müsste doch alles stimmen. Ich habe ein paar Pausen ausgemacht, ja. Aber nicht alle. Rundenbasiert... Runden... Achso. Der rundenbasierte Pausenmodus ist aus. Runde automatisch beenden ist ein. Bewegungen automatisch unterbrechen ist ein. Äh... Anwenden. Aber warum steht da umkehren? Warum steht da umkehren? Das hier brauche ich nicht. Jetzt weiß ich, was du meinst. Bei Kampf beginnen, pausieren. Der letzte verbliebene Gegner schläft. Okay. Anwenden. Speichern. Das umkehren. Das ist seltsam. Jetzt durften wir es aber eigentlich haben. So. Hier sind diverse Mischlinge. Ich bin aus. Dein erster Eindruck des Mischvolkes ist der eines armseligen Dreckslochs, einschließlich der entsprechenden Gerüche. Glühende Augen beobachten dich aus der Dunkelheit ohne zu blinzeln und zwischen den Hütten lungern deformierte Schatten herum. Du siehst einige Mischvölker, die weiße, augenlose Fische aufnehmen, während andere Netze flicken. Alles Anzeichen einer ganz gewöhnlichen Dorflebens, doch in der Luft liegt eine angespannte Erwartung. Häuptling Sull, ein stämmiger, älterer Mischvölkler, schlurft dir entgegen. Die Haare auf seinem Kopf wachsen in schlaffen, dürren Strähnen und sein Gesicht ähnelt durch die hervorstehenden Zähne dem einer Ratte. Aus seiner Brust ertönt mit jedem Atemzug ein rasselndes Geräusch. Eines seiner Augen ist weiß und trüb vom grauen Starr, das andere glänzt feucht. Oberwäldler, mh? Die Endscheid hat wohl wahrlich begonnen. Was? Die Endscheid? Ich habe auf jeden Fall 250 XP bekommen. Hallöchen, Radekunde. Schönen guten Tag. Grüß dich. Häuptling Sull, wir haben das Schwert des Engels gefunden und wir haben diejenigen gefunden, der es führen kann. Lann zeigt mit dem Finger auf dich. Er hatte eine Vision und nun ist das Schwert des Engels zusammen mit dem Licht des Himmels irgendwie in ihm. Versammelt den Stamm. Jeder kann eine Waffe halten. Die Jungen leben noch. Wir können sie noch retten gehen. Häuptling Sull hebt seine Hand. Seine Fingernägel sind schmutzig und brüchig. Ah, unser Lann. Immer am Träumen, immer am Reden. Ihr seid zu vorheilig. Das tut euch nicht gut. Es wird euch noch einmal Ärger einbringen. Sull mustert dich von oben bis unten. Ein Oberwäldler mit dem Licht des Himmels. Das ist zu gut für uns. Uns passiert nichts gutes. Es gibt immer einen Haken. Lann vertraut den Leuten, weil er glauben mag. Nicht wahr, Lann? Ich bin der Häuptling. Ich darf nicht glauben. Ich muss wischen. Zeig mir das Licht. Okay. Dialogops. Gucken wir mal. Venduak starrt dich intensiv an. Wie eine Katze, die einen Vogel beobachtet. Und schüttelt warnend den Kopf. Ich hätte jetzt mal gefragt, ist hier noch irgendjemand von der Oberfläche? Ich tue es mal auf Zeitspielen. Sull deutet zur Seite. Dort ist er. Schund und munter. Und das ist ein... Ich glaube, ich spreche den Schwäbisch. Der Häuptling Sullischer Schwab. Äh, gesund und munter. Und, äh, stolz wie ein Pfau. Genau wie ich. Sull lacht. Kommt aber schnell wieder zur Sache. Das ist nicht gut. Zu viele Oberländler. Das ist nicht gut. Nicht richtig. Äh, was fiert ihr im Schilde? Ihr gehört nicht zu uns. Wir sind nicht wie ihr. Aber wenn ihr... Wenn die Zeit kommt, dann, äh... Das ist zu schwierig. Ich kriege das nicht hin, das nochmal doppelt zu übersetzen. Kommen wir zu euch. Nicht ihr Junsch. Okay. Also, chaotisch wäre Lann irzig. Wir haben das Schwert nicht gefunden. Rechtschaffen wäre... Erfordert das Schwert. Lann sagen... Die Wahrheit sagen. Oder ich sage, ich helfe euch, die verschlungenen Mischfolge im Labyrinth zu finden. Aber ihr könnt eure Hoffnung aufgeben, dass ein magisches Schwert aus dem Nichts auftaucht. Äh, 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 äh. Oh, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Das ist eine schwierige Entscheidung. Äh, 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 die Frage ist, äh, wir sind ja momentan selber noch neutral. Chaotisch will ich... Ich meine, warum sollte ich lügen? Ich finde eigentlich die 2 am besten. Ich bin der Meinung, die 2 passt am besten zu uns. So nach dem Motto, ich zweifle einfach auch an, dass dieses Schwert uns irgendwie helfen wird. Ja. Vendelag stößt ein zufriedenes Lachen aus. Endlich sagt mal jemand etwas Vernünftiges. Versteht das nicht? Es ist ein heiliges Licht. Es wird die Monster vertreiben, die im Labyrinth hausen. Lann senkt seine Stimme. Wisst ihr, ich glaube nicht an dieses Engelslicht. Aber Sull tut das. Zeigt es ihm. Es kostet euch nichts. Jetzt muss ich doch diese Entscheidung treffen. Fuck. Auf der anderen Seite habe ich es. Aber auf der anderen Seite, warum soll ich denen helfen wollen? Ich bin wegen meinem eigenen Geschäft hier. Wir haben kein Schwert gefunden. Lann wirbelt schlock hier zu dir herum. Einen Moment lang ballt er die Fäuste, als würde er es, er die Wahrheit aus dir herausschütteln wollen. Doch er fängt sich schnell wieder. Ich weiß nicht, warum er lügt. Gewiss habt ihr eure Gründe, aber ich weiß, dass es eine Lüge ist und ihr wisst es auch. Und wenn du weißt es auch. Lann wendet sich Vendelag zu. Sagt es ihm, Vendel. Du hast eine Handlung ausgeführt. Chaotisch. Vendelag starrt ihn mit leeren Augen an. Ich habe das Licht zwischen den Felsen leuchten sehen. Und dann erlosches. Lann hat es gesehen. Er hat gesehen, was er sehen wollte. Warum tut ihr das? Was? Die Wahrheit sagen? So gesehen, man kann das auch so interpretieren. Hätten wir nicht davon erzählt, dass wir es gesehen haben, wussten die das nicht mehr. Dann wäre das Licht einfach nur in uns verschwunden. Hm. Ja, es läuft wirklich darauf hinaus. Echse oder Spinne. Also das ist einfach die Entscheidung des Spielers. Mit wem will man zukünftig zusammen rumlaufen? Und wer ist vielleicht sogar ein Feind? Werden wir sehen. Guten Abend, Devil. Grüß dich. Oder in dem Fall noch guten Tag. Hm. Ihr habt ein Licht in meiner Nähe gesehen und dachte, das würde bedeuten, dass ich nun das Schwert des Engels besitze. Ihr habt euch geirrt. Es ist nicht nötig, andere Leute mit hineinzuziehen. Hey, Devil. Grüß dich. Schönen guten Tag. Ich sage einfach, ich will nicht, dass Blut leichtgläubiger Mischvölkler an den Händen kleben haben. Oh, das... Ihr wisst was? Ich sage einfach nichts. Ich habe alles gesagt. Lan blickt dich erwartungsvoll an und seufzt, als du nicht antwortest. Ah, ihr und wenn, du habt alles miteinander abgesprochen. Ihr habt mich zum Narren gehalten. Lan lacht, Holauf. Haha. Alle sagen mir, sie wollten nirgendwo hingehen und niemanden retten. Aber ich glaube ihnen nicht. Ich gehe einfach immer einen Schritt weiter als alle anderen. Nicht wahr, Häuptling? Schön. Ich verstehe jetzt, wie die Dinge stehen. Ich muss nicht mehr überzeugt werden. Lan grinst schief. Ihr hattet irgendwas vor, oder? Friede Lan, Wunderschind, nicht für uns bestimmt. Wir, der Stamm, wir warten. Wenn ihr einer von uns seid, wartet ihr. Wir werden nirgendwo hin. Äh, wir gehen nirgendwo hin. Oberländer, geht, ruht euch jetzt aus. Dort drüben ist eine Hütte. Dort könnt ihr rasten. Okay. Lan bleibt stumm. Seine Augen zwischen dir soll und Wendelack huschen hin und her. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Es war das kleinere Übel von den Zweien. Und nun ruht euch aus, damit wir voll bei Kräften sind, wenn wir ins Labyrinth gehen. Ich habe versprochen, euch an die Oberfläche zu führen. Und das werde ich auch tun. So, Stufenaufstieg. Ausgezeichnet. Das finde ich gut. Brauche ich auch nicht hier noch ein Tutorial. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Oh, guck mal. Wir haben jetzt hier schon eine chaotische... Also es geht hier Richtung chaotisch-neutral gerade eben. So. Wir sind immer noch ein Ritter. Das habe ich auch vor zu bleiben. Wir bekommen hier anscheinend zwei irgendwas. Zähigkeit wird erhöht. Reflexe, Willen wird erhöht. Ich kann hier vier Punkte ausgeben. Das wird auf jeden Fall hier so gemacht. Und ich kann noch irgendetwas anderes mitnehmen. Wissen, Welt. Wissen, Arcanum. Wissen, Natur. Wissen, Religion. Was bringt nochmal Wissen, Arcanum? Von intelligenten Attributs. Das kann nochmal repräsentieren. Das Wissen eines Charakters über Zauber, magische Gegenstände und diverse Zauberkenntnisse. Also, Heimlichkeit, Wissen, Natur, Wissen, Welt. Wie sind das Charakters über Personen, Zivilisationssysteme? Ich glaube, ich nehme Wissen, Welt. Das ist ja mal eigentlich auch schon relativ gut. Also warum da nicht noch besser werden? Weiter. So, besondere Fähigkeiten. Prahler. Das war's schon. Also wir haben auch nicht viel mehr dazu bekommen. Einfach nur ein paar Boni. 24 Lebenspunkte. Das ist gut. Das ist quasi eine Verdopplung. Was ist bei dir hier? Auch du bekommst ein Level Up? Sie ist ja immer nur so ein Pala-Dingsbums. Sie hat auch Wissen, Welt, Überzeugen. Ich denke, dass ich bei ihr auf auf jeden Fall Wissen, Religion gehe. Ach nee, kann ich gar nicht. Die ist zu dumm. Moment. Ach, das sind automatische Stufenaufstiege. Ah, also ich möchte natürlich... Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das hier abläuft. Das ist die große Preisfrage in den Chat. Hallöchen erstmal an, Arti. Wollen wir den automatischen Stufenaufstieg für die anderen Charaktere beenden und selber skillen? Oder wollen wir den automatischen Stufenaufstieg lassen? Also an, also wir lassen es an oder aus für aus? Schreibt mal ganz, ganz kurz in den Chat. Ein bisschen Moschen, ein bisschen. Also die meisten sagen aus. Es gibt zwar ein paar, die sagen an, aber okay, aus. Also. Die erst endet den Wert des Stufenaufstieg für die Charaktere. So, jetzt könnte ich nämlich hier selber bestimmen, wer was hier lernen soll. Wie gesagt, die braucht nicht überzeugen lernen. Die soll in meinen Augen Wissen, Religion haben. Als Paladin. Weil wir können das nicht. Ähm. Das ist okay. Weiter. Und fertig. Dann bei dir hier. Hexerei. Weiter. Ja, wie gesagt. Ich muss das gleich komplett ausmachen, ey. Das nervt ein bisschen. Sie bleibt bei Tricks auf jeden Fall. Ich will nur überlegen, ob ich sie auf ein bisschen Arcanum trimmen soll. Oder, ne, Wahrnehmung. Wahrnehmung ist bei ihr ganz wichtig. Tricks und Wahrnehmung. Eisblume. Ach nee, ich kann noch einen Zauber hier wählen. Da wäre ich jetzt fast dran vorbei. Diese Hexerei gewährt dem Schamanen natürlich einen Rüstungsbonus und plus zwei. Ja, ja, ja. Äh. Heilen. Ich hätte gerne den Zauber Wunden verursachen, aber das kann sie glaube ich noch nicht, oder? Hexenblick. Also sie ist halt einfach nur komplett auf heilen. Was aber auch nicht schlecht wäre. Das funktioniert wie bei Zauberleichte. Wunden heilen mit der Zauberstufe des Schamanen. Er hat eine Kreatur an den Heilen Hexerei profitiert. Kann sie 24 Stunden nicht erneut belegt werden. Also man kann einmal diese Heilung sprechen. Wobei Eisblume halt auch ein guter Rüstungsbuff wäre, ne? Kampfschutz. Was macht Kampfschutz? Der Schamane gewährt einen bereitwilligen Kreaturen oder sich selbst in seiner Berührung einen Kampfschutz. Der nächste Angriffswurf gegen das Ziel aktiviert den Schutz und gewährt der Rüstungslastig des geschützten Kreaturen einen Ablenkungsbonus von plus drei. Bei jedem weiteren Angriff verringert sich der Ablenkungs. Okay. Also am Anfang drei, zwei, eins und dann null. Das sorgt dafür, dass dieser Zauber dann wieder gebalanced wird. Geheimnis. Fingernägel. Kann mit Fingernägeln Schaden machen. Drachen. Widerstandskraft. Horror der Reinheit. Ich glaube ich gehe auf heilen, oder? Ja, ich nehme heilen. Fertig. Warte mal, wo kann man das ausschalten? Dieses automatische... Einstellungen speichern. Das muss irgendwo hier sein, oder? Spieleinstellungen. Verbesserte Kreuzzugladezeiten ein, 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 Ausrüstung, Plündern, Schriftgröße, Gewalt ein, schnellere Bewegung ein. Verbesserte Kreuzzug... Wo ist denn das? Tutorials... Grundlagen aus. Steuerung aus, aus, aus. Regeln von Passwanderer Kreuzzug. Das machen wir später noch. Das ist auf jeden Fall noch interessant. Tooltip, Ausrüstung, Vereinfachung der Zauberung. Bei Schwierigkeit ist das drin. Passung nach Feindwerte, Schaden, Anzahl der Gegner zusätzliche... Charakterumschulung aktivieren. Sie haben nun aktiviert, können bestimmte NPCs deinen Charakter um deine Gefährten umschulen. Schwere des Todes und werden dann ein automatischer... Automatischer Stufenaufstieg für Gefährten. Aus. Anwenden, speichern. Das wusste ich noch nicht. So. Nächster Level ab. Das ist die größte Herausforderung. So, er bleibt weiterhin hier der Meister-Mönch-Mystical. Jetzt ist es auch komplett aus. So. Beweglichkeit auf jeden Fall. Athletik auf jeden Fall. Ich denke, Wahrnehmung bei ihm, oder? Ja. Und er bekommt nochmal eine weitere... Hier wäre Präzisionsschuss möglich. Du kannst dem Gegner im Nahkampf ohne den üblichen Malus und Minus-4 auf die Fernkampfwaffe attackeieren. Das heißt, er muss halt die Waffe einfach nie wechseln. Schnelles Schießen wird nicht empfohlen. Okay. Ich nehme den Präzisionsschuss. Weg des Bogens. Kommt es halt darauf an, was für einen Bogen man wählen will. Das ist halt jetzt einfach so eine Einstellungssache. Man weiß nicht, was man für ein Item bekommt. Ich denke, Langbögen machen aber einfach mehr Schaden. Deswegen gehe ich auf Langbögen. Jetzt habe ich die Schwierigkeiten natürlich natürlich auf Eigen geändert. Klar, Kai. Wegen dieser einen kleinen Änderung wird daraus Eigen. So, er hat auch 22 Lebenspunkte. Fertig. Der wird aber sowieso nicht in der Gruppe bleiben, glaube ich. Nach der Aktion. Ich gebe ihr mal Wissen, Natur und Wahrnehmung. Wobei, wir haben schon jemand, der Wahrnehmung kann. Ich gebe ihr Athletik. Bisschen Natur habe ich selber. Athletik und Heimlichkeit. Die sieht aus wie eine Spinne. Die muss heimlich sein können. Okay. Ein weiterer Waffenfokus wird empfohlen. Ich gucke mal, ob sie auch einen Langbogen nehmen kann. Ja, auf jeden Fall Langbogen. Weil ich ahne, dass die beiden sowieso nicht ewig bleiben. Und der Gaul hat auch ein Level ab. Ist das cool. Tiergefährte Todeszeichen. Ja, einfach weiter. Hm. Also dem Pferd muss man echt noch einiges beibringen. Beweglichkeit und Heimlichkeit. Hat jetzt immerhin 16 Hitpoints. Gut, dann speichern wir das Ganze hier nochmal als 003. Und was machen wir jetzt? Oh, wir können looten. Scheine auch niemanden zu interessieren. Äh, Tevez, das hat man von Anfang an, wenn man die richtige Charakterklasse nimmt. Das ist mein Tierbegleiter. Ich bin ja ein Ritter. Und deswegen habe ich von Anfang an ein Pferd. So, was sagt denn jetzt das Journal? Der Weg nach oben finden. Andere Überlebende finden. In den Hütten ausruhen. Also ich muss eigentlich jetzt immer noch irgendwie ausruhen, sagt das Spiel. Die Frage ist, wie mache ich das? Ist das hier? Pause? Nein. Lager. Du kannst hier nicht ruhen. Okay, schön. Ich darf also hier nicht ausruhen. Wahrscheinlich haben wir schon geruht. Ich habe auch hier nichts, womit ich interagieren könnte. Zeit überspringen hilft mir jetzt auch nicht weit. Ah, jetzt, da müssen wir hin. Okay. Ein älterer Mann in teurem, aber nicht protzigen Kleidern kommt auf euch zu. Sein Gesicht ist übersäten mit erst kürzlich verheilten Schnitten und Blutergüssen und zu einem Ausdruck extremer Unzufriedenheit verzerrt. Erlaubt mir, dass ich mich euch kurz vorstelle. Ich heiße Hogan Querm. Ja, der Querm. Ihr habt gewiss von mir gehört, wenn ihr euch auch nur ein wenig Zeit in der Stadt verbracht habt. Also genau genommen war ich da bewusstlos. Und dann kam schon der Untergang. Ich möchte euch ein Geschäft vorschlagen. Wer seid ihr? Euer Name sagt mir nichts. Ihr seid also wirklich ganz neu in der Stadt. Ihr hättet euch ja keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können. Das steht fest. Eben erst eingetroffen und die Stadt liegt in Schott und Asche. Ihr solltet wissen, dass ich einer der reichsten und angesehensten Männer von ganz Knabres bin. Ich bin vielleicht weniger bekannt als gewisse prahlerische Großmäuler, die ihr Leben damit zubringen, von einem Ball zum nächsten zu marschieren. Aber die Handelsgesellschaft Werm ist eine der Säulen der Stadt, damit ihr es wisst. Also er ist auch kein Stück eitel oder so, ne? Habt ihr die Markisen auf dem Platz gesehen? Die habe ich bezahlt. Sie sind auch de facto kaputt, mein Freund. Es interessiert keinen mehr. Habt ihr beim Fest von den Köstlichkeiten gekostet? Die habt ihr Horgusquern zu verdanken. Ja, und all die anderen, die da oben tot sind, auch. Gut. Was für ein Geschäft. Ich weiß nicht, was an der Oberfläche gerade vor sich geht, aber ich bin entschlossen, es herauszufinden. Äh, ihr habt wohl nicht vor, den Rest eurer Tage in diesem Dorf zu verbringen, nehme ich an. Wir müssen einen Weg an die Oberfläche finden, in die Stadt, wenn noch etwas davon übrig ist. Ihr erweckt den Eindruck eines äußerst starken Kriegers. Genau das brauchen wir, um diese Höhlen zu durchqueren und uns zu den blutgrünstigen Besten, die uns herumschleichen, vorbeizukämpfen. Ihr seid stark. Für euch ist das keine Schwierigkeit. Ich dagegen bin nicht mehr so kräftig, wie ich es einmal war. Ich kann nicht durch Höhlen kriechen und Kundschafter spielen. Mein Vorschlag ist simpel. Führt mich zurück in die Stadt, dann bezahle ich euch 1000 Goldmünzen. Und dafür können wir in dieser Welt wahrscheinlich gerade ein Butterbrot kaufen. So wie ich diese Welten kenne. Äh, ich schlage vor, wir helfen diesem Mann. Es ist gut, ihn in der Oberschicht Knabers Freunde zu haben. Oh, ich kann jetzt hier mit einem 16er, weil ich Diplomatie sehr, sehr hoch habe, 2000 Gold raushandeln. 2000 Gold. Erfolgreich. Horgos blickt dich durchdringend an. Wollt ihr etwa meine missliche Lage ausnutzen? Also schön, sagen wir 2000. Erst das Geld. Ihr könnt ja sterben. Ich würde ja gerne im Voraus zahlen, aber mein ganzes Vermögen befindet sich an der Oberfläche. Doch keine Sorge, das Wort eines Querm ist wertvoller als Platin. Ihr könnt jeden fragen, von den Toten. Horgos Querm hat noch nie sein Wort gebrochen. Hm, abgemacht. Und wie seid ihr eigentlich hier gelandet? Für einen Moment richtet Horgos seinen Blick auf Camellia, ehe er sich wieder dir zuwendet. Wie alle anderen stürzte auch ich, als dieser verfluchte Käfer den Boden unter unseren Füßen entzweischlug. Ich kann von Glück sagen, dass ich mir beim Sturz nicht das Genick brach und gleich doppelt von Glück, dass ich beim Blinden um Herren nicht über unterirdische Kakerlaken stolperte, sondern Jäger aus dieser Siedlung traf. Wobei ich sagen muss, dass mein Leben vor meinem geistigen Auge vorbeizog, als ich ihre Physiognomie erblickte. Sie erwiesen sich aber als recht anständige Gesellen. Furchterregend anzusehen, aber verlässlich. Okay, immerhin. Immerhin ist er noch halbwegs normal drauf. Ihr sprecht nicht gerade nett von den Mischvölkern, obwohl sie euch das Leben gerettet haben. Ja, aber er redet auch nicht gerade schlecht über sie. Pah, nette Worte sind für all jene, die Stunden mit dem Austausch von Höflichkeiten vergeuden können. Horgos Querm sagt, was er denkt. Und er bezahlt für erbrachte Dienste nicht mit netten Worten, sondern mit harten Münzen. Ich habe den Mischvölkern im Tausch gegen ihre Hilfe meinen Dolch gegeben. Allein dessen Griff ist mehr wert als das gesamte Dorf. Wir müssen gehen. Nur zu, nur zu. Vergesst eure Vereinbarung nicht. Wenn ihr einen Weg hinaus findet, sagt es mir. Okay, also der geht erstmal gar nicht direkt mit, wie ich sehe. Es ist einfach etwas, was ich offensichtlich jetzt hier herausfinden muss. Ich glaube nicht, dass der Pfeffersack wirklich mitkommt. Da oben ist auch irgendwas, wo ich gerade eben nichts sehe. Aber lasst uns jetzt erstmal umschauen. Hier sind wir ja reingekommen. Da liegt nochmal Loot rum. Nehmen wir mit. Also, wisst ihr was? Ich würde ganz, ganz gerne wieder auf meinen Gaul aufsitzen. Kann ich jetzt hier wieder nicht. Okay. Also in Siedlungen geht das nicht. Da gibt es noch mehr Loot. Übrigens sehr, sehr witzig, ne? Die olle Katzenspinne hat uns gesagt, sie führt uns hier raus. Und bis jetzt macht sich nichts dergleichen. Wer bist du denn? Hey Oberwettler, kommt mal her. Seht euch meine Waren an. Ihr da, eine große Frau, deren Gesicht durch eine enormes Schwellung entstellt ist, grinst dich breit an und präsentiert dabei zwei Reihen scharfer Zähne. Zwei Reihen? Okay. Ihr da, von der Oberfläche. Ihr müsst stark sein, wenn ihr es bisher geschafft habt. Das ist, dass ich das doch erleben darf. Nennt mich Dürer. Lasst uns handeln. Wer seid ihr? Die Leute hier haben viele Namen für mich. Dürer, die Hamsterin. Dürer, die Münze. Dürer, das Stadtmädchen. Als wäre das etwas Schlechtes. Ich sammle hier unten in den Höhlen meine Netzen allerlei Dinge, die durch die Kanalisationen hier heruntergespült werden. Gegen Essen, Kleider tausche ich alles mögliche Unrat ein. Aber meine besten Fundstücke gibt es natürlich nur gegen Münzen. Habt ihr keine Münzen? Habt ihr vergessen, was Geld ist? Tja, dann habe ich keine Verwendung für euch. Wer Stadtwaren will, muss dafür mit Gold bezahlen. Wie die Stadtbewohner. Okay. Wenn sie meint. Warum seid ihr da begierig darauf, so mit mir zu handeln? Wahrscheinlich, weil es keine anderen gibt. Weil ihr... Weil hier alle nur noch auf... Was? Weil hier alle nur noch wie die Tiere sind. Okay. Dürer schreit diesen Satz mit überraschender Wut heraus. Bevor sie von einem Hustenanfall übermannt wird. Sie wischt sich den Mund ab und fährt fort. Unsere Vorväter lebten in der Stadt wie ihr. Unser Volk liebt es, in Erinnerungen an Armeen, Ritter und Kreuzzüge zu schwellen. Aber mich schert das alles nicht. Jeder Wilde mit einer Keule kann einen Krieg führen. Aber nur zivilisierte Leute können kaufen und verkaufen. Sie haben alle vergessen, was Handel ist. Sie haben den Wert von Gold vergessen. Sie tauschen Fälle gegen Pflanzenwurzeln und schwärmen von den Heldentaten der Kreuzfahrer. Wen jucken denn die? Ich brauche keine Gedächtnisstütze. Ich habe Münzen und ich habe Dinge zu verkaufen. Und jetzt handelten wir wie echte Stadtbewohner. Gut, dann handeln wir. Sie hat schon mal eine zweihändige Meisteraxt aus kaltem Eisen. Okay. Äh nein, ich will das Ding nicht kaufen. Ich wollte eigentlich Maus-Overn, aber egal. Ich würde nämlich gerne wissen, was dieses kalte Eisen tut. Es gibt noch dicke Polster. Das sind noch meine Rüstungsarm-Schienen. Gucken wir mal, was sie an Waffen haben. Bastards-Schwert. Ja, aber ich brauche... Ich habe ja Langschwörter. Massenverkauf. Naja, jetzt habe ich hier erstmal den Crab verkauft. Was ist denn das? Regenbogenquarz. Diese Reagenz kann für das Brauen von Tränken... Oh, ich kann Tränke die nach Brauen? Okay. Ähm. Was gibt es hier noch? Gibt es hier irgendetwas von Belang? Dolch-Kurz-Speer. Also die hat halt nur Standardgedöns, ne? So wie es aussieht. Rüstung. Lederrüstung, Fellrüstung. Die Rüstungsarm-Schienen. Reinigungslösung. Diese magische Substanz wird benötigt, um Lebensmittel in den verderbten Ödlanden der Weltenwunde reinigen und sicher verzehren zu können. Ich ahne, dass man das braucht. Mutierter Fisch. Das ist eine Kochzutat. Okay. Ah, kaltes Eisen umgeht, äh, Resistenzen. Das ist cool. Schutz vor Chaos. Schutz vor Bösem. Frank-Magier-Rüstung, Federleicht, leichte Wunden heilen. Schriftrolle, Unheil, Segen, Schmieren, Schlaf, Verschwimmen, Heldenmut. Köcher mit Munition aus kaltem Eisen. Ah. Der Besitzer dieses Köchers kann 20 Einheiten in Kalteisen-Munition abfeuern. Munition aus kaltem Eisen, ähm, ist für seine Effektivität gegen Dämonen und Feenwesen bekannt. Kaltes Eisen wird von niedrigen Temperaturen geschmiedet, um seine besonderen Eigenschaften zu bewahren. Okay. Aber die hat halt echt nichts, was mich interessiert. Ich kann ja noch diese leichte Armbrust Meisterstück... Ne, warte mal, das ist ein Meisterstück. Das sollte man vielleicht benutzen, oder? Was bringen diese Meisterstücke? Warte mal, Meisterstück. Ist das nicht, dass man irgendwie schon bei einer 910 in Crit macht? Ist übrigens witzig, diese Schuppen, obwohl man jemand wiederbeleben kann, bringt keinerlei Geld. Edge-Schimmel, diese... Also, wir haben einige Brau-Utensilien hier. Das Ding hat 15 Ladungen. Äh, Sarkast, ich habe noch nicht vor, sofort aufzuhören. Keine Sorge. Ich habe Bock. Okay, ich denke mal, das reicht eigentlich für das erste Annehmen. Ich gucke mal gerade eben, weil sie hat ja bei mir... ...diese leichte Armbrust. 1 bis 8, 19 bis 20, 50 Fuß. Kann man hier so vergleichen. Ich sehe nicht, wo der Unterschied ist. Eigenschaft Meisterstück. Ja, das ist ja schön, dass es ein Meisterstück ist. Aber was bedeutet Meisterstück? Ich kann es halt leider nicht mouse-overen. Weil es gleich abhaut, wenn ich es mache. Schade. Rechtsklick drauf. Info. Ah, Meisterstück. Waffe Meisterstück. Eine meisterlich gefährlichte Version einer normalen Waffe bietet einen Verbesserungsbonus. Ach, man trifft einfach besser. Okay. Das ist aber auch schon mal was wert. Das ist was wert. Haben wir noch irgendwelche anderen Meisterstücke? Also, sie hat ja auf jeden Fall schon mal ein Schwert aus kaltgeschmiedetem Gedöns. Das ist ein Dolchmeisterstück. So eine ewige Fackel. Was ist das? Eine verzierte Schönegegenstand. Okay, das ist ein Sammlungsstück. Okay. Gut, gut, gut. Ja, dann haben wir hier schon mal gehandelt. Hier geht es nochmal. Crap. Noch mehr Crap. Ich frage mich halt, ob ich das jetzt ja gleich wieder verkaufen soll. Äh, Koko Loko. Das hier ist tatsächlich ein Standalone-Spiel. Massenverkauf. Abgemacht. Ach, jetzt hat er es erst verkauft. Ich habe das abgemacht, noch nicht gemacht. Ich bin weg. Und jetzt darf ich hier endlich ruhen. Okay. Aber wir schauen uns erstmal um noch. Und sammeln Zeug ein. Da kann ich auch noch hingehen. Malkaft-Track, soweit ich weiß, nicht. Aber... Soweit ich weiß, ist es eine eigenständige Story. Da unten hat es auch noch Loot. Also ich finde auf jeden Fall hier jede Menge von diesen Fischen. Also ich habe glaube ich aufgedeckt, was ich aufdecken kann, oder? Kann ich da irgendwie hinlaufen? Ich probiere es mal. Hier findet sich nichts. Ich bin immer so ein Fan bei solchen Spielen, die Map aufzudecken. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe immer so das Gefühl, ich verpasse irgendetwas. Aber wir haben das meiste jetzt schon. Ich glaube, dass ohne zu ruhen, kommen wir hier nicht weiter. So, ich tue hier nochmal diesen ganzen Crap verkaufen. Wobei, so viel Crap ist es gar nicht. Die meisten Sachen sind echt irgendwie von Nutzen. Ich mache, was ich muss. Jetzt ruhen wir. Der Mepinator. Genau. Es wird Zeit. Wir brechen jetzt auf. Lann kommt uns nicht in die Quere. Venduag atmet tief durch die Nase ein und kneift, konzentriert die Augen zusammen. Als würde sie versuchen, die Luft zu schmecken. Wahrscheinlich kann sie es sogar. Auch nur den kleinsten Hauch eines Geruchs zu entdecken. Schließlich nickt sie. Hm. Es wird Zeit für was? Euch herauszubringen. Ich halte mein Wort. Venduag blickt sich um. Jetzt ist es still. Das Dorf hat sich beruhigt. Ich kenne den kürzesten Weg zum Labyrinth. Wir nehmen ein Boot. Niemand wird uns sehen. Wollen wir die Mischvölker immer noch retten? Sie runzelt die Stirn. Was? Ach die. Wahrscheinlich sind sie schon tot. Aber wenn wir unterwegs jemandem begegnen, gehen wir gewiss nicht einfach weiter. Letztlich gehören sie dem Stamm an. Okay, sie will gar niemanden retten. Das ist offensichtlich. Sie hat irgendwas eigenes vor. Das ist jetzt schon offensichtlich. Hm. Habt ihr mir etwa beim Schlafen zugesehen? Äh. Sie schnaubt verächtlich und wendet sich ab. Glaubt ihr etwa, ich sehe mir gerne Oberbettler an? Ich habe Besseres zu tun. Denkt bloß nicht, ihr wärt etwas Besonderes. Also tatsächlich sind wir was Besonderes. Ähm. Lang kommt es also nicht in die Quere. Wo ist er eigentlich? Auf dem Weg in seinen Tod. Wenn er entschieden hat, es alleine zu versuchen. Weil er entschieden hat, es alleine zu versuchen. Okay. Oder vielleicht ist er irgendwie in ein Loch und weit darüber, wie einsam er doch ist. Mir ist es jedenfalls gleichgültig. Ey, das ist so krass. Nur die waren am Anfang zusammen unterwegs und jetzt kommt raus, die hasst ihn quasi schon fast. Wollen wir Horgus und, äh, Anivia einfach hier lassen? Euch alle gleichzeitig hinauszubekommen wird schwierig. Die verletzte Frau soll sich erst einmal erholen. Glaubt ihr etwa, mir gefällt es, dass Oberbettler in unserem Dorf sitzen? Aber es zu versuchen, eine Verwundete durch das Labyrinth zu schleppen, wäre selbst ein Mord. Und wenn dem anderen, äh, und von dem anderen fange ich gar nicht erst an. Der bewegt sich keinen Schritt, wenn wir ihn nicht auf einer Bahre tragen. Habe ich will die 2000 Gold? Aber wahrscheinlich sind 2000 Gold sowieso eher ein Witz. Seid ihr sicher, dass das Labyrinth der einzige Weg zur Oberfläche ist? Sie zischt gereizt. Sehe ich etwa aus wie jemand, der nicht weiß, wovon er redet? Ja, ich bin mir sicher. Es mag auch einen anderen Weg geben, aber nicht hier in der Nähe. Ich habe es noch nie ganz durch das Labyrinth geschafft, aber ich habe jedes Mal die Veränderung in der Luft gerochen. Wer das nicht kann, der hat dort nichts verloren. Der ist genauso tot. Äh, ihr, wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr gerne warten, bis ein anderer Führer auftaucht. Aber außer mir bringt euch niemand dorthin, wo ihr hin müsst. Äh, gut, gehen wir. Es ist Zeit, hier zu verschwinden. Sie nickt. Ja, und noch etwas. Ihr hättet nicht auf mich hören müssen, aber das habt ihr. Das heißt, ihr, dass ihr wahre Stärke in euch tragt. Ja, ja, genau. Ich folge irgend so einer der Herr gelaufen, deswegen habe ich innere Stärke? Nein, das ist totaler Quatsch. Äh, wer stark ist, kann die Wahrheit ertragen, auch wenn sie ihm nicht gefällt. Und die Wahrheit war auf meiner Seite. Das behauptet sie zumindest. Was ich sagen will, wenn du axi zu bohren. Danke. Ihr habt den Stamm vor einem dummen Fehler bewahrt. Sie sind nur wegen euch noch am Leben. Okay, immerhin. Da haben wir eine Quest abgeschlossen. Und jetzt gehen wir zu den Booten. Der Weg über das Wasser ist am schnellsten. So, ja, wo muss ich dafür jetzt hin? Wahrscheinlich dahin, oder? Würde sich als logisch erweisen. Ah, Lüchen, Sergeant Maurice, grüß dich. Oh, Lüchen, noch ein Horizon Play. Okay, wo sind jetzt hier die Boote? Äh, ich finde mich hier gerade eben nicht zurecht. Ich muss erstmal hier die Karte hindrehen. Ach, da! Lol. Das ist direkt hier. Warte mal, ich will mal die Formation ändern. Das stört mich hier so ein bisschen. Dieses komische Dingensystem hier. Ja, das finde ich ganz gut. Gut. Ich war schon immer der Fan von dieser T-Formation. Mach's gut, Anthony. Schön, dass du da warst. Wir sind noch viel schlimmer, Hera. Wir sind ein Vampir. Ritter. Mit heiliger Vampir-Abstammung. So, lass uns speichern. Mhm. Hier scheint gerade eben sonst nichts zu sein. Wir tun es meinen Weg. Kann ich jetzt wieder aufsetzen? Wehrmögen, Spellen, Poison. Die Kunst der Kiebel sind so divers. Okay, warte mal, das gefällt mir so nicht. Warum bin ich jetzt hinten? Auf einmal bin ich hinten. Okay, ich bin ja eh der Anführer. Kämpft da vorne, meine Minions. Kämpft. Da kann ich mich durchquetschen. Was ist das? Sie sagte, wir müssen durch den Spalt, ne? Wir müssen durch diesen Spalt schlüpfen und schon sind wir drin. Vertraut mir. Ich habe das schon oft gemacht. Also wahrscheinlich wären wir hier in ganz üble Kämpfe gekommen, nehme ich mal an. Ich schaue mich ja trotzdem mal ein bisschen um. Könnte ja sein. Oh. Wissen, Religion. Du hast Ahnung von Religion. Flachieler von Baphomet. Dämonenherrscher, Minotaurinfürst und Fürst des Labyrinths. Okay. Ich schaue mich ja nur um. Hier gibt es Kultisten. Na gut. Pause. Anstürmen. Pause. Anstürmen. Angreifen. Und schießen. Der ist schon down. Okay. Wir sind da schon krass unterwegs, ey. So, unsere ersten Waffen hier. Gläfel Meisterstück. Schriftrolle, leichte Wunden verursachen und ein Kettenhemd. Nehmen wir alles mit. Du kannst es hier knacken mal. Schloss knacken, 90%. Ja. Ich bin hilfreich. Bin ich nicht? Ein Achat. Was ist denn das? Ein Stoßdolch und eine Lederüstung. Nehmen wir beides mit. Nehmen wir alles mit. Also, offensichtlich ist hier unten Regerverkehr. Und da ist eine Falle. Da sehe ich, dass... Ach, hier ist... Hey, das ist ja mal cool. Also, man sieht jetzt, wenn man die Falle erkennt, dass es hier tatsächlich einen Mechanismus gibt. Und ich kann hier die Falle versuchen zu entschärfen. Geschafft. Viel Erfahrung erhalten. Was ist denn das für ein Raum? Hier gibt es auf jeden Fall schon mal irgendwelche Schriftrollen. Ich sammle die jetzt erstmal einfach ein. Können wir später immer noch uns überlegen, was... Ein Kultist mal wieder. Und das scheint ein Geheimgang zu sein. Puff. Eine Brustplatte. Also, hier kriegt man Gläfen ohne Ende. So, das gucke ich mal gerade eben. Als allererstes... Ne, warte mal. Du machst jetzt hier erstmal den Check of Galegion. Egal, voller alter, modriger Bücher. Okay, sie scheint da nichts zu erfahren. Was ist auf Ihrer Meinung? Ich wundere. Und hier gibt es noch mehr Zeug. Hier ein Tjantintel. Das ist irgendwas wertvolles. Nehmen wir alles mit. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Gehen also da ein. Ja, ja, die alten Bücher, ne? Die erkennt, glaube ich, jeder. Super. Und da ist nochmal etwas. Das ist aber keine Falle, so wie es aussieht. Das ist einfach nur, dass hier was zum Looten ist. Das erkennt sie halt. Da ist nochmal eine Tür. Okay, hier sind viele Türen, halten wir das mal fest. Und da beginnt es also auch schon wieder. Komm, wir machen wieder einen Ansturm. Ich finde den Ansturm eigentlich sehr, sehr gut. Äh, du stürmst den da an. Und der Rest geht einfach so drauf. Der erste ist down. Und der zweite auch. Okay. Ich glaube, die belügt uns. Vendrug hält inne und wählt ihre Worte mit Bedacht. Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich hier von Leuten angegriffen werde, die ich kenne. Manchmal sind verschwundene Freunde von mir so wieder aufgetaucht. Sie haben mich nicht mehr erkannt. Jeder versucht, mit ihnen zu reden, war vergeblich. Ihrem Leid ein Ende zu machen, war die einzige Möglichkeit. Sie schnaubt verächtlich, aber es wirkt aufgesetzt. Schwächlinge, geschieht ihnen recht. Ja, sie lügt. Sie lügt ganz offensichtlich. Ja, vielleicht bekommen wir noch einen Sattel oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ihr habt mir nie gesagt, dass es in eurem Labyrinth nur so von Kultisten wimmelt. Das habe ich nicht, weil sie vorher nicht hier waren. Sie sind wohl auf dieselbe Weise hergekommen wie ihr. Sie sind heruntergefallen. Das ergibt irgendwie wenig Sinn. Wahrnehmungswurf erfolgreich. Das Labyrinth sieht nicht so mysteriös aus, wie ihr behauptet habt. Wirkt eher wie ein Zufluchtsort von Kultisten. Ein äußerst gut besuchter Zufluchtsort. Das Labyrinth war schon immer voller Fallen und unterirdischer Monster. Und jetzt tummeln sie sich hier eben auch, die Kultisten. Was kümmert es euch? Vendrug mustert dich mit einem zusammengekniffenen Augen. Ich habe versprochen, euch zur Oberfläche zu geleiten. Und das tue ich auch. Ihr gehört nicht hierher. Gehen wir. Sie dreht sich weg. Und Dankeschön an den lieben, lieben Ixion für fünf verschenkte Abos. Vielen lieben Dank. Die gehen hier an Lord Venundi, Shadow Merlock, Nitram, P9S und Panzerkampfwagen 6. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und schön, dass du dabei bist. So, dala. Gucken wir mal gerade. Da gibt es nämlich noch was zu... Ah, den kann ich untersuchen. Der Boden ist voller Blutflecken. Um sie herum stehen bequeme Bänke und Kissen. Offenbar hat es hier jemand genossen, andere Leiden zu sehen. Beute. Haarballen, Schwanzstachel, Knochenmehl, Elementaressenz. Ich gucke jetzt erstmal, was da ist. Ein Raum. Mit einer Falle. Okay, wir bleiben erstmal hier draußen. Nicht, dass der Gaul irgendwie Scheiß baut. Da scheint die Falle, die Quelle sozusagen zu sein, die das hier auslösen kann. Da. Falle entschärft. Hier gibt es noch mehr Beute. Oh, Feinde. Mädel, du rennst nochmal hier raus. Du bleibst da. Du bleibst hier. Okay, so viel zu dem Thema. Der hält gern schon was aus. Wow. Wow, du hast Gadgete-Hit-Points. Okay, ich habe gerade den Verfehlen geflogen. Du ziehst sie jetzt mal zurück, Mädel. Jetzt lauft er da raus. Äh, sie ist einfach mal zu Boden gegangen, ne? Kann ich da... Nicht irgendetwas machen. Hand auflegen. Okay, das reicht nicht. Ey, sag mal, der besiegt uns hier noch. Was stimmt mit dem nicht? Herausforderung. Ich benutze jetzt einfach mal alles, was ich kann. Jetzt haben wir ihn. Unfassbar, der Typ. Stimmt, ich muss die Waffe wechseln beim Pada. Du hast recht. Ich glaube, ich gehe bei ihr jetzt halt auch auf Fernkampf. Das ist vielleicht gesünder. Die hält nicht so viel aus. Hier gibt es noch einige Waffen, die wir nicht benutzen können. Zwargische Streit-Äxte. Duell-Schwert. Kann nicht benutzt werden. Entfalt-Kater kann auch nicht benutzt werden. Hier gibt es ein Kettenhemd. Rüstungsklasse, Grundrüstungsklasse. Kann von dem Charakter nicht ausgerüstet werden. Warum nicht? Okay, jetzt. Warum kann ich hier keinen Rahmen ziehen? Jetzt kann ich den Rahmen ziehen. Seltsam. So, du kannst es hier einmal heilen. Heilen. Gut. Noch mehr Items. Und was ist das? Lehrlings-Dietrich. Dieser Dietrich gewährt einen Bonus von plus 5 auf Trickwürfe beim Einsatz von Dietrichen. Okay. Muss man das aktiv einsetzen oder werden die passiv eingesetzt? Ich gucke mal gerade eben hier rein. Muss ich die jetzt irgendwie hier reinziehen? Da ist nichts mit dabei. Sie kann hier ein Kettenhemd tragen. Also wir haben jetzt hier den Schuppenpanzer. Rüstung 5. Kettenhemd ist aber schwächer. Rüstung 4. Ein Langspeer. Schwere Armbrust. Zwei. Also ich glaube, wir haben keine Waffe, die uns irgendwie viel bringt. Hallöchen Rhapsody. Grüß dich. Schönen guten Tag. Wir haben noch keine Armee tatsächlich. Also bei der muss ich halt echt aufpassen. Obwohl sie ja nicht eine mega kreise Rüstungsklasse hat. Wegen ihrer hohen Geschicklichkeit. Hat die gerade eben echt übel kassiert. Deswegen will ich, dass sie jetzt erstmal ein bisschen im Hintergrund bleibt. Dann kommt mal hier raus. Hier war ich ja noch gar nicht drin. Speichere jetzt vorsichtshalber nochmal. Was haben wir da? Schön ist. Das Schloss aufbrechen. Dietrich benutzen. Ach, Knacken schafft sie auch so. Ach, so funktioniert es. Okay, es ist ganz von alleine. Es wird dir angeboten, es zu benutzen. Das finde ich cool. Ein weiterer Rapier und ein schwerer Streitkolben-Meisterstück. Wo geht's da hin? Da geht's einfach runterwärts. Ich will aber eigentlich erstmal noch diesen anderen Gang da drüben, also diese Tür hier noch mir näher anschauen. Ja, die hat eine Dex von 19. Das ist krass, ne? Da gibt's nochmal Beute. Bitte Schloss knacken. Das Coole ist, wenn ihr die gesamte Gruppe ausgewählt habt, geht automatisch anscheinend der Charakter, der es am besten kann. Ich bin weg. Da hat's schon wieder welche. Wir machen hier den Sturmangriff. Und du schießt auch auf den da. Da ist auch noch einer. Also die bekommt ganz schön Schaden, ey. Die Geräusche, ey. Lederrüstung, diverseste Waffen. Kurzschwert-Meisterstück. Also das ist ja eindeutig eher so eine Art Basis. Ganz im Ernst. Das ist irgendeine Art von Basis. Und hier haben wir offensichtlich eine Art Falle. Oder Geheimweg. Hier sehen wir schon, dass irgendwie etwas... Besonderes... Ja, schön mal alles einsammeln hier. Das gefällt mir. Ein Langschwörter aus kaltem Eisen. Ich weiß jetzt schon, wer es bekommt. Zack. Wir haben jetzt das Langschwörter aus kaltem Eisen. So ist das gut. Die Spirits guiden mich. Äh, ja, ich benutze den Echtzeitkampf. Genau. Ich fand das vorhin ein bisschen störend, dass ständig von alleine die Pause anging. Bei jeder Gelegenheit. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Da kann ich nochmal irgendwas... Die hier rumlaufen sollen. Gut, wir haben sie entschärft und sie hat keinen Schaden gemacht. Ups. Ups, 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 ups. Ich wollte halt da hinlaufen. Ich sah halt hier die Falle nicht. Da ist auch noch was. Ich hatte nie den Rundenkampf an. Ja, kann ja sein. Aber wie gesagt, ich habe das auch bei Paulus Gate nie gemacht. Ich habe nie eingesehen, warum ich das tun sollte. Okay. Irgendwie sagt mir irgendetwas gerade eben, dass ich da noch nicht hin will. Schauen wir uns dann doch tatsächlich mal hier diesen Weg an. Die Ratte, ja. Warum der Vampir nicht die Plattenrüstung trägt. Äh, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, die Rüstung ist halt um eins besser. Das ist schon richtig. Ich habe die tatsächlich einfach vergessen. Gebe ich zu. Da liegt nochmal was. Oh. Also egal, wo ich hingehe. Hier gibt es sowieso aufs Maul. Hä? Verderbte Mischlinge. Der ist aber schon weg, ey. Und der auch. Aber die haben nicht, die haben keinen Lut. Da gibt es auch noch was. Trankschutz vor Kars. Also bis jetzt brauchen wir keinerlei Tränke oder sowas in der Art. Der Gegner war bis auf diese eine da. Der die Kamelia umgehauen hat. Und ist eigentlich keiner wirklich stark gewesen. Was ist das denn da? Das System von Aquädukten. Das Wasser vom Fluss in die Stadt Canabres leitet wurde bei dem Angriff. Moment. Bei dem Erdleben schwer beschädigt. Da hat es nochmal Gegner. Jetzt gucken wir mal, was da ist. Okay, ich kann die Tür anscheinend nicht öffnen. Oder? Jetzt macht doch die Tür auf. Ach, jetzt geht es auf einmal. Alles looten können wir brauchen. Ja, ja, das bist du, das bist du. Aber niemand mag Angeber. Hier geht es auch weiter runter. Ne, dann gehen wir erstmal die da drüben hauen. Ein Wächter. Okay, die hat schon ordentlich Damage. Sie kann nur anderen Hand auflegen. Ah, sie kann sich aber auch selber die Hand auflegen. Gut. Oh, Manni. Ich glaube, die fällt jetzt gleich um. Glück gehabt. Mehr kann sie es jetzt nicht mehr machen. Auf meinen Weg. Ich glaube, ich sollte mal speichern, weil hin und wieder mal muss man einfach auch mal rasten. Ich versuche das Rasten gerade eben nur herauszuzögern, solange ich kann. Ich werde helfen, wo ich kann. Du brauchst mich. Gut. Die werden immer schlimmer. Gut. Ich probiere es mal echt so, dass ich den einfach jetzt hier selber einfach nur charge. Oh, der hat schon mal gut gesessen. Ich glaube, das ist eine gute Strategie. Ein Ring, nicht identifiziert. Okay, das heißt, den muss ich erstmal nochmal untersuchen. Rasier mal, ist das scharfe Klaue. Eine Reagenz. Okay, ich muss damit ihr hier kurz durchlaufen, damit ihre Wahrnehmung vielleicht irgendetwas entdeckt, falls da was ist. Schauen wir mal, ob wir diesen Ring identifizieren können. Okay, wir können ihn nicht identifizieren, weil wir wahrscheinlich niemanden haben, der genug, gut genug ist. Wobei, wisst ihr was, jetzt bin ich es dann doch immer überlegen, ob ich zu diesen anderen Typen da nochmal gehen will. Kommt mal her. Genau, richtig, Malka. Ich muss reiten, weil ich ansonsten nicht über Wasser, weil ich kann ja nicht über Wasser laufen. Wir haben immer noch das Licht der Engel am Start. So viele Cent. So viel Geld. Du kannst mir vertrauen. Du könntest eigentlich jetzt auch endlich mal kommen, meine Gute. Eigentlich habe ich dich herbefohlen. Ich packe jetzt mal diesen Stab der Heilung hier ins Inventar. Das könnte eine Weile dauern. Na, also, wisst ihr, wenn man auch mal hoch würfelt, wird das auch was. Gut. Jetzt ende ich dann doch noch mal die Formation aufgrund der gegebenen Situation hier. Wir überspeichern das hier. Pause. Ihr schießt den einfach mal in den Haufen. Und du chargst den auch einfach mal gleich mal an. Das war schon mal der erste. Jetzt schießt die auf den da drüben. Du machst den da alle. Okay, die waren schwächer, als sie auch immer waren. Ich war halt ein bisschen nervös, wenn man halt also mehrere Gegner rumstehen sieht. Man weiß ja nicht immer vorher, ob die stark oder schwach sind. Was ist das? Rituelles Becken, gefüllt mit frischem Blut. Mmh, lecker. Der Vampir in uns, ne? Moment, da ist eine Falle drinnen. Kommst du da durch? Yes. Sehr gut. Dann gehen wir mal da gucken, was da drin ist. Okay, das hier sieht sehr, sehr offiziell aus. Sieht auch sehr dämonisch aus. Wir greifen hier an. Ich charge den hier direkt schon mal an. Schadensreduzierung. Du bist dem Gegner Dredge begegnet, der über Schadensreduzierung gefügt. Schadensreduzierung ist ein Attribut, bei dem jeder erlittene Schaden um einen festen Betrag reduziert wird. Also eine zweite Art von Schrüstern. Aber das hat ihnen auch nicht wirklich geholfen. Hier wurden offensichtlich Leute geopfert. Die Leichen nach zu urteilen, die um die rituelle Städte verstreut liegen, ist es dem Kult letztlich doch gelungen, einen Dämon herbeizuzaubern. Kann es sein, dass sie vielleicht ihn hergeholt haben? Den großen, bösen Buben vom Anfang? Schlüssel benötigt, okay. Dann wissen wir immer schon mal, dass wir hier hin müssen. Auch verschlossen. Kannst du das nicht knacken? Okay, also es gibt anscheinend Schlösser, die sind nicht knackbar. Jetzt kann ich mal gucken, jetzt geht er hier noch weiter runter. Genau hier müssen wir hin. Ab in den Keller, genau. Ich will gerade eben mal gucken, wie weit wir eigentlich schon von den XP her sind. Oh, das dauert ja noch lang, okay. Also wir bekommen ständig so ein paar kleine XP, aber die spielen keine Rolle für so ein Level Up. Es geht immer nur um die großen Brocken. Ich komme da nicht durch, shit. Alle zurück, alle zurück. Ihr sollt zurück. Ihr schießt auf die da und du machst ihn da tot. Also er macht ja nie das, was ich ihm sage, ne? Er macht nie das, was ich ihm sage. Er soll den ja angreifen. Das ist so. Schwiert. Okay. Aber wir haben es irgendwie trotzdem geschafft. Oh, habe ich da gerade einen Schlüssel bekommen? Ne, ich weiß es nicht. Irgendwas ist da gerade passiert, aber ich glaube, ich habe gerade einen Schlüssel bekommen, oder? Ne. Das hier, Hostillas Befehle. Befolgt diese einfachen Regeln oder ihr werdet sterben. Erstens stört mich nicht, es sei denn, es ist absolut unabdingbar. Zweitens haltet die Tür zum Schreien mit dem von mir gefertigten Schlüssel verschlossen. Es kümmert mich nicht, wer von euch beiden ihn verwahrt. Meinetwegen könnt ihr euch im Streit darum gegenseitig in Stücke reißen. Wagt es nicht, einen Fuß in die rituelle Kammer zu setzen. Niemals. Haltet die Tür zum unvollendeten Teil des Labyrinths zu allen Zeiten verschlossen. Und nur zur Erinnerung, Schwachkopf. Der Eingang wird über den verborgenen Hebel versiegelt. Die Fackel an der Wand neben der Tür. Die Tür selbst befindet sich in dem Raum mit den Blutflecken, in dem ich mich gelegentlich entspanne. Alles klar. Moment, Info. Unternehmt endlich etwas gegen diesen verdammten Wasserelementar. Macht mit ihm, was ihr wollt, aber sorgt dafür, dass er spätestens morgen verschwunden ist. Findet ein besseres Versteck für das Paladinsschwert von der Oberfläche. Ich kümmere mich später darum. Denkt stets daran, dass euer Leben mir nicht das Geringste bedeutet. Es streiten sich viele, viele Anwärter darum, um Hosellas rechte Hand zu werden. Hosellas. Okay. Ja, allerdings habe ich noch vergessen. Ich kann ja mal gucken. Das ist auf der Karte zu sehen. Also gut, wir wissen jetzt, dass dieser Hebel ganz woanders ist. Dass da oben einfach ein Hebel ist. Nochmal so ein paar Dudes. Anstürmen. Der Gaul ist down. Und ich bin zu Boden gegangen. Fuck. So ein Drecksack. Mein armes, armes Pferd ist down. So, erstmal einsammeln. Und den hier auch. Also ihr seht, ne? Das Gute ist halt, ich halte ja länger durch durch den Gaul. Aber wenn der Gaul halt down geht, dann gehe ich halt erstmal zu Boden. Okay. Hoch. Die Tür ist mit einem starken Schloss verschlossen. Egal mit wie vielen Liter ihr opfert, sie lässt sich nicht öffnen. Glaubt mir, ich habe es versucht. Okay. Ja. Ich konnte gerade nichts machen. Das war ich, bevor ich den Schlüssel gefunden und mir ein paar Kostbarkeiten genommen habe. Ha! Seht nur hinein. Vielleicht findet ihr etwas, was ihr brauchen könnt. Lol. Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht am Anfang gerade eben Items schon mal für alle möglichen Klassen bereitstellen. Weil das war ja in früheren Teilen immer so ein Downer, ne? Dass du halt gefühlt nie irgendwie etwas bekommen hast, was du willst. Hier gibt es nochmal Geld. Das hier können wir knacken mit 95% Chance. Auch nicht jetzt wirklich so viel Geiles dabei gewesen. Hier ist ein Duellschwert aus kaltem Eisen. Exotische Waffe. Eine Streitaxt. Meisterstück eines schweren Streitflegels Streitaxt Rapier. Schuppenpanzer. Ja, es ist irgendwie nicht so viel beeindruckendes dabei gewesen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt gehen wir mal da hin. Da liegt noch Loot rum. Angeblich soll es um 18 Uhr freigeschaltet werden, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich nehme es einfach mal an. Wo liegt denn noch der Loot rum? Ach da! Da ist noch Beute. cool. Ich bin hilfreich, bin ich nicht? da liegt noch was rum. Da liegt noch was rum. Zwei Truhen, die ich komplett übersehen habe. mhm. mhm. Und dann noch da oben. Jetzt bin ich aber dann doch neugierig, nochmal zurückzukehren, einfach nur um zu gucken, was ich da mir nicht geholt habe. Da liegt noch was. Äh, also wo ich gesagt habe, ich soll da links abbiegen und da durchschlüpfen, ne? Wäre interessant. Ah, da. Gewürzmischung. Ich speichere das gerade eben nochmal. Jetzt haben wir erstmal den gesamten Loot geholt. Also bis jetzt ist es auch deutlich einfacher als der erste Teil am Anfang. Der erste Teil am Anfang war bockschwer. Wisst ihr was? Ich gehe mal wirklich hier nochmal ganz kurz zurück. Ich will wissen, ob ich da nochmal durch kann oder ob das jetzt durch ist. Weil hier durften wir nicht weiterlaufen, hat sie gesagt, aber ich wäre interessant zu wissen, was da käme. Im Keller müsste noch was sein, aber was soll da sein? Ne, hier kann man nicht mehr zurück. Okay. Okay. Wir tun es meinen Weg. Ich gucke gerade eben nochmal. Also hier war ja nichts mehr im Keller. Ich habe noch nicht an der Gabel gezogen. Du meinst bei ihm hier drin, oder? Aber eigentlich müsste es ja mir angezeigt werden. Ich drücke ja die ganze Tab. Tab zeigt mir ja an, mit was ich interagieren kann. Und wenn da nichts ist... Also oben müsste ich wahrscheinlich dann an der Gabel ziehen. Aber warte mal, da ist noch was. Ha, doch, da war noch was. Geil. Jetzt geh doch da hin, Mann. Alter Fall, da ist ein großer wasser Elementar. Und bestimmt gar kein Problem. Der auch Schadensreduzierung. Gaul ist... Tod. Ich bin tot. Okay. Ja, ja. Das kann man vergessen. Das kann man vergessen. Das lade ich. Das lade ich. Da ist also tatsächlich mal ein Gegner, den man nicht so ohne weiteres besiegt. Die Frage ist, warum ist der hier? Das ist die einzige Frage, die mich gerade eben bewegt, weil es macht eigentlich keinen Sinn, dass ein Gegner, den man nicht besiegen kann, hier platziert wird. Schauen wir mal. Erstmal alle hier runterkommen. Shadow Mordok, hast du das irgendwie eventuell so in einem Beta- oder Alpha-Test gespielt, dass du das weißt? Jetzt gucke ich hier gerade eben erstmal nochmal, ob nicht hier noch irgendwas ist, aber wie gesagt, hier ist nichts, ne? Gar nichts. Ich versuche jetzt einfach nicht vorbei zu kommen. Ich hoffe, dass er mich nicht sieht. Ähm, ja, also... Stell dich mir gerade schwierig vor. Ich gehe nochmal raus und speichere an der Stelle nochmal drüber, damit ich nicht nochmal hierher laufen muss. Okay, der läuft also rum. Den kann man umgehen. Küche, die nach verbranntem Fett und Knoblauch riecht. Hier wurde ganz offensichtlich Essen in rauen Mengen zubereitet. Und jetzt nochmal einen Ring, den ich jetzt gefunden habe. aber hier ist nichts, woran ich ziehen kann. Hallo, ich bin Luis Dega. Grüß dich. Ich glaube nicht, dass er mich gewonnen hat. Wie soll ich denn irgendetwas, das mich one-hitted besiegen können? Ganz im Ernst. Ich glaube, den soll man einfach umgehen. Ich umgehen. Ich umgehen trotz. Ihr sollt nicht kämpfen, verdammte Axt. Ey, er hört halt null auf mich. Null. Ich kann klicken, wie ich will. Der rennt wie ein Honk auf den Zoo. Moment, das muss ich jetzt mal in der Steuerung ändern, ey. Das kann ja wohl echt nicht sein. Aktiviere die Kamerasäulen. Bitte, Moment. Lä, 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 lä. Das sind Dinge, die regen mich auf. Wenn ich den Gegner nicht umgehen darf. Kreuzzug automatisch. Modus aus. Kampftext. Alle, alle. Schwelle des Todes. Ein. Tote Gefährten stehen nach dem Kopf wieder auf. Negative Effekte beim Ausruhen. Ich weiß nicht, wo das dran steht, dass ich mich, dass der aufhören soll, sich so zu bewegen. Gruppinformationskampf. Der rennt halt, ich kann klicken, wie ich will. Der rennt immer drauf zu. Ich kann ihm nichts sagen, geh nicht in den Kampf. Der rennt drauf zu und ich kann nichts dagegen tun. Und ich aktiviere jetzt mal das hier nochmal. Irgendwann haben wir dieses Mal schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Ich kann noch eine Herausforderung aussprechen. Ach, dafür ist das Ziel jetzt zu nahe, oder wie? Haben wir noch irgendwelche coolen Fähigkeiten? Ich kann noch gar nicht. Ich kann fortschkin- benommen hat auf den zu passen trefferwürfel des ziels zu hoch also es geht nicht göttliche entladung das war der gaul das waren wir ich hab dem halt nicht mal drei viertel da geht sie da völlig unmöglich den zu besiegen ich glaube nicht dass ich den besiegen kann gerade eben das ist einfach zu krass was der herauszimmert ich schleiche mit ihr rein und dann soll sie das zeug einfach raus plündern dieses mal habe ich den würfelwurf gar nicht geschafft muss ich dafür da rein es ist einfach dieses mal mehr einfach nur pech gewesen jetzt ist schon wieder kampf das darf doch wohl nicht wahr sein okay ja ich muss heimlichkeit verwenden ich war es bloß nicht gewöhnt es zu benutzen also benutzen wir heimlichkeits an ihr meint ein wanderer expekt meistert dann schleichen wir mal ein bisschen und dieses mal entdecken wir es nicht es ist schon frustrierend wenn man es nicht entdeckt wieder entdeckt ok ich gehe einfach nicht mehr rein also ich wurde es gerade eben entdeckt trotz heimlichkeit ja ich weiß dass er mich entdeckt hat letzter versuch letzter versuch also ganz im ernst es ist halt bis jetzt einfach so völlig egal ob ich schleiche oder nicht entdeckt mich es ist einfach dieselbe distanz ne wir gehen hier weg tränke baffen mit schriftrollen und zaubern gib ihr den brief was ein brief soll ich hier geben sie hat doch ich kann den brief nicht geben schriftrolle teilweise genesung wo wir haben ich habe auch nicht so viel ne trank schild des glaubens dieser zauber hüllt das ziel einen schimmernd magischen feld angriffe ablenkt dieser zauber gewährt dem ziel eine ablenkung bonus von plus zwei auf die rüstungsklasse vielleicht könnten wir das probieren trank schild des glaubens personen vergrößern ne das würde ja nur die stärke erhöhen würde ich mir schaden machen schutz vor chaos sind diese viecher chaos schwere wunden verursachen damit könnte man heilen rindenhaut das ist auch gut bärenausdauer mehr konstitution personen verkleinern mehr bonus auf geschicklichkeit aber weniger schaden was ist das hier schriftrolle bullenstärke teilweise genesung das bringt mir nichts ich habe ja echt nicht so viel hey der fritze grüß dich schön dass du da bist danke dir also ich packe jetzt mal diese beiden heil möglichkeiten für mich da rein wir speichern jetzt mal ja das spiel geht es gehört ja dazu dass man solche sachen auch auf diese art und weise versucht zu lösen das problem ist halt dass ich jetzt schon ein bisschen angehittet bin wir gehen es auf jeden fall schon mal hierhin und jetzt nehmen wir schon mal sachen ein bärenausdauer schild des glaubens und ich stürme ihn an wir probieren es jetzt einfach mal natürlich ist die noch draußen und das ist die noch auf jeden Fall doch että ja 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 das bringt nichts leute wir haben nicht den hauch einer chance nicht den hauch wir können den nicht besiegen so wie wir gerade eben drauf sind das ist völlig unmöglich mit allem was ich habe der haut uns einfach 20 schaden rein und es ist vorbei es ist nicht möglich du meinst es liegt wirklich im echtzeitmodus ich kann ich bin auch bereit dazu den anderen modus noch mal zu probieren gucken wir mal spieleinstellungen wo finde ich den echtzeitmodus ist er bei schwierigkeit oder bei spieleinstellungen verteilt das pferd hat weniger hit points es wird auch mit einem schlag sterben das pferd ist nach seinem treffer bei minus 24 hit points der schlägt für bis zu 30 schaden zu ich habe nicht genug stand ist wenn ihr meine rüstung einmal umgeht nicht dauern also ich denke es bringt nichts jetzt hier gerade eben noch rum zu machen vielleicht können wir später noch mal zu ja ja wir gehen jetzt erstmal da hoch denn hier gibt es einen hebel den wir drehen müssen ich glaube das macht mehr sinn aber ich kann ja mal beim menü unten links genau im spielmenü ach hier okay das hier ich habe es mal angeklickt okay dann bin ich mal gespannt wie das abläuft ich bin aber mal gespannt wie das abläuft dann aber auch noch mal kurz was trinken ich krieg schon ganz trockene zunge hier vom geblubber also ich könnte das pferd jetzt natürlich heilen aber ich könnte auch einfach mal rasten kommen wir rasten einfach mal und jetzt ja lager ich so klar schutzrituale macht sie nachtwache macht sie tarnung sie aber sie ist eigentlich am besten darin jetzt einfach schlagt schlägt sie alarm genau ach schicht 2 ok ja bin ja bloß noch ich übrig ne für die empfohlene zeit ausruhen vor der ausruhen heilzauber und fähigkeiten einsetzen ja dann gucken wir mal ruhepause beginn gleich mal anzicke gleich mal anzicke so schutzrituale 18 plus 6 schutzzauber und rituale schwächen das wachstum der verderbnis können es jedoch nicht vollständig aufheben einfluss der verderbnis geschwächt der sperr des trupps hahn das lager durch die wahrscheinlichkeit eines überraschungsangriffs sinkt das hat bis jetzt geklappt ohne zwischenfall so das war es wohl jetzt kann ich das hier aktivieren und erst mal hier wieder zurücklaufen ich tue das mal da drüben mit ne aufsitzen wir speichern nochmal wie gesagt wir können nachher nochmal versuchen da hinzulaufen sofern das spiel nicht der meinung ist dass wir da nicht mehr hin dürfen aber ich möchte jetzt erstmal gucken ob wir hier noch vielleicht irgendetwas haben weil manchmal ist es ein level up der der den unterschied macht da ist doch irgendwas kleine falle du kannst mich jetzt was ist das ja die 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 was ist da drinnen we do it my way wieder die hand von ich glaube das ist ein härterer kampf also gut wir greifen jetzt hier an ich stürme wie immer da volle kanne druff warte mal man hätte auch theoretisch den defensiven kampf anmachen können bei dem vieh das können wir nachher nochmal probieren vielleicht ändert das was ist ja so ein bisschen was er ist das mit dem basierter kampf ankommen die 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 Okay, ey, das ist ja geil. Cool. Ey, okay, dieses Spiel ist gerade so viel besser geworden. Noch so viel besser. Ist das genial. Aus irgendeinem Grund schießt sie nicht. Dann gehen wir mal da hin, Mädel. Ach, der ist vielleicht schon tot oder so? Was ist da jetzt los? Ach, ich muss den Turn einfach beenden. Okay, das ist mega krass, ey. Mein armer Gaul. Das fährt so. Wie geil, ey. Herausforderung. Okay, also der Kampf ist so richtig, richtig geil. Und jetzt kann ich einfach hier so stehen bleiben. Und schieße hier wieder so. Mit Leertaste gehe ich in den nächsten. Okay, also ohne Witz. Jetzt hat das Spiel eine Stärke entwickelt, die ich fantastisch finde. Ich kannte das noch nicht. Eine Lederrüstung, leichtes Streitkolben und jede Menge Wunden verursachen. Das ist genau das, was wir brauchen. Und da ist der Brief. Den lesen wir doch gleich schon mal. Ach, das ist derselbe Brief. Okay, wir nehmen ihn trotzdem. Die Leichen der Erbauer des Labyrinths liegen dort, wo die vom Erdbeam eingeschützten Elementare sie getötet haben. Die Werkzeuge der Erbauer liegen neben den Leichen verstreut. Follow if you dare. Oh, dann sind sie. Nein. Ich habe auch damals einen Livestream gemacht und keiner hat mir verraten, dass es diesen Modus gibt, weil ich kenne das nicht. Ich bin halt von Bordel's Gate sowas nicht gewöhnt. Ohne Witz, ich kannte das nicht. Aber ich finde es mega. Das ändert ja alles. Ist ja voll geil. Das ist ja viel mehr Übersicht dadurch. Ich lasse den Gaul mal Gaul sein. Ich bin auf. Angriff. Mach dich bereit zum Kampf. Das ist mega gut. Die Indie ist die höchste, wie wir sehen. Hat verfehlt. Du kannst auf den da hinten schießen. Ja, du musst erstmal irgendwie eine Line of Sight bekommen. Also so im Moment hat es einen leichten Nachteil, vor allem weil es der Gaul wieder down ist. Danebengeschossen. Danebengeschossen. Aufstehen bitte. Hä? Okay, wie man aufsteht. Wie man aufsteht, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Weil ich habe geklickt und es ist nichts passiert. Okay, wir sind jetzt schon down. Das sind die Nächsten, die ein Problem darstellen. Lauf mal dahin und jetzt schießt. Jetzt haben sie mich sogar getötet. Ach komm, ey. Jetzt geht's los hier. Okay. Ich hätte einfach drauf schießen sollen und dann draußen warten. Ich bin weg. Dieses Mal entdeckt sie die Falle nicht. Das sind die beiden verschiedenen Typen. Warum macht ihr das hier nicht auf? Also manchmal. Die Steuerung ist gerade kaputt. Jetzt. Manchmal ist die Steuerung weird. Ja, ja, ja. Es hat schon begonnen. Du rennst jetzt da rein. Und schießt. Also gut, ich feiere diesen rundenbasierenden Kampf echt hart, ey. Also das ist jetzt echt gut. Voll daneben geholzt. Anstürmen. Ohohoho, das war's schon mit dem. Das hat ihm seine göttliche Gunst hier gerade eben nicht geholfen, so wie es aussieht. Was immer das gerade war, es war widerlich. Und gewonnen. Na gut. Also gut, wir flühen mal wieder erstmal alles. Und dieses Mal werden wir diesen Kampf ein bisschen anders angehen. Kennt das Spiel eigentlich einen Quick-Safe-Button? Dass ich nicht immer hier rein muss? Ja, das Spiel ist anscheinend bei euch jetzt auch da. Der Kampf beginnt, okay. Ich positioniere mich schon mal da ein. Ey, warum ist der Baran so früh dran? Scheiße. Schieß drauf, komm. Die Licht, ich nehme dich! Du musst da... Ey, warum kann sie nur da reinrennen? Was ist... Was ist... Hä? Ich lade doch mal. Warum... Ich wollte mit ihr eigentlich wieder zurückrennen. Ich verstehe gerade eben nicht, was in dieser Tür gerade eben das Problem ist. Also gut, ich stelle euch hier schon mal so ein bisschen auf, Mädels. Ich kann ja tatsächlich schießen, wie ich gerade eben sehe. Also gehe ich da hin. So muss man den Pullen. Äh, du wartest hier einfach. Du gehst schon mal dahin. Und wartest. Du wartest. Und du rennst hier mal weg. Jetzt ist die Initiative eine komplett andere. Die sollen jetzt endlich mal kommen. Äh, der Kampf ist beendet. Das ist... Weird. Dann geht doch du auch mal dahin. Vielleicht kannst du den auch beschießen. Ich habe aber nicht vor, da jetzt reinzurennen. Ich kann auch gar nicht durch diese... Ach, wisst ihr, was der Witz in der ganzen Sache ist? Man kann in einem Kampf nicht durch die Tür? Das wäre aber ein bisschen broken. Okay, der kommt jetzt. Die können nicht durch diese Tür... Schieß doch auf den. Kann sie nicht. Eine sehr seltsame Situation hier gerade eben. Aber diese Stelle ist ein bisschen komisch. Ich greife jetzt ihn einfach mal an. Hä? Jetzt? Streik! Nee, die Tür ist ja offen. Ich habe ja durchgeschossen. Die Licht! Take you! Ich habe ja durchgeschossen. Jetzt treffe ich endlich mal. Okay. Ich glaube, diese Stelle ist ein bisschen verbuggt. Weil ich kann im Nahkampf überhaupt nichts machen. Das ist seltsam, was hier gerade passiert. Ja, aber ich kann mich gerade nicht mal bewegen. Also, es ist eindeutig verbuggt. Seht ihr, was hier los ist? Ich kann doch keine Fähigkeit einsetzen. Ich sitze mal von meinem Gaul ab. Ich versuche, das jetzt einfach durchzuschleichen. Also so, dass ich halt angreifen kann. Weil es geht ja nicht anders. Wenn die jetzt wieder ganz am Anfang dran sind, dann ist es wieder alles von Arsch. Daneben. Ja, der fährt, bleibt da einfach. Der haut halt rein, ey. Der haut halt rein, ey. Okay, ich wollte es hier als allererstes mal... Moment, dass sie wieder zu... ...den Trank hier nehmen. Hat ja voll viel gebracht. Dem konnte ich ja nicht mitgeben. Stimmt, es dauert nicht weiter, bis der Zauber durch ist. Vergesse ich immer wieder. Und wieder treffen wir nix. Der ist schon halb down jetzt. Ach so, funktioniert das. Jetzt habe ich versehentlich den Schaden verursachen auf den angewendet. Okay. Statt zu heilen. Autsch. Autsch. Okay, einen haben wir down. Das hat mal geklappt. Das war nicht viel Schaden. Aber ich kann jetzt hinter ihn laufen. Kumpis. Oder auch nicht. Super, er hat einen Passierschlag bekommen, wie es aussieht oder sowas in der Art. Also das mit dem Rundenbasierenden Kampf ist echt ein bisschen seltsam noch. Ein bisschen. So ein bisschen seltsam ist es. Getroffen. Wir liegen da. Du wechselst jetzt am besten deine Waffe. Treffer. Nicht getroffen. Gut. Ich schiebe den Gaul jetzt einfach ran. Zum Angreifen. Nee, geht nicht. Der Gaul blockt hier. Ich bin hier immer noch am Boden rumliegend. Okay. Fuck my life. Dann können wir jetzt erstmal hier looten. alle häuten, alles einsammeln. Well. Ich krebe. Ich will helfen, wo ich kann. Oh, warte mal. Ich hebe die Voice of the Spirits. Das hat trotzdem geklappt. Ein Bastardschwert. Also, es ist auf jeden Fall schwer. Aber das wird ja viele wahrscheinlich sogar freuen. Jetzt habe ich wegen diesem Bastardschwert hier diesen Aufriss gemacht. Und wir sind auch offiziell überlastet. Das ist natürlich nicht so günstig. Und jetzt kommen wir noch zu dem da. Ja, das in dem Gelegenheitsangriff habe ich gerade eben gemerkt. Bloß ich dachte eigentlich, ich laufe einfach hinter ihn. Weil ich bin ja dann immer noch mit ihm im Kampf. Aber so darf man wohl nicht denken. Wie ich gerade festgestellt habe. So, Sattel mal wieder auf. Oh, ich weiß nicht. Ich wette, dass dieser Gaul jetzt schon wieder rumbackt. Da habe ich getroffen. Gut, du gehst einfach mal da oben hin und bleibst da. Du rennst jetzt da hin. Du hast den auch getroffen. Wir schießen einfach weiter hin. Oh oh. Haut daneben gut. Mach den jetzt hier mal weg. Auch gut getroffen. Jetzt ist sie wieder dran. Ich glaube, sie wechselt jetzt wieder zur Nahkampfwaffe. Ist die sick, ey. Okay, das war jetzt relativ einfach. So, schönen Spratz gemacht. Da gibt es doch sicherlich auch noch mal irgendeine Falle. Oder auch nicht. Immerhin bekomme ich hier jede Menge Schriftrollen Wunden verursachen. Äh, ob man Charaktere benennen kann. Also seinen eigenen... Ja, und den Gaul auch. Sie nicht. Äh, das sind Named-Charaktere. Also, ich hätte nie gesehen, dass ich die jemals hätte benennen können. So, mal 07, komm. Hallo, Lehans, grüß dich. Oh, äh, Minecraft Drake, du hättest diese 1000 Punkte jetzt gerade eben nicht ausgeben müssen. Du hättest einfach nur eine Frage stellen können. Ähm, diese 1000 Punkte sind normalerweise dafür da, dass man, also wenn es, wenn es ein Spiel ist, dass ich Spiele, wo man Charaktere benennen kann, dann darfst du damit quasi bestimmen, wie der Charakter heißt, solange dieser Name innerhalb der Twitch-Normregeln bleibt. Vielleicht kann Hansi dir zurückgeben, wo er gerade eben wieder da ist. Das müsste der eigentlich können. Oder Zauberer vielleicht, falls Zauberer da ist. Ach, du Scheiße! Ja, also, äh, gucken wir mal, was da los ist. Der hat so meine Falle. Ich bin los. Was ist in deinem Geist? Ich wundere. Mal wegmachen, die Falle, bevor wir sie tatsächlich entdecken, ne? Äh, 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 entdecken, ne? Ich mache, was ich muss. Also, ohne Witz, wo wir hier gelandet sind, ist ja nicht gerade das Zuckerbäckerland, ne? Und wer ist das? Keine Ahnung. Ich brenne ihm auf jeden Fall eine aufs Feld. Es ist einfach so ein Champion, oder was auch immer das ist. Feuer! Da kommt noch einer. Daneben! Du Versagerin! So, guten Abend. Hey, Hans, grüß dich. So, angestimmt. So, wie hat ich das Pferd bekommen? Bitte was? Welchen Namen hat das Pferd eigentlich bekommen? Äh, das heißt Hossi Rosinante. So, sie können dir bitte zuschlagen. Ach, ich bin ja immer noch im... Falsche Waffe, falsche Waffe, falsche Waffe. Du sollst da nicht hinrennen, du sollst die Waffe wechseln. Die Steuerung ist, äh, im Termin, echt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sprech' ne Herausforderung gegen ihn aus. Dann mach' ich nämlich extra Damage. Aber im Grunde mag ich diesen Turn-Based-Modus. Scheinhalb ist vom klassischen, ne? Also vom richtigen Pen & Paper. Ja, und man hat deutlich mehr Überblick, das ist schon richtig. Ich stürme nochmal an. Okay, der Weg ist blockiert. Down it goes. Ja, genau, Kai. Wir hetzen den Erdelementar auf den Bars-Elementar, dann haben wir ein Schlamm-Elementar. Sehr, sehr schön. Ich glaube, der Plan basiert aber auf der Kooperation von mindestens einem der beiden. Ich glaube, hier ist ein Rätsel. Oder? Was ist das hier? Ich speichere mal vorsichtshalb. Also es scheint so zu sein, dass hier irgendeine Art Rätsel ist. Was passiert, wenn ich jetzt... Erstmal soll ich heilen, glaube ich. Ich hab das Falsche gegeben, Mom. Okay. Das war wohl falsch. Ich lese diesen Brief nochmal. Vielleicht steht da nochmal ein Hinweis drin. Nee, ich denke daran, äh... Halte ich den Labyrinth vor allem verschlossen. Denken erinnern und Schwachkopf, bla 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 bla... Nee, hier steht nichts. Du weißt, wo die Lösung des Rätsels ist. Also ich habe so das Gefühl, das könnte natürlich auch ein... Ein, äh... Oh, ich habe noch Loot, den ich hier nicht mitgenommen habe, wie mir scheint. Ah, okay, das ist natürlich geil. Das gucken wir uns gleich mal an. Im großen Saal hing ein... Äh, hingen Bilder in der Wand mit farblichem Rahmen. Da wäre ich jetzt nie draufgekommen, aber... Jetzt weiß ich immer, dass ich auf sowas achten muss in diesem Spiel. Warum öffnest du das nicht? Ich habe alle Leute ausgewählt. Keiner öffnet das Ding. Also hier demnach, ne? Muss ein anderer Saal sein. Grün... Blau... Rot... Gelb. Also grün, gelb, blau, rot. Grün, gelb... Blau, rot. Grün, gelb, blau, rot. Nicht die, aber die sind doch farbig. Meinst hier, oder? Ähm... Das sind aber dieselben. Teilweise. Ach, die hier. Ne, die sind aber auch dieselben. Ich denke, dass es grün, gelb, blau, rot ist. Dann hast du dein Herz für mich. Was ist in deinem Geist? Oder auch nicht. Also es ist dann noch viel schwerer als gedacht, weil es halt sehr viele sind, also... Na ja, einfach durchprobieren. Sind hier nur 256 Kombinationen. Genau, warte mal. Gelb, blau, rot, grün. Ne, warte mal. Es ist aber hier kein grün. Gelb. Das sind so viele Bilder. Gelb, grün, rot. Aber hier ist auch noch mal rot. Die Rahmen waren bunt irgendwo. Okay, ich gucke mal, wo die Rahmen sind. Also, vor allem, wenn es auch noch die Rahmen sind. Jetzt geht's los, Leute. Wie soll ich denn das erkennen? Das ist übrigens noch eine Tür, die ich nie geöffnet habe. Das stelle ich gerade fest. Ich komme auf jeden Fall mit ihm nochmal hoch. Ich sehe wahrscheinlich auch mehr. Also, hier sind keine bunten Rahmen. Geht doch da rein, ey. Das wird schnell sein. Zum Glück sind alle anderen woanders. Super! 1000 Jahre später! Lauft! Okay, ich sehe, das hat auf jeden Fall seine Schwächen, das so und so machen, die Leute so zu trennen. Große Preisfrage ist halt, ob ich es jetzt halt schaffe, die alleine zu besiegen, ne? Also, ich habe auf jeden Fall getroffen. Er hat mein Pferd getroffen, die Sau. Und schon wieder. Ganz ernst, ich lasse euch einfach da, wo ihr seid. Das bringt überhaupt nichts. Bis ihr da seid, ist Weihnachten. Das war der Gaul. Ich falle vom Gaul. So, wie stehe ich auf? Wie stehe ich auf? Ich habe keine Ahnung, wie man aufsteht. Da steht dran, aufstehen. Aber das Spiel sagt mir nicht wie. Okay, ich muss irgendwo hinlaufen. Dann geht das. Das wird kürzen! Ja, aufstehen ist eine Sache, die normalerweise Bewegung kostet deshalb. Ja, ja, aber ich hätte gedacht, ich klicke da halt drauf und dann stehe ich auf. Aber es ist nicht so. Ich muss also irgendwo weglaufen. Und ich habe absichtlich erst nicht weglaufen wollen, weil ich Angst hatte, dass er nicht weglaufe, dass er das gleich tut und ich dann einen Passierschlag kassiere. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich das nicht gemacht. Okay. Ich werde eh gleich laden. Ja. So viel zu dem Thema. Wir haben ja also nochmal Leute übersehen. Zudem werden wir mal gemeinsam hinlaufen. Dem Pferd geht es gut, genau. Okay, also wir gehen hier nochmal hoch. Wo ist der Raum, von dem Kai spricht? Wenn wir uns nicht einfach nach hierher gehen. Dann werden wir算 dann wieder loswerden. Was haben wir noch nicht? Danke. Ja, bitte. Oh, das ist das Polkam. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, nee. Ich meine, wir sind in den allerersten Raum hier. Das ist der hier. Da sind aber überhaupt keine Bilder. Oder Rahmen. Der zweite Raum hier. Da sind auch keine Bilder. Jetzt sind wir hier schon im dritten. Bleibt doch da, Leute. Dann haben wir hier den ersten Raum, in dem Bilder sind. Jetzt haben wir nochmal was entdeckt. Geil. Es hat sich also gelohnt, nochmal zurückzukommen. Hier sind aber nur zwei Bilder, aber haben keinen farbigen Rahmen. Dann ist es das erste, was da ist. Dieser Raum hier. Aber diese beiden Bilder sind halt die gleichen. Wobei sie nicht exakt gleich beleuchtet sind. Das hier sorgt dafür, dass das hier ein bisschen dunkler wird. Es könnte also grün sein. Wäre ja aber irgendwie schräg. Das ist einfach so, dass wir dieselben Bilder. Es kann auch sonst eine Farbe doppelt kommen. Nee, das konnte ich nicht klicken. Echt nicht? Ich sage so aus, dass man doppelt wählen. Dann werde ich das gleich nochmal probieren. Ansonsten geht es hier nur noch in den Keller runter. Und das ist jetzt hier wieder dieser lustige Raum mit den bösen, bösen Dudes da drin. Also wir speichern nochmal drüber. Das sind aber auch wieder stärkere Gegner. Der arme Gaule, ey. Es ist halt mal wieder geil, ne? Die sind halt wieder als erstes dran. Und gleich sogar zweimal. Ist klar. Ja, ihr dürft halt alle 15 Mal, bevor ich einmal darf. Alles klar. Fernkampf. Äh, bedrohliche Darbietung mache ich jetzt einfach mal. Warum? Warum? Ey, ich will das doch gar nicht, dass das hier so groß ist. Ich verstehe das nicht. Du kannst jetzt hier noch reinkommen. Und erstmal verfehlen. Gut. Ja, ihr verfehlt alle hier echt wie die Profis. Ey, das könnt ihr. Also ich glaube, das ist kein Normaler. Auch wenn der Normaler aussieht. Ich treffe ihn einfach nicht. Ich versuche es, den da hinten wegzumachen. Wir treffen halt original nichts, ne? Die Bewegung ist echt knifflig hier so. Okay, der ist down. Ein Schuss und er war auf einmal down. Au. Aber den treffen wir einfach nicht. Hallöchen, Akarak. Und schönen guten Abend an Destroyer. Herzlich willkommen. Tja. Wen habe ich denn jetzt? Ach, ich muss wieder aufstehen. Ja, ja, ja. Aufstehen. Und hauen. Aber wenn wir mal treffen, dann richtig. Ich wechsle die Waffe und tue ihm weh. Zweimal Nahkampf ist doch schon mal gut. Autsch. Ihr könnt ihn halt auch mal treffen. Wisst ihr, dann wäre der Typ schon längst mal down. Oh, ein Schaden gemacht. Und er trifft halt ständig. Er trifft halt ständig. Und wir halt nicht. Oh Gott, ey, was sind wir für Boons? Der haut uns noch um. Der lebt immer noch. Boah, meine Güte. Aber es gibt ja einen Bug, wie ihr seht. Ich schwebe jetzt hier gerade eben über den Dingen. Seitdem ich von meinem Gaul runtergehauen wurde. Das ist seltsam. Naja, erst mal hoch. Einfach so ein Streitflegel. Schweres Schild des Baphomet-Kultisten. Schuppenpanzer. Ich will dich zurück. Gibt es noch mehr Zeug zum Einsammeln. Ufft, uff, 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 uff. Also wir gehen das jetzt hier nochmal durch. Das einzige Bild. Also wir haben ja schon gelernt, dass es das hier nicht ist. Grün, blau, rot, blau. Könnte es natürlich auch sein. Und dann kommen halt schon keine Bilder mehr. Das ist der Dämonenraum. Da sind keine Bilder drin. Gucken wir mal, ob das gelb, blau, rot, gelb ist. Oh, warte mal. Da ist noch was, was ich noch nicht gelootet habe. Die Gäste hattest du schon gelootet. Musstest du dann nur laden. Japp. Kam mir gerade auch der Gedanke, dass das vielleicht was miteinander zu tun hat. So. Wieder speichern. Jetzt wo wir gerade eben hier sind. Also wir machen gelb. Blau. Stimmt, man kann mehrere nehmen. Rot. Gelb. Es war so, wie Hans gesagt hat. Zweimal dieselbe Farbe. Und diese Bilder waren es. Weil es waren die einzigen Bilder, die anders waren. Okay. Wir haben das Rätsel. Lösung. Aber Kai hat mich auf die Idee gebracht, noch den Bildern zu gucken. Dankeschön. Naja, besser als rumprobieren. Die paar 200 Dinger durch. Das stimmt. Okay. Sela musste das Schwert ganz genau, obwohl du selbst nichts besonders erkennen kannst. Augenblick. Ist das... Nein, das kann nicht sein. Ihre Augen beginnen zu strahlen. Dieses Heft kenne ich. Diese Klinge ist Glanz. Das Schwert der mächtigen Janiel. Aber es sollte sich eigentlich in Estroths Turm befinden, mit all den anderen Relikten. Zumindest habe ich das gehört. Nun ja, gewiss muss dieses Stück rostiges Metall eben jenes Schwert sein. Camilla verdreht die Augen. Ich denke, ich denke, ihr wünscht euch lediglich, dass dies das sagenumwobene Schwert ist. Es gibt eine Tiefmein dafür. Glanz. Ihr begreift das nicht. Ich habe dieses Schwert hunderte Male gesehen. Auf Gemälden und in den Händen von Janiels Statue. Ich hatte sogar schon überlegt, das Estrothen Museum zu besuchen, um das echte Schwert mit eigenen Augen zu sehen. Wie ist es hierher gekommen? Wer ist diese Janiel? Nein, ihr habt noch nie von Janiel gehört? Sie ist in ganz Skolarion eine Berühmtheit. Ja, ich bin nicht von hier. Sie war eine großartige Frau. Sie stammte aus Mendef. Nun, als der Kreuzzug begann, konnte sie nicht einfach untätig herumsitzen. Sie widmete ihr Leben dem Kreuzzug. Es heißt, sie sei kühn und entschlossen gewesen. Sie rannte stets als Erste in die Schlacht und opferte niemals das Leben anderer für einen taktischen Vorteil. Dann hat sie aber viele Schlachten verloren, oder? Weil es ist häufig leider nicht anders möglich. So erinnert man sich an sie als unglaubliche Kriegerin, in der das Feuer des rechtschaffenden Zornes brannte. In allen Darstellungen, die von ihr existieren, sieht sie aus, als sei sie in der Lage, ganz alleine Dämonen zurück in den Abyss zu drängen. Doch dann geschah etwas zwischen ihr und ihren Befehlshabern. Vielleicht beneideten sie sie. Vielleicht war es auch mehr. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, sie ging ohne ihre Kameraden in die Weltenwunde. Und sie überlebte nicht nur, sondern rettete dort sogar Kreuzfahrer und führte sie zurück. Ist das zu glauben? Also in Anbetretung unseres Charakters? Nein. Nein. Sie starb, wie sie gelebt hatte. Voller Stolz. Sie war eine von jenen, die Dresen bis zum bitteren Ende verteidigte. Dort ließ sie ihr Leben. Sela verzieht das Gesicht. Versteht mich nicht falsch, aber ich hoffe wirklich, dass sie an einem schnellen Heldentod gestorben ist. Denn wenn nicht, dann heißt das, dass sie gefangen genommen wurde und unvorstellbare Qualen erleiden musste. Das würde ich niemandem wünschen. Okay, und was ist an diesem Schwert so besonders? Ja, sie verzieht wieder ihr Gesicht. Das kann sie anscheinend sehr, sehr gut. Nun ja, im Grunde nichts. Aber dieses Schwert war seinerzeit legendär. Es heißt, wenn Yendiel das Schwert in den Händen hielt, habe die Klinge strahlend hell zu glänzen begonnen und Dämonen um Dämonen gerichtet. Soldaten konnten Glanz aus der Ferne strahlen sehen, was ihnen Mut schenkte, sich ins Gefecht zu stürzen und dies zu gewinnen. Aber ich weiß nicht, was dem Schwert nun fehlt oder wie man seine Macht wiederherstellen kann. Ich spüre nur, dass sie es geschändet haben. Ihr fühlt mit einem Gegenstand? Erstaunlich. Sind alle Palandine so sanftmütig und empfindsam? Empfindsam? Ja, in gewisser Weise. Wir spüren das Böse sehr stark und alles, was von Dämonen berührt wurde. Glanz befand sich in bösen Händen und als Paladin kann ich euch sagen, dass sie nichts Gutes damit angestellt haben. Okay, ihr wisst viel über Yendiel. Ihr verehrt sie richtiggehend, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Sie lacht. Ich habe mich schon immer mit Yendiel verbunden gefühlt. Ich weiß, wie es ist, nicht das zu sein, was man in den Augen seines Befehlshabers sein sollte. Wann immer ich unter Druck stand, habe ich an Yendiel gedacht. Manchmal mag ich nicht gefallen haben, wie sie, äh was, manchen mag es nicht gefallen haben, wie sie war. Aber für jene, die sie aus der Weltenwunde gezerrt hat, war sie perfekt. Und für jene, die sie auf dem Schlachtfeld gerettet hat, war sie unglaublich. Und für jene, die ihr Andenken am Leben halten, ist sie eine Heldin. Nur das zählt. Okay, wie kann ich ein unschätzbar wertvolles Relikt hier unten, wie kann es dort landen? Yendiel ist verschwunden, doch sieht, wie doch ein Wunder wurde Glanz aus der Schlacht gerettet. Niemand sonst hat das Schwert je geführt. Es ist Yendiels Klinge und wird es für immer bleiben. Daher wurde es mit dem anderen Relikten für Kreuzfahrer in Estroths Turm gebracht. Dort, äh, doch nun scheint es, als habe es jemanden, als habe es jemand gestohlen. Sie lacht wieder. Ich habe das eigenartige Gefühl, als würde ich einen Kriegskameraden aus einem Verlies retten. Wir können es nicht einfach liegen lassen, auch wenn es, äh, uns nichts nutzt. Hier unten nutzt es niemanden, aber, was, wenn es sich reparieren lässt? Ja, das wäre das Beste. Okay, jetzt gehen wir erstmal da rein. Haben wir es jetzt genommen? Da ist es. Glanz. Langschwert. 1W plus 8. Schaden. 5 bis 12 in ausgerüstet. Eigenschaften. Meisterstück. Kaltes Eisen. Ist also schon mal ein ziemlich geiles Item. Einfach mal in die Hand nehmen und sich wohlfühlen. Dann bekommst du jetzt ja auch nochmal so ein Schwert aus kaltem Eisen. So, ich nehme es mal, ne? Ich glaube, du schmachtest einfach zu sehr nach dem Schwert, Mädel. Das ist sicherlich nicht gut für dich und für alle anderen auch nicht. Nochmal ein krummen Säbel und nochmal ein paar Heilungsmöglichkeiten und Schadensmöglichkeiten. Gut, wir haben also dieses Item jetzt auch. Jetzt kommen wir aber langsam aber sicher in diese Zwickmühle, dass ich mich fragen muss. Ne, warte mal, hier ist das Inventar. Wie kommen wir hier weiter? Okay, wir haben jetzt 20 von diesen leichte Wunden verursachen Scrolls. Jetzt wird erstmal Heilung gesprochen. Ach, das hat sie ja schon benutzt. Immerhin. Wir müssen noch mal mehr von den Dingern hier reinnehmen. Der Gaul braucht ja auch noch mal eine Heilung. Oder zwei. Ah, okay, dann ist es wahrscheinlich beschädigt. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, dass Ausrüstung beschädigt sein kann. Ja, das würde es erklären. Hier steht aber nichts. Nee, das war glaube ich nur, dass der Charakter, der das aufgehoben hat, der kann das nicht benutzen. Meistersche Kaltes Eisen, Umgangsgruppe Krieg. Das ist keine Einschränkung, dass ich das jetzt nicht tragen kann. Paladin hat ein rotes Ausrufezeichen. Warte, ich gucke mal gerade eben. Nö, bei ihr ist das, ich kann es jetzt auch ihr geben. Keine Ahnung. Ach, die Rüstung des Paladins. Ach so. Nee, hier gibt es eine entscheidende nicht kumulative Boni. Die Rüstungsarmschienen funktionieren hier anscheinend nicht zusammen. Das ist das Thema. Das geht auch nicht zusammen. Okay, seit wann gehen den Rüstungen nicht mit sowas zusammen. Okay, diese Rüstungsarmschienen sind anscheinend wirklich nur für Caster-Klassen. Von denen haben wir aber einfach keine. Und hier? Genau das gleiche. Okay. Soviel dazu. Wir speichern nochmal. Oder Monks, ja, also halt nennen wir es mal allgemein Stoffis. das muss ich bloß überlegen. Da war, ich bin halt echt am überlegen, ob wir es nochmal versuchen sollen, diese Viecher zu killen. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwo war, ich möchte versuchen, dieses Vieh zu bezwingen. da ist er. Ah, und schon, wie geht der Kampf los? Ach du Scheiße, okay. Mach dich kampfbereit. Ich bleib mal hier. Ich warte, bis er kommt. Du kommst hier schon mal rein und kannst schon mal schießen. Den habe ich schon mal getroffen, das ist gut. Der hat nicht so viele Hitpoints oder er hat gerade auf jeden Fall einen richtig üblen Treffer kassiert. Kann ich also nicht anstürmen, weil es ist viel zu nah. Und wieder einmal, wie der große Profi, der wir sind, hauen wir daneben. Defensives Kämpfen aktiviert. Defensives Kämpfen aktiviert. Ich sehe schon, ich muss defensiv kämpfen, dann treffe ich auch. Du heilst die direkt vor dir nochmal. Alter Falter, ist das viel krank. Du sollst mich verraten. Den Mann haben wir getroffen. Das wird verhören. Ich werde dich aparte der ist gleich down. Ich werde dich weit öffnen. Man hätte halt nur mal treffen müssen, ne? Ich werde nur sitzen hier. Und jetzt macht er uns noch endgültig fertig. Ich sag's euch. Weil wir ihn nicht mehr treffen. Da geht der Gaul down. Das ist nicht zu glauben, ey. Irgendwann mal muss die doch auch mal treffen. Trolinchen. Okay, er verfehlt uns. Boah, geschafft wieder. Aber vielleicht schaffen wir tatsächlich den Wasser Elementar auch so. Meteoritenstaub. Gut. Ich speichere mal sofort, ne? Wir haben das geschafft. Das ist ein Grund zu feiern. Hallöchen, der Bling. Grüß dich. Ähm, hier scheint es überhaupt nichts zu geben. Nicht einmal diese Truhe scheint es zu geben. Schade. Um's mal so zu sagen. Hm. 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 Das ist totaler Quatsch, was ich da gerade eben mache. Ich lade nochmal. Und ich habe gerade eben mein Abendessen bekommen. Da beiß ich auch mal gerade eben mal rein. Ein leckerer Salat, so wie es aussieht. Oh yeah. Du kannst auch Hand auflegen bei jemand anders machen. Genau. Was machst du denn nochmal? Danke so, Miles. Wisst ihr was? Komm, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück, weil hier haben wir jetzt schon alles gemacht. Wir werden hier nochmal rasten. Dann regenerieren wir vielleicht nochmal ein bisschen was. Ich werde auch das hier so beibehalten. Ruhepause beginnen. Ist mal eine Ansage, ne? Geht ja, gilt aber auch für uns. So, das hat alles ja geklappt. Danke, Pino Ness. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Hm. No reason to pause. Der Moment, wenn du einen Trefferpunkt heilst. Na, also. So, ich kann wieder speichern. Ich gehe mal diesen neuen Speicherstand. Das gehen wir halt doch nochmal runter und werden diesen ollen Wasserelementar uns mal näher anschauen, ne? Oder war das hier? Das war hier, ne? Japp. Kann nicht essen, solange die da hinlaufen. Das ist echt ganz praktisch. Die Zeit geht ja sowieso nicht schneller vorbei. Und aufsitzen. Ich mag die Formation nicht. Die ist so krass auseinandergezogen. Die ist besser, glaube ich. Ja, die ist viel besser. Ich bin weg. Öffnij dein Herz mir. Ich lege die Gäste der Heiligen. Meine Fähigkeiten sind absolut. Da ist er. Okay, kurz mal Pause. Mal überlegen. Ich brezle mir jetzt hier einfach diese ganzen Sachen hier rein. Angriff. Er ist natürlich als erstes dran. Großartig. Aber immerhin mal verfehlt. Das ist doch schon mal gut. Großartig. Verschießen natürlich. Feind zu nah. Ich mache eine Herausforderung. Okay, der war gut. Göttliche Entladung. Hat ihm auch ein bisschen Schaden gemacht. Er hat nochmal verfehlt. Okay, bis jetzt läuft es gut. Kann sein, das ist der defensive Modus, der uns hier gerade eben so ein bisschen rettet. Guter Treffer. Also wir haben ja de facto eigentlich nicht mehr als vorher. Aber es ist wirklich so, wie es vorhin geheißen hat. Dass es wahrscheinlich der rundenbasierte Kampf ist, der uns hier so ein bisschen hilft. Aber noch haben wir nicht gewonnen. Also jedes bisschen Schaden ist ja gut. Ich meine, das Ding trifft ja wenigstens safe. Aua. Pferd wurde getroffen. Okay, böse ist nie zu strecken, dass das nicht klappt, habe ich mir schon vorstellen. Wieder ein schöner Treffer. Nicht verfehle, Pferd verfehlt. Gut, er verfehlt auch. Sie trifft. Das haben wir immerhin schon auf der Hälfte. Boah, reduziert auf null Schaden. Biestig. Zwei gegen zwölf, gegen 15. Eieieiei. Bin nicht so überlegen, ob ich mal hier die Geistwaffenverzauber machen soll. Ich glaube, ich bin nicht so überlegen, ob ich eine schnelle Aktion mit dem Ende Blut einen Verbesserungsbonus gewähren. Ne, es ist zu schwach am Anfang, glaube ich. Ich glaube, das macht einfach nichts aus am Anfang. Autsch! Den Bars. Nochmal Schaden gemacht. Aber es war nicht viel. Jetzt triffst du mal, du großer Held, auf den Gaul. Hat halt den Gaul umgehauen. Wieder daneben. Irgendwann hat er daneben gelauern. Ah! Also es ist schon schwierig. Gegen 15 Treffen, Leute, ey. Das ist echt hart. Nur jeder vierte Schlag trifft. Hier ist es halt gegen 8. Im Fernkampf ist es deutlich leichter. Oh, immerhin getroffen. Ich gucke mal, ob ich ihm Schaden mache. Okay, das hat gewessen. Die trifft halt nie was. Hallo, Kim Hamika, grüß ich. Was bringt mir das noch? Sowohl dem Licht des Herzens, eine Stunde lang, temporären. Einen temporären Trefferpunkten. Alle haben jetzt einen Trefferpunkt mehr. So, du wechselst jetzt hier mal deine Waffe. Und jetzt gucke ich mal, ob das hier was taugt. Sie hat getroffen. Er hat daneben gehauen. Sie hat auch getroffen. Aber null Schaden gemacht. Das Schlimme ist halt dieses ständige Null-Schaden machen. Wieder null. Das war sogar eine 20. Also sie hat gekrittet und hat keinen Schaden gemacht. Ich frage mich halt, ob ich irgendetwas habe, was ich tun kann. Aber ich glaube nicht. Ich habe nichts, ne. Aber ich habe immer nochmal drei Schaden gemacht. Nochmal zwei Schaden gemacht. Gemüse, aber nähert sich das Eichhorn hin. Ich sage es euch. Wieder verfehlt. Sieben Schaden gemacht. Und nochmal vier. Okay, jetzt bekommt er nicht mal Schaden. Ich habe ja schon Waffenverzauberungen und so weiter und so fort gemacht. Also jede Menge davon. Zehn. Ne, wir haben auch bis jetzt, ich habe auch Folgen gesehen. Wir haben die ganze Zeit halt auch nie getroffen. Äh, der macht selber Eisschaden, glaube ich. Au. Nein, man hört schon, ne. Der macht Eisschaden. Nochmal einen Punktschaden. Drei, ne, fünf Schaden. Ey, der ist fast down. Der hat nur noch einen Hitpoint, glaube ich. Ne, der hat immer noch einen Hitpoint. Er verfehlt. Yes. Okay, wir haben ihn. Es war anstrengend. Keine Frage. Und er hat nicht mal den Anstand, einen Kadaver zu hinterlassen. Oh Gott sei Dank, wir haben dieses Mal den Ring gefunden. Da ist er. Und ein Amulett. Das gemeine an der ganzen Sache ist, Leute, wir wissen halt, dass hier auch noch was ist, ne. Finden es aber nicht. Ja, und hier ist nochmal, die Küche, ja, riecht halt nach Essen. Jetzt gucken wir erstmal, dass hier wieder rauskommt. Und ich speichere das instant nicht, dass hier irgendetwas kommt. So was wie Spiel stürzt ab oder so. So, okay. Wir machen es meinen Weg. Jetzt ist aber immer noch die Preisfrage, was machen wir da eigentlich? Einen Weg aus dem Labyrinth suchen. Das haben wir alle schon gemacht. Wo ist der Weg jetzt hier raus? Ach, das ist ja hier, ne. Müsste dann hier sein. Genau, die Dämonentür. Also gehen wir da hin. Einen Salatballer. Den Befehl berief, habe ich schon mal gelesen, oder glaubst du, es ist ein anderer? Komm, ich lese gleich mal, wenn ich da bin. Einige habe ich noch. Du meinst, ähm, oh, das ist ein Tagebuch. Das Tagebuch enthält nur einen einzigen Eintrag auf der allerersten Seite, dann ist er aber nicht weit gekommen. Das Leben ist scheiße, während sich meine Brüder, aber was für Brüder sind das eigentlich, an der Oberfläche amüsieren, sitze ich hier unten bei Hosella, diesem Albtraum und den verfluchten Mischlingen. Und zu allem Überfluss ist auch noch ein Rohr leckgeschlagen. Ein Elementar verwüstet die Küche und Hosella hetzt es auf alles und auf jeden in den Gängen des Labyrinths. Ich kann nichts tun, außer mich hinter Ecken und Bett, unter Betten und in Schränken zu verstecken. Ich will nicht sterben, so habe ich mir diesen, mir den Dienst für Baphomet nicht vorgestellt, so habe ich mir das alles nicht vorgestellt. Tja, hm, ich schließe mich einem komischen dämonischen Kult an, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hm, super. Eine alte Karte. War jetzt nichts dabei. Die können wir auf jeden Fall noch identifizieren lassen, wenn wir irgendwann mal rauskommen aus diesem Loch. Das ist wieder Hosellas Brief, den kennen wir schon. Hosellas Befehl, nee, warte mal, Brief. Nee, Befehle, Befehle, das sind nicht die selben Befehle. Wir haben zweimal Hosellas Befehle und das war's, da ist nichts Besonderes dabei. Den Geheimgang habe ich doch schon geöffnet, Kai. Das ist doch da, wo ich das Schwert herhabe. Aber ich kann's nur mal gerne lesen. Halte die Tür zum vollendeten Teil des Labyrinths zu allen, äh, zu allen Zeit verschlossen und zur Erinnerung, Schwachgopf, der Eingang wird über den verborgenen Hebel versiegelt. Das war doch der Fackelhebel, mit dem ich überhaupt erst hier hingekommen bin, also mit dem ich da links runtergekommen bin. Hier war dieser Fackelhebel. Der da. Das haben wir gemacht. Wenn's nochmal einen gibt, ist er verdammt gut versteckt. Kannst ja durchgehen oder an allen Fackeln mal ziehen. Irgendwie verspüre ich nicht das Bedürfnis danach. Ja, ich finde ja auch, sollst alle Türmen von Öffnen einmal hauen, nur um sicher zu gehen. Du meinst, weil da eine Falle drauf sein könnte? Das oder weil es eine Mimic sein könnte, wer weiß. Bist du dir sicher, dass eine Mimic in diesem Spiel existiert? Das wäre ja neu. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Gepriesen sei Iomidei. Ja, das sah der Dämon wohl anders. Ihr, hier seid ihr, zusammengedrängt wie eine Herde Tiere, erbärmlicher Monster, nicht Mensch, nicht Dämonen, selbst Tieflinge sind weniger verkommen als ihr. Aber ich, euer Meister, Savimelech, kann euch besser machen, stärker, ich kann euch nähren. Hungernde in der Dunkelheit, unterwarft euch mir. Hat wohl einer ein bisschen Herrschsucht. Nein, wir sind die Nachfahren von Kreuzfahrern. Einem Dämonen zu vertrauen, wäre Verrat an ihrem Andenken. Das kommt bestimmt gut beim Dämon. Oder nur auf den Kleinsten. Nun, ist noch ein Nachfahre von Kreuzfahrern einer Legenden teurer als sein eigenes Leben? Ungeheuer, Monster in menschlicher Gestalt. Zeigt eure wahre Natur. Das ist das süße, nahhafte Fleisch eines rechtschaffenden Asimar. Okay. Esst Untergrundkreuzfahrer. Esst das Fleisch des Kreuzfahrers von der Oberfläche. Findet eure wahre Stärke. Netterkerne. Großartig. Du stürzt dich auf den Dämon, aber die Luft scheint... Du stürzt dich auf den Dämon, aber die Luft scheint mit jedem Schritt dicker zu werden. Du fühlst dich, als würdest du unter Wasser beobachten. Wie die Mischvölker einer nach dem anderen auf die Knie fallen und im Körper des Asimar kriechen. Du hörst, wie ihre Zähne sich durch das Fleisch bohren. Du hörst das Blut spritzen. Du hörst die ehemaligen Mischvölker wie Tiere fauchen, die sich knurrend um die saftigen und zarten Fleischstücke streiten. Deine Gefährten winden sich vor Schmerzen. Einer greift sich an den Kopf, ein anderer krümmt sich gequält zusammen. Du spürst, wie dir der Speichel im Mund zusammenläuft. Der metallische Geruch weckt einen Hunger in dir. Der Hunger verwandelt sich in Wut. Dieser geflügelte Abschaum wagt es dich, seinem Willen unterwerfen zu wollen. Er wagt es dich, mit dem süßen Duft vom Fleisch zu locken. Unbefleckt von Verderbnis? Der Schuft muss sterben. Sterben! Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert, aber wir werden sehen. Und noch immer bleibt deine Klarheit bestehen. Irgendwo tief in dir drinnen, unter dem Schleier aus Zorn und Wut, spürst du, wie das Licht versucht, sich Bahnen zu brechen. Entweder kann ich also... Oh! Okay! Es gibt also zwei Wege. Man kann den Weg eines Dämones einschlagen. Man kann den Weg eines Lebens eines Engels einschlagen. Das ist interessant. Hans, ich habe den Befehl einfach in Rabatt geändert. Ja, ja, klar. Und schon beides drin ist, wenn ich einen vielleicht entfernen muss. Okay! Erfordert Lebensweg Dämon. Oh Gott! Wir machen eine Abstimmung. Wir machen einen Poll, Leute. Welcher Lebensweg? Engel? Dämon! Umfrage beginnt. Und ich esse so lange diese Minute. Also, das ist ein Whoopperstyle. Ganz klar, Dämon ist das hier aber gerade nicht. Wir sind hier bei 50-50 regelmäßig. Ich gebe zu, dass ich wahrscheinlich private Engel spielen würde, aber nicht mit dem Charakter unbedingt. Also, mit der Charakter ist momentan noch neutral. Ja, ich habe einen Unfall gemacht. Das abzählen will ich im Chat nicht, weil es sehr sehr ähnlich ist. Hauptsache, ihr versteht, was ich meine. Oh ja. Ganz knapp Engel. Okay. Passt doch besser zu unserer Geschichte, weil wir sind ja dieser, wir sind ja ein Abkömmling der Vampirkönige. Und wir sind nur deswegen hierher gekommen, weil diese scheiß Dämonen uns das Geschäft kaputt machen. Deswegen werden wir kein Dämon. Das finde ich sehr gut. Doch deine reine Willenskraft gelingt es dir, deine Wut zu zügeln. Wie als Antwort darauf durchströmt ich eine innere Wärme. Wärme und Freude. Ob der einfachen Erkenntnis. Du kannst gewinnen. Du kannst diese Leute retten. Die Macht des Himmels stärkt und leitet dich. Ihr Licht bricht sich bahn, umfasst die Mischvölker und schenkt ihnen seliges Vergessen. Als du deinen Blick senkst, siehst du einen roten Fleck auf deiner Brust. Die Wunde ist wieder aufgeplatzt. Doch es strömt kein Blut aus hier, sondern strahlendes Licht. Uh, ich krieg Gänsehaut. Bolzen der Gerechtigkeit. Der Dämon zuckt vor Schmerzen zusammen, als das Licht ihn trifft. Was seid ihr? Zerstört diesen Abschaum. Wow, das ist ja mal echt ein mutiger Dämon. Hallöchen Crisscross, grüß dich. Horsilla zeigt mit dem Finger auf dich. Er ist bereits verwundet. Venduak töten! Venduak tritt einen Schritt nach vorne. Ich diene euch nicht mehr, Hure. Euch nicht und eurem fliegenden Affen nicht. Ich kämpfe immer an der Seite der Stärksten. Ey, ohne Witz, die wollte uns hier als Futter runterführen. Ich wusste es. Ich wusste es. Die hat jetzt nur die Seiten gewechselt, weil wir stärker als der Dämon sind. Und der Land ist plötzlich da, tritt aus dem Schatten und legt einen Pfeil aus dem Bogen. Was habe ich verpasst? Ein dramatisches Duell? Oh, du bist es. Perfekt. Okay, der Kampf beginnt. Also gut, ich denke, dass ich hier einfach mal eine göttliche Entladung drauf haue, oder? Zauber aufheben. Oder ich schieße einfach nochmal. Ich schieße. Treffer! Das ist irgendwie so eine Art dunkler Paladin, kann das sein? Äh, ich bin leider ein bisschen angehittet, wie ich gerade eben sehe. Ich sollte echt dringend den Heiltrank rausnehmen, der kann mich töten. Das Pferd ist auch gerade nicht begeistert. Mhm. Ach, dieses blöde Teil könnte mal verschwinden. Ey, das ist... Ich weiß gar nicht, warum das aufgeht. Strike! Ich kann es auch nicht entfernen. Ey, geht doch weg! Ich mach nichts! Jetzt ist es halt einfach da! Jetzt ist es weg! Meine Fresse! So! Du hast den Bogen... Ich versuche mich erstmal zu entfernen. Ui, das war knapp. Man weiß ja nie so recht, weil man im Nahkopf ist. Äh, das war's schon. Oh, mächtiger Zawamelech! Deine treuen Diener, ruf dich jetzt! Dämonen, bestützt eure Herren! Dämonen geben fürchterliche, schlechte Wachtung ab. Das stand da gerade eben dran. Okay, es gibt einen zweiten Kampf. Diese Dämonen greifen uns jetzt hier an. Aber wie viele Attacken haben die denn? Der hat ja schon ganz gut gefestspottet gerade eben. Das sind aber nur so mindere Dämonen, das ist offensichtlich. Also der spielt automatisch mit der Kerl. Den haben wir jetzt auch getroffen. Kann man auf jeden Fall nur sagen, dieser Kampf hier ist ein bisschen komisch gerade. Weil er so zweiteilig ist. So, getroffen. Und der ist down. Dann gehe ich schon mal da oben hin. Dann kann ich in der nächsten Route hier vielleicht noch anchargen, falls das Vieh noch irgendwie auf dem Klo geht. Und schießen. Und danke für den Fpolo, Mercutio Salazar. Dankeschön. Wieder daneben gehauen. Und ich benutze jetzt nochmal diesen letzten wieder getroffen. Und jetzt wird gecharged. Down geht's. Ja, trotzdem haben sie mich angegriffen. Sind wir mal ehrlich. Ach so, du hast das schon hinter dir. Da fügt sich gerade was zusammen, Leute. Ja, aber du bist auch nicht gerade gut, ey. Ich bin vor mir. Ich bin deswegen in der diesen Ich versuchte. Ich versuchte, um mich stärker zu werden, damit ich in der Schmerz und vielleicht machen das was wertvollesmal mit meiner stücksträmmigen Lebens. Und ich werde das schon machen. Ich werde sie machen. meiner gesamten Tradition zu�리ieren. Aber du? Du hast einfach einelle Kraft, das dich in das Waffe Er hat einen Punkt an der Stelle. Finde ich lustig. Okay, jetzt haben wir erstmal wieder Zeit darüber nachzudenken. Das erste, was ich mache, ist die Wunde auf meiner Brust inspizieren. Sondern immer nur, oh ja, ja, ihr seid nicht wichtig. Das Loch in meinem Körper ist wichtig. Die blutende, tiefe Wunde aus deiner Brust ist verschwunden, als hätte es nie gegeben. Die Haut ist vollkommen glatt und unversehrt. Ich hoffe, dass es dämonisch ist, denn wir wollen ja mit Göttern nichts zu tun haben. Ja, mit Dämonen will ich ja auch nichts zu tun haben. Das ist ja der sprengende Punkt. Okay, deswegen bin ich ja hier. Ich war doch jetzt nicht Dämon, um Dämonen zu besiegen oder so. Ich bin ja schon ein Halbvampir. Was soll ich denn noch alles werden? Irgendwann ist ja auch mal gut mit der Fortbildung. Okay, Lan, wie habt ihr hergefunden? Ich habe ja nur geblieben, bis ich es gefunden habe. Wir. Du denkst, du bist derjenige, der mit ihnen zu gehen, geht es mit ihnen. Ist nicht das süß? Auch dadurch, dass ich am Anfang gesagt habe, dass mein Charakter ein Atheist ist, eigentlich Götter ab. Was die Sache noch viel geiler macht. Das ist de facto... Ich vergleiche das mal mit einer anderen Fantasy-Welt. Ich bin jetzt sozusagen der Halbvampir, der wie Malekith keinen Dämon, sondern einen Engel im Kopf hat. Und sagt, nein, ich höre dir nicht zu. Nein, nein, nein. Ich finde das cool, ey. Also gut, ihr habt mich also die ganze Zeit... Ihr habt also die ganze Zeit diesem Dämon gedient. Nein, hier ist es kein Dämon. Pastinander gilt ja, glaube ich, nur als Untoter. Also ich mag sie jetzt nicht mehr. Ich mag sie definitiv nicht mehr, das muss ich an dieser Stelle jetzt sagen. Ich dachte, du warst stolz von deinem Herzen. Aber du bist bereit, zu kräumen auf deinem Bein, bevor jemanden, der sogar ein bisschen stärker ist als du. Du sagst, du hast nicht ein Tier geworden? Ha, was ein Schuss! Nur Tiernäume pflegen ihre Religion zu, wer die scharpe Zähne hat. Oh, aber was soll ich sagen? Auch die Kaffee-Spider sind loyal zu ihrer Mutter. Du bist sogar höher als das. Also das ist so der Moment, wo ich am besten einfach den Raum verlasse. So, ja, ihr macht es unter euch aus. Derjenige von euch, entweder er einigt euch, oder derjenige von euch, der überlebt, der kommt mit mir mit, wenn er will. Oh, so now you think you know everything about me. You're one of the best hunters in the tribe. It benefited me to ingratiate myself with you. So I acted in a way that pleased you. And the Uplander will get the window out, that he wants to see. I'm willing to do anything to get out of this hole. Also sie ist halt wirklich komplett egoistisch, das ist offensichtlich. Übrigens, Dankeschön, Yornauga, für den Reset im zehnten Monat. Vielen Dank und schönen guten Abend. Genau, Solid, da hast du absolut recht. Die, wenn du wagt, ist so eine Kreatur, der steigt man am besten den Kopf ab. Völlig egal, ob du gut oder böse bist. Die ist einfach so ego, wie es gerade eben auch schon Destroyer gesagt hat. Und in dem Moment, wo ich Schwäche zeige, wird sie mich verraten. Also am besten gleich loswerden. I'm going to the surface only because my time is come to leave. The Uplander's are in danger. They need all the help they can get. But I'm only risking my own life. See the difference? I'll do whatever the crusade asks of me. But I'll never be like you. Okay, das ist interessant. Ich weiß es halt nicht, wen man jetzt hier angreifen würde. Das ist das Problem. Das macht mich jetzt, also wahrscheinlich ist es die Venduak, aber es steht da eigentlich dran. Vor allem, weil er gerade eben geredet hat. Warum habt ihr nicht versucht, uns davon abzuhalten, ins Labyrinth zu gehen? Ihr wusstet doch, dass wir euer Geheimnis aufdecken könnten. Sava Malik ist immer in need of new servants. You'd make as good a servant as anyone else. And then, once you'd gone missing in the maze, not even their doubtable land would have dared to look for you. But then why did you come with me to look for the sword? Gute Frage. Okay, also wir haben ihm de facto das Leben gerettet, sonst hättest du ihn schon längst ermordet. Ich habe nicht regrett, was ich getan habe. Ich habe dich mitgemerkt. Nur sage das Wort und alle Mithers werden dir sein. Ich bringe sie zu dir, wenn du mich mitgebracht hast. Und was genau sollen wir eure Ansicht nach mit den Mischvölklern machen? Was du hier gesehen hast, werden sie stärker werden. Sie werden eine Armee nicht wie alles, was schon gesehen hat, Ungolarian. Unsere Leben vielleicht sind klein, aber während wir leben, wir sind schneller, sterben und schwerer zu töten als die meisten. Ich wünsche dir eine Armee. Eine Armee, die dir gewinnen, aber das ist jetzt wieder ein verdammt gutes Angebot. Eine Armee von Kannibalen? Bist du verrückt? Du willst sie von rationalen Beinen into rabid Beasts, die nur sie töten wollen. Sie werden Slaven und du werden sie sein Slaven-Driver. Ist das das Kind der Macht, du bist so stolz zu verlieren? Ich habe das gleiche Prozess gemacht, wie sie gemacht haben. Die Beasts ragen in mir, meine Geist war furchtbar, aber ich habe eine Schmerz-Driver. Und ich habe niemals zurückgebracht. Ich habe die Verkunft von den Jaws von Insanität. Wenn es jemanden gibt, die sich für meine Armee zu werden, zwischen diesen Neithers zu werden, werden sie das gleiche machen. Ihr habt gesagt, ihr hättet an diesem Ritual teilgenommen. Heißt das, ihr habt auch Menschenfleisch gegessen? Ich habe mal eine Frage an diejenigen unter euch, die sich auskennen mit dem Regeln, und mit der Hintergrundwelt. Sind Halbvampire Blutsauger oder nicht? Ist das Einzige, was ich teile, de facto die Schwäche für Heilung und werde durch Schadenszauber geheilt? Oder bin ich auch dazu verdammt, Blut zu trinken? Also ich weiß nicht auswendig, wie es ein Pathfinder ist. In D&D kannst du beides, also du kannst zubeißen. Ja, ich habe auch einen Bissangriff, glaube ich, aber... Okay, ich warte mal ganz kurz, Kai schaut im Wiki. Das wäre nämlich jetzt echt interessant. Weil davon hängt auch so ein bisschen meine Weltsicht ab, ne? Ob ich halt immer noch ein Mensch bin, dann ist für mich Kannibalismus natürlich widerlich, was sie gerade gesagt hat. Bin ich der Halbvampir, der auch gerne mal quasi den schönen Roten schlürft, und ich meine kein Wein, dann kann ich mir sagen, was ist daran verwerflich? Das ist ganz einfach. Das habe ich gelesen, Nitram. Keine Sorge, ich habe es gelesen. Okay, ich bin ein lebendes Wesen und kein Untoter. Also den macht, trinke ich kein Blut. Aber du hast gar keine Option dazu, das zu tun. Ich hatte noch keine Option, ne? Übrigens, danke an Holdout für 33 Monate Resub. Dankeschön, dankeschön. Und schönen guten Abend. Du solltest die Todesnachricht haben. Die Todesnachricht ist besser, als das leben, wie das. Du sagst, ich sollte diesen Tag sterben, Lam. Aber dann, wer würde es hören, zu deinen fehlten Lachen? Wer würde es dir die besten Käpte, um zu schlürzen? Wer würde es dir ein Mann machen? Ah, okay, also man kann Blut trinken. Oder sie haben das Verlangen, manchmal Blut zu trinken, aber sie bekommen dadurch keinerlei Vorteile. Also es könnte etwas sein, was ich sogar abstoßen finde. Oder halt geil finde. Je nachdem, wie ich mich entscheide. Ich wäre gut, ohne all das, und ohne dich. Deine Todesnachricht wird der Welt ein etwas besserer Ort, Wenduog. Schau, das ist nicht unser Land so süß. Schau, wie seine Augen blauen, als er über Mörder spricht. Und wir waren so nahe, auch. Sag mir, was denkst du, er wird dir tun, wenn du verabschiedst, zu leben, zu seinen preisenden Ideen? Ja, ja, Thebes, aber ich bin ja nur ein Halbvampir. Ich kann ja keinen vollen Vampir spielen. Ist ja nur Halbvampir. Es stand ja auch vorhin dran, das habe ich schon gelesen, dass ich lebendig bin. Aber die Frage ist halt letzten Endes, was zwingt mich dieses Halbvampir sein zu tun? Und so wie es aussieht, bin ich nicht gezwungen, Blut zu trinken. Man hat halt bloß manchmal diesen Durst, aber es bringt nichts, das zu tun. Also wahrscheinlich habe ich diesen Durst sehr gut im Griff. Und erkenne wahrscheinlich durchaus auch das Potenziale. Ich bin deswegen gerade eben so hin und her gerissen, weil die Situation mega komplex ist für meinen Charakter. Weil sie hat es auch geschafft, diesen, also sich zu kontrollieren. Aber vielleicht, also das, was sie gerade eben gesagt hat, fand ich halt auch erschütternd. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie voll Herr ihrer Sinne ist. Und auf der anderen Seite, wenn die dann nachher da sind, dann habe ich mit den Dämonen wahrscheinlich, wenn ich mit den Dämonen fertig bin, die am Hals. Und die Frage, die ich mir stelle ist, will ich das? Tja, stimmt. Ich sehe da auch gerade im Punkt, es kann doch gut sein, dass er halt letztendlich uns auch verraten wird. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von beiden vertrauenswürdig ist. Was habt ihr für Horsilla alles getan? Ich will noch mehr wissen. Es war einfach. Ich habe diejenigen, die ich verraten habe, in die Maze. Für den Rest, ich erzähle historien von den Maze-Horrors der Maze, um sie zu bleiben. Es war alles in Ordnung, wenn die Maze-Horrors der Maze-Horrors der Maze-Horrors der Maze-Horror war. Und viele von den Maze-Horrors der Maze-Horror war, dass die Maze-Horrors der Maze-Horror kam. Ich habe keine Angst, dass Horsilla ein paar Jungen-Horror würden. Aber was wäre das Maze-Horror wäre, wenn alle die Maze-Horror wurden? Ich habe die Maze-Horror. Also, als Lan ran aus, nach der Maze-Horror, bin ich nach ihm. Nicht um ihn zu helfen, aber um sicher, dass die Maze-Horror nie zu erreichen. Ich habe genug gehört. Ich glaube tatsächlich, dass ich mit der... Also... Ich will gegen die Dämonen kämpfen. Und deswegen habe ich auch diesen Engels-Kram genommen. Also mir geht es um Kontrolle. Ich wollte nicht meiner Wut nachgeben. Sondern es geht um Kontrolle. Und deswegen der Engels-Weg. Aber... Ich habe kein Problem damit, diese Mischlinge einzusetzen für meinen Sieg. Dann wirst du wissen, welcher von uns du brauchst. Take me with you, und ich gebe dir eine Armee von Neethers. dass du dich bewertest. Befehl nicht für sie wachen. Du wirst keinen Abschluss haben. Du wirst keinen Abschluss haben. Wenn du ausführst, wünscht sie nicht die Schwierigkeiten, wird sie dich verraten, wie sie uns verraten hat. Ja, bei mir geht es eher darum, dass es um Stärke geht. Ich bin neutral momentan und halt einfach stärker als der Dämon durch diesen Engelskram, der in mir drin steckt. Und deswegen unterwirft sie sich mir. Und er hat recht. Sie wird mich verraten. Aber ich glaube, er ist nicht so viel besser. Er ist halt naiv. Und wird wahrscheinlich sehr dumme Entscheidungen treffen und mich da reinziehen. Ich frage ihn jetzt mal, warum willst du mit mir mitkommen, Lan? Okay. Ich bin sorry, dass du Wendewog vertraust hast, als ich, und dass du nicht die Licht der Höhe zu Sall gezeigt hast. Aber sie kann sehr persuasiv sein. Sie hat ihre Fähigkeiten auf alle von uns in der Tribüne gehalten. Ich frage dich, glaube ich, wenn ich sage, dass ich nicht dich verletzt habe. Ich habe nichts zu verlieren hier, außer von meinem Chefs' nichtverrückte und meiner Freundschaft mit den Göttern. Ich werde das, was die Krusade braucht. Das Schlimme ist, es überzeugt er mich wieder. Der Engel hat dich wertvoll sein, nicht nur sein Schwert, um den Weg in der Dunkelheit zu lighten. Also, ich kann dich auch vertrauen. Sieht so fair für mich. Sind Sie wirklich so bereit, um zu den Surfenland zu gehen? Warum hast du nicht vorhanden geflogen? Du wirst wissen, warum. Die Uplanderer werden uns nie akzeptieren. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Vielleicht werde ich etwas finden, das du hier nicht kannst. Wie ein Weg, um die Mongrelten zu helfen. Ein Weg, um unsere Tribüne zu verhindern, um eine Schumme wie du zu verhindern. Ja, Chains, aber sie doch auch. Sie hat doch vorhin auch nur davon geschwärmt, wie saftig das Schenkelfleisch der Priesterin geschmeckt hat. Die ist doch genauso wie er, nur ohne höhere Ziele. Sie hat sich gar nicht so sehr im Griff, wie sie behauptet. Ich frage sie nochmal. Das wird die Entscheidung bringen. Du denkst, dass ich nur ein Freak von den Katakomben sind, aber die Neithers sind schneller, stärker und schwerer als Sie, Uplanderer. Ich nehme mich mit dir und ich werde dir eine Arme von Neithers bauen. Ich werde sie raus aus diesem Hall, werden sie alle, jede letzte Tribüne gewinnen und die Ritual. Also, das ist nach wie vor ihr einziges Argument. Ich gebe dir eine Armee von Monstern. Hallöchen, Pummelkater und Defcon. You will be a power to be reckoned with on the surface. Many of the Neithers will be no better than the mindless beasts we encountered in the dungeons. But there will also be those who can overcome the fog and be like me. Ich werde sie in die Kriege führen, und Sie werden uns alle beantworten. Du hast mich in den Beginn gezwert, und hast die Engel von dem Idiot, Saul gezwert. Du hast mich gehört, und ein glückliches Zukunft wird uns. Ich habe noch mal Fragen an sie. Also gut, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich habe ja keine Wahl, dass ich keinen von beiden mitnehme. Sie ist eine Verräterin. Sie hat ja auch ziemlich sicher, erst vor uns zu verheizen. Und ihr einziges Argument ist, ich gebe dir eine Armee. Aber wer kontrolliert die Armee? Sie behauptet, ich kontrolliere die Armee, aber sie wird dieses Ritual losführen. Ich glaube nicht, dass ich diese Armee kontrolliere. Ich glaube, ich kontrolliere die Armee nur so lange, wie sie es will. Und deswegen traue ich ihr nicht. Punkt. Genau. Oh, ich kann sagen, ich nehme keinen von euch mit. Yes! So long and thanks for all the fish. Das finde ich so gut. Gut, dass ich keinen mitnehmen muss. Weil, äh, was ist, wenn du halt wirklich neutral spielen willst und nicht von Anfang an gleich schon sagen, oh, ich mache jetzt den Paladin-Weg oder oh, ich mache jetzt den bösen Dämonen-Weg. Ne, das finde ich gut, dass ich jetzt einfach sagen könnte, ne. Wisst ihr was? Macht das unter euch aus. Ich bin nicht wegen euch hier. Also, wenn du da genauso skilled bist wie gerade eben, habe ich echt wenig Furcht. So, renn halt weg, du komische Spinnenvieh. Ja, aber dann hätten wir ja später weniger Spaß, so letztes Deal, wenn ich jetzt sie jetzt getötet hätte. Häuptling Sulla scheint flankiert von Mischvölklern. Die beschwerliche Reise hat ihre Spuren hinterlassen. Er atmet schwer und der Schweiß rinnt ihm von seiner aufgedunsenen Stirn oder seinem Gesicht. Was da das zu bedeuten? Anevia stößt ein langgezogenes Pfeifen aus. Na, sieh mal einer an. Der alte Hullrun ist wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Hier unten waren wirklich Dämonen. Ich hätte hören sollen, eine Patrouille schicken. Verflucht! Warst du schon wieder verkackt? Horgus verzieht angewidert das Gesicht und versucht, Abstand zu den bewusstlosen Mischvölkern zu halten. Er sagte, ihr wärt bei der Adelswacht für die Kundschafter zuständig, Anevia. Wie konnte euch ein Nest voller Dämonen unter Kenabres entgehen? Genau, die Frage ist schon längst überfällig. Sie seufzt. Als hätte es nicht schon gereicht, dass ich jedem verdammten Schatten in der Stadt hinterhergeschnüffelt habe. Jeder kennt doch die Geschichten von Dämonen, die unter den Straßen von Kenabres hausen. Sie sind so alt wie die Kreuzzüge selbst. Ich habe einen Fehler begeben, doch ihr habt ihn ausgemerzt. Daher danke. Genau, Nitram, ich will sehen, was die alte Venduag leisten kann, wenn sie sich vorbereitet hat. Was macht ein Bein? Anevia verzieht ein wenig das Gesicht, zwingt sich aber zu lächeln. Besser als gestern, schlechter als vorgestern. Ich werde nicht sterben, keine Sorge. Diese Hölle gehört mit den heiligen Feuern niedergebrannt, oder? Es wird Zeit, von hier zu verschwinden. Häuptling, ich glaube, ich führe unsere Besucher an die Oberfläche. Und dann werde ich weitergehen. In der Welt da draußen passiert irgendetwas Interessantes. Vielleicht ist das meine Chance, etwas Nützlicheres zu tun, als nur Höhlenratten zu häuten. Der Sula stößt einen Seufz aus. Hm, ihr habt nie wirklich zu uns gehört. Ihr habt immer noch nach oben gesehen. Ihr glaubt, ich würde schon etwas nicht sehen. Unser Leben ist nicht für euch. Ihr müsst gehen, aber wohin? Wo ist der Ausweg? Wie der Typ Nuschel, eh? Keine Ahnung, aber dieses Pack hier ist irgendwie heruntergekommen. Lann untersucht, er durchsucht Hosellas Leiche und zeigt dir ein paar Papiere und einen Schlüssel. Ich weiß nicht, was das für Dokumente sind, aber dieser Schlüssel wird sicher nützlich sein. So, erhaltene Gegenstände, kultivste Nachricht. Anevia überfliegt den Brief kurz und reicht ihn dann dir. Diese verfluchten Mistkerle, das sind alle Informationen über den Kult in der Stadt. Seine Treffpunkte, Passwörter und Geheimverstecke. Ich denke, wir sollten das augenblicklich demjenigen zeigen, der in Canebras das Sagen hat. Sobald wir wieder an der Oberfläche sind, finden wir heraus, was vor sich geht. Ganz im Ernst, nach dem, was da passiert ist, da wird nicht mehr viel Leben. So, Spion in unseren Reihen. Kann ich jetzt wieder aufsitzen, oder? Nee, kann ich nicht. Achso, die kann ich ja noch looten. Alles einsammeln. Und jetzt? Wir kamen ja von hier, genau. Kann ich nochmal mit dem reden? Nö, nicht wirklich. Also es geht jetzt wohl einfach raus. Wir sind halt hier voll im Kanal. Hier ist eine Sackgasse. Dass diese Kanäle in Spielen und in Filmen immer nur eine Richtung kennen. Nach oben. Okay, Dämonen haben Resistenz gegen Energieschaden. Die Oberfläche endlich. Ich hatte die frische Luft wirklich vermisst. Ja, ich auch langsam, aber sicher. Da hinten ist noch was. Man muss echt nach hinten gucken, um das Zeug hier zu finden. Nochmal ein bisschen Crap. Da sind wir rausgekommen. Da kommen wir endgültig raus. Ich glaube, ich speichere an dieser Stelle lieber nochmal. Okay, ich habe es irgendwie erwartet. Die haben da gerade gewonnen gegen die Dämonen. Jemand, der Irabeth heißt. Die sichtlich erschöpfte Halborken vor dir trägt eine Rüstung, die mit Iomedaeas Goldschwertern verziert ist. Sie hat offenbar in den letzten Tagen nur wenig geschlafen. Ihr Gesicht ist voller Ruß. Auf ihrem Schwert klebt frisches Blut. Ihre nussbraunen Augen blinken hart und starr. Und ihre feste Stimme scheint es gewohnt zu sein, Befehle zu erteilen. Sie mustert dich überrascht, prüft wohl, ob du Freund oder Feind bist und öffnet den Mund, um dich etwas zu fragen. Doch dann erstarrt sie, als sie Anevia entdeckt. Die kennen sich wohl. Und die kennen sich sogar gut. Peinliche Pause. Okay, wir sind verheiratet. Was ist das Ziel dieser Schlacht? Wenn die Dämonen attacken die Stadt, der Hauptstelle war die Wäldstöne. Ich glaube, dass ich nicht zu erklären, was die Wäldstöne ist, und wie wichtig es ist für die Krusadern. Wir müssen es wiederholen, auf jeden Fall, oder der Fall von Canabras wird der Beginn der Krusad, und mit ihnen, der Rest des Welt. Ich sehe, dass du eine schwierige Reise auf dem Boden hast. Du musst, aber es gibt viel in dieser Krieg. Wo sind wir eigentlich? Der Grey Garrison. Bis zum letzten Jahr war es als Barracks für die Krusadern, aber es wurde jetzt von Kultisten übergebracht. Ich habe sehr wichtige Informationen über ein Versteck der Kultisten. Sehr gut. Reportet mich in voll, wenn wir zurück zum Gewehrmannsherrchen kommen. Es ist unsere temporäre Hauptstelle. Jetzt sind die größte Kultisten hier. Diejenigen, die den Grey Garrison occupieren. Bei dem Spiel fange ich jetzt an, schon so ein bisschen skeptisch zu werden. Immer dann, wenn ich nämlich gerade eben höre, wir sprechen da später, oder wir sehen uns später, läuft es darauf hinaus, dass ich Charaktere, die mit mir mitgelaufen sind, verliere, weil sie sterben oder mich verraten. Deswegen stellen sich mir gerade eben die Nackenhaare auf, weil sie das sagt. Wir sind auf Mischvolk gestoßen, das unter Canabras lebt. Das ist Lan. Okay, die verklären ihn jetzt also zu einer lebenden Legende. Toll. Toll. Hat er jetzt gesagt. Wie ist die Lage in der Stadt? In der ersten Minute. The civilians either fled oder der letzte Chaos in the Chaos. The place is overrun with cultists and demons. Don't talk like that. Canabras hasn't fallen. Not while it still has defenders like you and me. Sweet words don't change the grim truth. Okay, erzählt mir von diesem Schutzstein. Warum ist der so wichtig? Hmm, und wie ist der Schutzstein in der grauen Garnison gelandet? The demons have long laid siege to Canaburus, but this time, their Lord Descari appeared in the flesh. He ripped the Wardstone from the ground and hurled it halfway across the city to here. I thought the stone was destroyed, but it seems all is not lost, yet. Descari has gone, but the Wardstone is surrounded by a horde of those creatures. What are they going to do to it? Nothing good, that's for certain. But how did he do that? He's a demon. The Wardstone should have burned his filthy hide. Vielleicht hat er gecheatet. It should have. But what happened, happened. We don't know why. Dann lasst uns keine Zeit verlieren, auch in den Kampf. That's the spirit. You, take a navy to the rear. The rest of you with me. Du hörst angestrengtes Atmen, das von missmutigem Gemurmel durchsetzt ist. Horgus umfasst mit weißen Knöckeln den Griff seines Rapiers. An seiner Schläfe bilden sich Schweißperlen. Lord Horgus Gwurm, forgive me. Ich wusste nicht, dass wir Zivilisten zwischen uns hatten. Meine Leute werden dich irgendwo safe. Ich will aber meine 2000 Gold, verdammt. Die schuldet der mir. Also irgendwie mag ich seinen Zynismus. Er ist unterhaltsam. Kann ich den in einem Käfig haben? Für Iomedae, für die Königin! Kill the beast! Ja, Erabeth hebt ihre Klinge und die durch ihren Kampfschrei beflügeln Soldaten stürzen sich mit frischem Elan in die Schlacht. Wir kommen nach! Ich schaue jetzt mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Was ist das da? Okay, sie ist verschlossen. Also finden wir hier nichts mehr. Na dann. Was ist das da? Der hat sich hier gebufft. Ah, ich darf da noch nicht raus. Okay, kann ich jetzt aufsitzen eigentlich? Yes! Ich finde es gut, dass sie das alles niedermetzeln. Finde ich verdammt gut. Magisch versiegelt. Kann ich nicht. Ich gehe den jetzt einfach hinterher. Ich meine, warum sollte ich jetzt da vorstürmen? Kann sie das nicht irgendwie öffnen? Wahrscheinlich nicht, oder? Es gibt wahrscheinlich nur spezielle Klassen oder so, die das können, oder? Oder vielleicht kann man auch später wiederkommen. Wie will sie? Du hast die Option Runde automatisch. Spätenaktiviert. Dadurch beendet das Spiel die Runde automatisch, wenn dein Charakter ist ein Standard- und Bewegungsoption abgenommen. Soll diese Option aktiviert bleiben? Nein. Okay. Ach, jetzt steuere ich... Warum steuere ich jetzt ihn? Du hast doch irgendwie in meiner Gruppe gelandet, ohne dass ich's wollte. Ach, wie gut, dass da so viele von denen sind. Hey, ich kenne euch. Gehört ihr zu diesem Kultisten? Klar, wenn man redet jetzt erstmal, nachdem er schon geschossen hat. Wie geht's, mein Freund? Wollt ihr mitkommen? Ihr werdet bald alle tot sein, aber wir werden leben. Was passiert hier? Ich, äh, ich kann nicht. Kommt schon, vergesst diese Versager. Die Kreuzzüge sind vorbei. Bald werden die Dämonen über die ganze Welt herrschen. Wie der sich umguckt. Wird schon schief gehen. Lang lebe bei Apomet. Feiger Verräter, ich schwöre bei Eomilas Schwert. Oh ja, du wirst so zur Rechenschaft gezogen werden. Okay, and so it begins again. Ich denke, ich wechsle hier erstmal wieder die Waffe. Ich versuche einfach mal, jemanden hier zu treffen. Ich meine, das ist schon ein ziemlich nachteiliger Kampf. Das ist sehr viel mehr als du. Ja, aber das muss ja nichts heißen. Also, wenn du sie alle wohnen hättest, ja. Wenn nicht, wird's jetzt schwierig. Der eine ist schon tot. Sie scheinen nicht viel zu können. Na komm, geh da ran. Gaule daneben geschlagen. Ich lade auch. Die haben echt nicht viele Headpoints. Die fallen gleich um. Oh ja, dann muss es schocken. Aber ich glaube, ich habe es nicht mehr. Wieder getroffen. Die anderen scheinen ein bisschen härter zu sein auf der anderen Seite. Der ist auch schon down. Ich mag den rundenbasierenden Kampf. Der ist cool. Was ist nun die Alternative zum rundenbasierten Kampf? Bitte was? Was ist die Alternative zum rundenbasierten Kampf? Ja, das alles gleich zum Schluss. Ich glaube, ich habe immer mal Leertaste für Pause drücken können. Das Spell funktioniert anders. Streich! Leider daneben wir auch. Du schießest auf den da. Der ist auch direkt down. Er hat nur 6 Hitpoints. Ist das schlimmer als ein Magier? Wie kannst du weit öffnen? Daneben 13 gegen 15. Das ist echt schlecht im Schießen, ey. Ja, ja, das tut toll. Brauche ich nicht mehr. Hallöchen, Ben Cake. Grüß dich. Okay, kannst du den anstürmen? Jawoll. Aber auch gleich schon mal verfehlen. Ja, sauber. Was war das? Negative Energie. Aber das Lustige ist, das kann mir egal sein, weil negative Energie macht mich ja stärker. Ich bin ja empfänglich für negative und positive Energie. Das muss ich eigentlich irgendwann mal rauskriegen, ne? Dass ich vielleicht gucken muss, was negative und positive Energie ist. Weil ich dadurch ja tatsächlich andersrum betroffen bin. Als Halter. Autschi. Du, die Komplexität von Pathfinder-Dungeon-Dragons ist definitiv Quantenphysik. Ein bisschen Übertreibung ist das jetzt schon. Das gehört schon zu einem komplexeren System. Per final ja. Also wir metzeln uns dann gerade problemlos durch. Äh, schon noch? Ich hatte schon noch vor, eine Weile zu machen. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Dann komme ich in, wenn ich mit dem hier durch bin. Also, äh, meine Familie hätte heute Abend gerade noch etwas Zeit mit mir verbracht. Das heißt, ich soll also gleich, äh, zumindest Pause machen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang. Vielleicht bin ich später nochmal da. Ich mache diesen Kampf auf jeden Fall zum Ende. Aber ich kann mich gerade eben zugegebenermaßen auch nur schwer lösen. Ich glaube, es ist ein Pluspunkt für das Spiel in dem Fall. Ja, definitiv. Also, ich habe gerade saummäßig Spaß. Dunkle Energie. Ach so, das meins. Das war mit der zweiten Physik. Die metzeln sich tatsächlich schneller durch ihre Gegner als ich. Jetzt komm, jetzt ballert den hier weg, den kleinen Lump hier. Also, halt wieder nicht getroffen. Eins gegen sechs. Ah, jetzt hat er Schaden gemacht. Oder irgendjemand hat Schaden gemacht. Es kann sein, dass er Deckung bekommt, weil der Typ im Weg steht. Das kann sein, ja. Zwölf gegen 16. Die trifft halt immer schlechter. Je nachdem, wie lang ich halt weg bin. Im Zweifelsfall, ich habe ja auch noch vor, morgen Abend zu streamen, wieder mit meiner Frau zusammen. Und dann kann es gut sein, dass ich dann eventuell ab 21 Uhr, 21.30 Uhr oder wann auch immer Monkey Island durch ist, wir hier lasst ja weitermachen. Ah, wie ich wieder daneben hau. Aber ich habe auch das Gefühl, dass auf meiner Seite einfach mehr sind. Hält es das Gefühl, dass du auf den rauf haust, der am schwersten zu treffen ist irgendwie. Der stirbt ja nicht. Der hat auf jeden Fall auch eine Schadensreise. Eigentlich ist der gar nicht so schwer zu treffen. Das sind so, dass du Treffer halt gegen 9 oder so und ich würfel halt einfach viel zu niedrig. Da gegen 6, jetzt habe ich eine 19. Also der ist nicht schwer zu treffen, der Typ. Er hat halt nur noch eine Schadensresistenz, was ein Problem ist. Und sie hat halt gegen eine 16 und ich weiß nicht, warum sie jetzt gegen eine 16 schlägt. Just sitz hier. Don't worry about me. Was ist denn mit der Bewusstlosen? Musst du jetzt irgendwie umsorgen oder ist die in Ordnung? Hm, die geht mich doch nichts an. Achso, meine! Achso, ja, ja, nee, nee, doch, doch. Die kann jetzt halt auch theoretisch noch sterben, ne? Also ich habe echt das Gefühl, dass meine Seite die schwerere ist. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Also manche von denen fallen halt schon krass schnell um. Au. Hört auf mich zu hauen, wenn ich am Boden liege. Okay, Freundchen. Die Ritterin ist echt ein bisschen peinlich schwach, wie ich finde. Ah, jetzt kommt die dann doch in meine Richtung. Die wurde dahin teleportiert, habe ich so das Gefühl. Hey, Mitgrabberg, grüß dich. So, jetzt baller den weg. Du hast den falschen Mangro. Nee, die Schwierigkeit ist nicht höher. Boah, es bleibt drei gegen fünf. Also die Schwierigkeit ist sehr gering, aber ich treffe halt einfach nicht. Und sie trifft halt irgendwie nie. Also sie geht jetzt als nächstes in den A-Kampf. Ich habe die Nase voll. So, endlich ist der down. Den habe ich super mit einer sechs gegen neun verfehlt. Autsch. Der normale Soldat trifft halt wie eine Eins, ne? Nur 20 gegen neun getroffen. Oder du triffst wieder nicht, was ich ja von dir langsam gewöhnt bin. Das weiß ich, Caps. Ich weiß, wie das funktioniert. Es ist bloß interessant, dass sie halt einfach überhaupt nichts trifft. So, den haben wir jetzt umgehauen. So gefällt mir das. Das war's. Wir haben gewonnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann machen wir es jetzt folgendermaßen, Leute. Ich werde an dieser Stelle speichern. Damit meine Family nicht so enttäuscht ist, komme ich dann doch noch ein bisschen zu denen jetzt. Ich beende an dieser Stelle jetzt erstmal den Stream. Und vielleicht bin ich nachher nochmal da. Wenn nicht, dann auf jeden Fall morgen Abend. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ich habe auf jeden Fall vor, das hier weiterzuspielen. Ey, das macht so Spaß. Hammermäßig. Und ja, ich wünsche jetzt allen, die das Spiel sich jetzt hier selber noch zu Gemüte führen wollen, noch viel Spaß selber zu spielen. Und wenn ihr es günstiger haben wollt, ne, ihr wisst, ausrufezeichen Rabatt in den Chat. Ich wünsche jetzt allen im Zweifelsfall, falls wir es nicht mehr sehen, eine gute Nacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.